29. Kapitel gibt einen einleitenden Bericht über die Bewohner des Hauses, in das Oliver geflüchtet war. In einem hübschen Zimmer mit altmodischen, aber bequemen Möbeln saßen zwei Damen an einem wohlbesetzten Frühstückstisch. Herr Giles in schwarzem Anzug wartete auf. Die eine der Damen war schon hoch in Jahren, aber ihre Haltung war noch so gerade wie die steife Rückenlehne des Eichenstuhles, auf dem sie saß. Würdevoll, mit gefalteten Händen saß sie da und hatte ihre Augen, deren Glanz das Alter kaum hatte trüben können, auf ihre Gesellschafterin gerichtet. Diese, im Frühling ihres Lebens, war eine Jungfrauengestalt im 17. Lebensjahre und ihre Erscheinung war zierlich und edel, mild und zart, rein und schön. Der Geist, der aus ihren dunkelblauen Augen strahlte, schien weder ihrem Alter noch der Welt anzugehören. Ihr Lächeln aber, das frohe, glückliche Lächeln, verhieß häuslichen Frieden und häusliches Glück. Sie war eifrig mit dem Zubereiten des Tees beschäftigt und, wenn sie zufällig die Augen erhob und die alte Dame sah, legte sie in den Blick viel Zärtlichkeit und Liebe. »Brittles ist bereits eine Stunde fort, nicht wahr, Giles?«, fragte die alte Dame. Herr Giles überlegte gerade, als ein Einspinner vorfuhr, aus dem ein dicker Herr sprang und durch das Haus in das Zimmer stürzte, wo er benahe Herrn Giles und den Frühstückstisch umgerammt hätte. »Das ist ja unerhört!«, rief der dicke Herr. »Meine beste Frau Mayley, um Himmels Willen und noch dazu mitten in der Nacht, sowas ist mir noch nicht vorgekommen.« Unter diesen Teilnahmebezeugungen schüttelte er beiden Damen die Hände, nahm Platz und fragte, wie es ihnen ginge. »Sie hätten vor Schrecktod umfallen können, auf der Stelle. Warum schickten Sie nicht zu mir? Mein Diener wäre in einer Minute hier gewesen, ebenso ich und mein Assistent. Wir wären glücklich gewesen, Ihnen gefällig zu sein.« »Und Sie, Fräulein Rosa?«, fragte der Doktor, sich an die junge Dame wendend. »Ich?« »Mir geht's gut«, fiel ihm Rosa ins Wort. »Aber oben liegt ein armer Mensch, verwundet, und die Tante wünscht, Sie möchten nach ihm sehen.« »Ach ja, richtig«, sagte der Doktor. »Wo ist er? Führen Sie mich zu ihm. Wenn ich herunterkomme, spreche ich bei Ihnen nochmals vor, Frau Mayley. Das ist also das kleine Fenster, durch das er hereinkam. Das hätte ich kaum für möglich gehalten.« Plaudernd folgte er Herrn Giles die Treppe hinauf. Der Doktor blieb länger fort, als die Damen dachten. Es wurde ein flacher Kasten aus dem Wagen geholt, ziemlich oft geklingelt, und die Dienstboten liefen ununterbrochen die Treppen hinauf und hinunter. Lauter Zeichen, aus denen man schließen konnte, dass oben etwas Wichtiges vorgehen müsse. Endlich kam er zurück, machte ein geheimnisvolles Gesicht und schloss die Tür behutsam hinter sich. »Hm«, meinte der Doktor, »es ist nichts besonders Abschreckendes in seinem Äußeren. Haben Sie etwas gegen einen Besuch in meiner Anwesenheit?« »Wenn es nötig ist, gewiss nicht«, erwiderte die alte Dame. »Dann möchte ich darum bitten«, sagte der Doktor. »Jedenfalls bin ich überzeugt, dass Sie es später bereuen würden, wenn Sie es unterlassen hätten. Er ist vollkommen ruhig und gut versorgt. Darf ich bitten, Freundin Rosa? Sie brauchen keine Angst zu haben, mein Ehrenwort.« »Dreißigstes Kapitel. Was die beiden Damen und Dr. Losburn von Oliver dachten« »Nun«, sagte der Doktor leise, als er sachte auf die Klinke der Tür drückte, »ich bin gespannt zu hören, was Sie von ihm halten. Er ist zwar unrasiert, sieht aber trotzdem nicht wie ein Räuber aus. Einen Augenblick, ich will erst noch einmal nachsehen, ob er in der Verfassung ist, Besuch zu empfangen.« Er ging zuerst ins Zimmer, sah sich darin um, winkte dann seinen Begleiterinnen hereinzukommen, schloss die Tür und schob langsam die Bettgardine zurück. Man sah im Bett statt eines wüst aussehenden Verbrechers, wie man erwartete, ein Kind, das vor Schmerz und Erschöpfung in tiefen Schlaf gesunken war. Der verwundete Arm lag verbunden auf seiner Brust, während der Kopf auf dem anderen ruhte, der durch Olivers lang hinabwallendes Haar fast verdeckt wurde. Der wackere Doktor hielt die Gardine in der Hand und sah den Kleinen schweigend an. Inzwischen trat die junge Dame näher und setzte sich auf einen Stuhl neben dem Bette. Sie strich dem Jungen das Haar aus dem Gesicht, als sie sich über ihn beugte, fielen einige Tränen auf seine Stirn. Oliver regte sich und lächelte im Schlaf, als ob dieses Zeichen von Mitleid und Erbarmen irgendeinen süßen Traum von nie gekannter Liebe in ihm hervorriefe. »Was bedeutet das nur?« rief die alte Dame. »Dieser arme Junge kann doch nie und nimmer ein Spitzbube sein.« »Das Laster«, seufzte der Arzt und zog die Gardine wieder zu, schlägt seinen Wohnsitz in gar vielen Tempeln auf, und wer kann sagen, ob es sich nicht auch hinter einer schönen Außenseite versteckt. »Aber doch nicht in so früher Jugend«, meinte Rosa. »Mein liebes Fräulein«, entgegnete der Doktor traurig den Kopf schüttelnd, »das Laster ähnelt dem Tode und beschränkt sich nicht allein auf die Alten und Abgelebten. Es sucht sich nur zu oft unter den Jüngsten und Schönsten seine Opfer. Ach, können Sie wirklich glauben, dass dieser zarte Knabe sich freiwillig dem Auswurf der Menschheit angeschlossen hat?«, fragte Rosa. Der Doktor bewegte den Kopf in einer Weise, die anzudeuten schien, dass er es für möglich halte. Dann führte er die Damen mit der Bemerkung, der Kranke könnte gestört werden, in ein anstoßendes Zimmer. »Aber selbst wenn er verbrecherisch gewesen wäre«, fuhr Rosa fort, »bedenken Sie, wie jung er ist. Vielleicht hat er nie Mutterliebe, vielleicht nie ein Heim gekannt, und ist durch schlechte Behandlung, Prügel oder Hunger an Menschen geraten, die ihn zu Verbrechen zwangen. Tante, liebste Tante, bedenken Sie das, ehe Sie das kranke Kind ins Gefängnis schleppen lassen, dass jedenfalls das Grab für jede Möglichkeit einer Besserung werden muss. Haben Sie daher Mitleid mit ihm, ehe es zu spät ist.« »Liebes Kind«, sagte die alte Dame und drückte das weinende Mädchen an ihre Brust, »Glaubst du, ich werde dem Knaben ein Haar krümmen lassen?« »Oh nein, sicher nicht«, versetzte Rosa lebhaft. »Meine Tage sind gezählt«, fuhr die alte Dame fort, »und der Herr wird mir gnädig und barmherzig sein, wie ich auch mit anderen Erbarmen habe.« »Was kann ich zur Errettung des Knaben tun, Herr Doktor?« »Ich will darüber nachdenken, gnädige Frau. Ich muss überlegen.« »Er wird etwa in einer Stunde aufwachen, und obgleich ich dem schafsköpfigen Ortspolizisten gesagt habe, dass man mit dem Jungen wegen seines gefährlichen Zustandes nicht sprechen dürfe, glaube ich doch, dass wir es unbedenklich tun können. Ich stelle nun die Bedingung, dass ich ihn in ihrer Gegenwart ausfragen darf. Lassen seine Antworten erkennen, und ich halte es für mehr als möglich, dass er wirklich durchaus verdorben ist, so soll er ohne weiteres seinem Schicksal überlassen werden. Wenigstens ich kümmere mich dann nicht mehr um ihn.« »Oh nein, Tante«, flehte Rosa. »Doch, Tante«, sagte der Doktor, »ist es abgemacht?« »Er kann kein hartgesottener Verbrecher sein«, meinte Rosa, »das ist unmöglich.« »Nun also«, erwiderte der Doktor, »umso weniger ist Grund vorhanden, auf meinen Vorschlag nicht einzugehen.« Man einigte sich schließlich und setzte sich, um Olivers Erwachen zu erwarten. Die Unterredung wehrte lange, denn Oliver erzählte ihnen seine ganze Lebensgeschichte und musste verschiedene Male vor Schmerz und Schwäche innehalten. Es hörte sich feierlich an, als im dunklen Zimmer die schwache Stimme des kranken Kindes flüsterte und einen traurigen Bericht gab, von dem Jammer, Elend und Leiden die schlechte, grausame Menschen über ihn gebracht hatten. 31. Kapitel Von dem glücklichen Leben, das Oliver bei seinen gütigen Beschützerinnen zu führen anfing. Oliver hatte viel Schmerzen auszustehen, die Wunde tat arg weh und dazu gesellte sich noch ein heftiges Fieber, das viele Wochen anhielt und ihn sehr herunterbrachte. Endlich fing es an, mit ihm besser zu werden und er konnte unter Tränen seinen Dank abstatten und sagen, wie tief er die Güte der Damen empfinde. Er wünschte und hoffte, ihnen nach seiner Genesung Beweise seiner Dankbarkeit geben zu können. Er sehne sich danach, ihnen irgendwie dienen zu können, damit sie sehen, dass sie ihre Güte nicht an einen Unwürdigen verschwendet hätten. Liebes Kind, sagte Rosa, du wirst manche Gelegenheit dazu haben. Wir gehen aufs Land und meine Tante will dich mitnehmen. Die ländliche Ruhe und die reine Luft werden dich in kurzer Zeit wieder ganz gesund machen. Dann wollen wir dich auf hunderterlei Art beschäftigen, sobald du der Mühe gewachsen bist. Mühe? rief Oliver. Ach, liebes Fräulein, wenn ich nur für sie arbeiten oder ihnen eine Freude machen könnte, indem ich ihre Blumen begösse, ihre Vögel pflegte oder Gänge für sie machte. Ich würde, wer weiß was, darum geben. Aber es fiel mir eben ein, dass ich jetzt schon undankbar bin. Gegen wen? fragte Rosa. Gegen den gütigen Herrn und die liebe Dame, die sich meiner so herzlich angenommen haben. Ich weiß bestimmt, sie würden sich freuen, wenn sie erführen, dass ich hier so glücklich bin. Das glaube ich auch. Und Herr Losbern hat sich bereits vorgenommen, mit dir dort einen Besuch zu machen, sobald es dein Zustand erlaubt. Wirklich, Fräulein? rief Oliver und sein Gesicht strahlte. Ach, ich wüsste mich vor Freude nicht zu lassen, wenn ich die lieben Menschen wiedersehen würde. Nach ziemlich kurzer Zeit war Oliver so weit wiederhergestellt, dass er die kleine Reise zu Herrn Brownlow wagen durfte. In einem kleinen Wagen der Frau Miley fuhr er zusammen mit Herrn Losbern nach Pendenville. Da Oliver den Namen der Straße kannte, in der Herr Brownlow wohnte, so bedurfte es keiner weiteren Nachfrage. Als die Kutsche um die Ecke bog und Oliver das Haus sah, schlug sein Herz zum Zerspringen. »Nun, wo ist's?« fragte Herr Losbern. »Dort, das weiße Gebäude«, erwiderte der Junge hastig aus dem Fenster zeigend. »Ach, lassen Sie schneller fahren. Es ist mir, als müsste ich vergehen. Ich zittere am ganzen Leibe.« »Beruhige dich, Junge«, sagte der Doktor und klopfte Oliver beschwichtigend auf die Schultern. »Gleich bist du da, und sie werden mächtig erfreut sein, dich gesund und munter wiederzusehen.« »Ach, das hoffe ich auch. Sie waren so gut, so furchtbar gut zu mir.« Die Kutsche rollte weiter. Sie hielt nun. »Nein, das war nicht das rechte Haus. Das nächste.« Man fuhr weiter und machte abermals Halt. Oliver sah aus dem Fenster und Tränen der Freude rollten ihm über die Backen. Aber ach, das Haus war leer. Am Fenster klebte ein Zettel mit der Aufschrift »Zu vermieten«. »Wir wollen im nächsten Haus fragen«, rief der Doktor Oliver am Arm nehmend. »Können Sie uns nicht sagen, was aus Herrn Brownlow geworden ist, der nebenan gewohnt hat?« Das Dienstmädchen wusste es nicht, wollte aber fragen gehen. Sie kam schnell wieder zurück und sagte, Herr Brownlow hätte alle seine Besitzungen verkauft und wäre vor sechs Wochen nach Westindien gegangen. Oliver rang die Hände und taumelte zurück. »Hatte seine Hausdame auch mitgenommen?«, fragte Herr Losber nach kurzer Pause. »Ja«, antwortete das Mädchen. Der alte Herr, die Hausdame und ein Freund von Herrn Brownlow, alle reisten miteinander. »Also, wieder nach Hause«, rief der Doktor dem Kutscher zu. »Die Pferde können Sie füttern, wenn wir dieses verfluchte London erst mal im Rücken haben.« »Wollen wir nicht zu dem Buchhändler? Ich kenne den Weg. Besuchen Sie ihn doch«, bat Oliver. »Lieber Junge, wir haben heute genug Enttäuschungen erlebt«, sagte der Doktor, »für uns beide gerade hinreichend. Wenn wir zu dem Buchhändler führen, würden wir sicher hören, er sei tot oder weggelaufen oder hätte sein Haus angezündet. Nein, 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 wir fahren nach Hause.« Dieses Missgeschick verursachte Oliver inmitten seines Glückes viel Kummer. Hatte es ihm doch während seiner Krankheit manche frohe Stunde bereitet, wenn er sich ausmalte, wie sich Herr Brownlow und Frau Bedwin freuen würden, ihn wiederzusehen. Auch hatte die Hoffnung, sich ihnen gegenüber rechtfertigen zu können, ihn in seinen neuen, ihm auferlegten Prüfungen aufrechterhalten. Er erlag fast dem Gedanken, dass sie so weit fortgezogen seien mit dem Glauben, er wäre ein Betrüger und Dieb. Einem Glauben, den ihnen zu nehmen, er vielleicht bis zu seinem Tode nicht imstande war. Das Benehmen seiner Wohltäter gegen ihn blieb unverändert freundlich. Als nach 14 Tagen schönes, warmes Wetter einzutreten begann und Sträucher und Bäume sich in frisches Grün gekleidet hatten, traf man Anstalten, die Villa in Schörze auf einige Monate zu verlassen. Dann reisten die Damen aufs Land und nahmen Oliver mit. Der neue Aufenthalt war ein ungemein liebliches Fleckchen Erde und für Oliver, der bisher seine Tage fast immer in dumpfigen Räumen zugebracht hatte, schien ein neues Leben zu erblühen. In der Nähe befand sich ein kleiner Gottesacker, unter dessen niedrigen Rasenhügeln die alten Leute des Dorfes ihren letzten Schlaf schliefen. Oliver machte hierher oft seinen Spaziergang, setzte sich manchmal, wenn er des ärmlichen Grabes seiner Mutter gedachte, an einem der Hügel nieder und schaffte seinem Herzen durch Tränen Erleichterung. Es war eine glückliche Zeit. Froh und heiter entschwanden ihm die Tage und die Nächte brachten ihm nur freundliche Träume. Alle Morgen besuchte er einen in der Nähe der kleinen Kirche wohnenden alten Herrn im Silberhaar, der ihm besser lesen und schreiben lehrte und sich so große Mühe mit ihm gab, dass Oliver alles aufbot, um ihm recht viel Freude zu machen. Dann ging er mit Frau Meili oder Rosa spazieren oder saß neben ihnen im Garten und hörte aufmerksam zu, wenn die junge Dame vorlas. Nachher hatte er für den nächsten Tag seine Aufgaben zu lernen, mit denen er in einem kleinen Gartenzimmer eifrig beschäftigt war, bis der Abend herankam und die Damen ihn abermals auf ihre Spaziergänge mitnahmen. Wenn es ganz dunkel geworden war und sie nach Hause zurückkehrten, setzte sich Rosa gewöhnlich ans Klavier und spielte irgendeine sanfte Weise oder sang mit lieblicher Stimme ein altes Lied, das die Tante zu hören wünschte. Wenn dann erst der Sonntag kam, wie ganz anders wurde der zugebracht, als er ihn bisher zu verleben gewohnt war. Morgens war er in der Kirche, wo die grünen Blätter um die Fenster rankten. Dann kamen wieder Spaziergänge und abends las Oliver einige Kapitel aus der Bibel. Morgens ganz früh war Oliver auf den Beinen, streifte durch die Wiesen und Felder und brachte mächtige Sträuße wild wachsender Blumen nach Hause. Er schmückte damit den Frühstückstisch. So entschwanden drei Monate, die für Oliver wahre Tage der Seligkeit waren. 32. Kapitel In dem das Glück Olivers und seiner Freunde plötzlich einen argen Stoß erleidet. Der Frühling ging schnell dahin und der Sommer kam. Das ruhige Leben in dem kleinen Häuschen ging unverändert fort und Frohsinn und Heiterkeit herrschten dort. Oliver war schon lange gesund und kräftig geworden, aber er blieb stets der sanfte, stille, liebevolle Junge, der er in den Tagen war, als er noch der Pflege und Wartung bedurfte. An einem schönen Sommerabend hatten die Damen einen ungewöhnlich langen Spaziergang gemacht, denn der Tag war sehr heiß gewesen und der Abendwind hatte etwas Kühlung gebracht. Da man im heiteren Gespräch den Ausflug länger als sonst ausgedehnt hatte, fühlte sich Frau Meili ziemlich ermüdet und man kehrte nun langsam nach Hause zurück. Rosa nahm ihren Strohhut ab, setzte sich wie gewöhnlich ans Klavier und nach einem langen Vorspiel ging sie in eine gehaltene, feierliche Melodie über, während deren man sie auf einmal laut schluchzen hörte. »Was ist dir, liebes Kind?«, fragte Frau Meili. »Ich wollte sie nicht gern in Unruhe versetzen,« sagte Rosa, »aber ich konnte die Tränen nicht aufhalten, so viel Mühe ich mir auch gab. Ich glaube jetzt selbst, Tante, ich bin krank.« Sie war es auch tatsächlich, denn als Licht hereingebracht wurde, bemerkte man, dass sich ihre gesunde Gesichtsfarbe in der kurzen Zeit seit ihrer Heimkehr in Marmorblässe verwandelt hatte. Oliver blickte die alte Dame ängstlich an und sein Herz war beklommen. Als er aber sah, dass die Tante ihre Besorgnis zu verbergen suchte, so bemühte er sich, ein Gleiches zu tun. Rosa erklärte nun, zu Bett gehen zu wollen und entfernte sich mit der Versicherung, dass sie sich schon besser fühle und hoffe, morgen wieder ganz gesund zu erwachen. »Fraulein Rosa wird doch nicht ernstlich krank sein, gnädige Frau«, sagte Oliver, als Frau Meili die Rosa begleitet hatte, wieder ins Zimmer trat. Die alte Dame winkte ihm zu schweigen, setzte sich in eine dunkle Ecke des Raumes und blieb selbst eine Weile stumm. Endlich begann sie mit bebender Stimme. »Ich hoffe nicht, Oliver. Ich bin mit ihr verschiedene Jahre sehr glücklich gewesen, zu glücklich vielleicht, und es könnte Zeit sein, dass mich wieder ein Unglück trifft, lieber Gott, bloß das nicht.« »Was für ein Unglück, gnädige Frau!« »Das Unglück, das liebe Mädchen zu verlieren«, erwiderte die Dame mit tonloser Stimme. »Sie war so lange mein Trost und mein Glück.« »Das wolle Gott verhüten«, rief Oliver hastig. »Ich sage dazu Amen«, sprach darauf die alte Dame und faltete fromm die Hände. Es folgte eine bange Nacht und als der Morgen graute, zeigte es sich nur zu sehr, wie recht Frau Meili mit ihrer Voraussagung hatte. Rosa lag im ersten Stadium eines heftigen und gefährlichen Fiebers. »Wir müssen uns tummeln, Oliver, und uns keinem nutzlosen Kummer hingeben«, sagte Frau Meili, dem Jungen mit tapferer Miene ins Gesicht schauend. »Dieser Brief muss so schnell wie möglich an Herrn Losbern befördert werden. Am besten durch einen reitenden Boten. Du sorgst dafür, dass das geschieht. Und dann ist hier noch ein anderes Schreiben«, fuhr Frau Meili nach kurzem Besinnen fort. »Ich weiß aber nicht, ob ich es jetzt schon absenden soll. Ich möchte es nur abgehen lassen, wenn das Schlimmste zu befürchten wäre.« »Soll es auch nach, Scherzi, gnädige Frau?« fragte Oliver und streckte die Hand danach aus. »Nein«, erwiderte die Dame, indem sie ihn mechanisch hinreichte. Oliver las die Adresse. »Herrn Harry Meili«, in dem Hause eines Lords auf dem Lande, dessen Namen ihm fremd war. »Soll er abgegeben werden, gnädige Frau?« fragte Oliver. »Nein, nein, ich will bis morgen warten.« Mit diesen Worten gab Frau Meili Oliver ihre Börse und dieser eilte fort, um den Brief an Herrn Losbern auf die Post zu bringen. Er jagte über die Felder und erreichte bald den Marktplatz des kleinen Fleckens. Vor dem Gasthof mit Namen der Georg redete Oliver einen Postillon an, der auf einer Bank dahindöste. Der Bote gab dem Gaul die Sporen und jagte davon. Es ist schon etwas zu wissen, dass keine Zeit verloren gegangen ist, wenn man nach Hilfe geschickt hat. Mit Rosa Meili war es schlimmer geworden, das Fieber hatte einen hohen Grad erreicht und sie fantasierte. Ein im Dorf wohnender Mediziner, der nicht von ihrem Bette wich, hatte Frau Meili beiseite genommen und ihr erklärt, dass es ein schwerer Fall wäre. Ein Wunder würde es sein, wenn sie wieder aufkäme. Wie oft sprang in der Nacht Oliver aus dem Bette, um ängstlich und besorgt an der Zimmertür der Kranken zu horchen. Dr. Losbern langte erst spät in der Nacht an. Es ist furchtbar traurig, sagte der Doktor, indem er sein Gesicht abwandte, so jung, von allen geliebt und so wenig Hoffnung. Oliver und die alte Dame saßen stundenlang ohne zu sprechen, in Erwartung beieinander und rührten keine Speisen an. Schließlich erfassten ihre lauschenden Ohren das Geräusch näher kommender Dritte und sie eilten beide zugleich an die Tür, als Herr Losbern eintrat. »Wie geht es, Rosa?« fragte Frau Meili. »Schnell sagen Sie es mir. Ich kann alles, nur nicht diese peinvolle Ungewissheit vertragen. Sprechen Sie, reden Sie um Himmels Willen.« »Fassen Sie sich,« sagte der Doktor sie stützend. »Ich bitte, bleiben Sie ruhig, liebe gnädige Frau.« »Um Gottes Willen lassen Sie mich, mein armes Kind. Ist sie tot? Sie liegt im Sterben.« »Nein«, sagte der Doktor bewegt, »Da er gütig und barmherzig ist, wird sie leben, um uns noch viele Jahre zu beglücken.« Die alte Dame fiel auf die Knie und versuchte, ihre Hände zu falten. Die Willenskraft aber, die sie so lange aufrecht erhalten hatte, versagte mit dem ersten Dankgebet, das sie zum Himmel sandte, und sie sank ohnmächtig in die Arme des herbeieilenden Doktors. 33. Kapitel enthält einige einleitende Bemerkungen über einen jungen Herrn, der jetzt auf der Bildfläche erscheint und ein neues Abenteuer, das Oliver erlebt. Es war fast des Glückes zu viel, um ertragen werden zu können. Oliver war durch diese unerwartete Nachricht ganz betäubt. Die Nacht war bereits hereingebrochen, als er nach Hause ging, beladen mit Blumen, die er mit besonderer Sorgfalt für die Kranke gepflückt hatte. Plötzlich hörte er hinter sich eine Postkutsche in rasender Fahrt herankommen. Als der Wagen an ihm vorbeijagte, konnte Oliver im Innern einen Mann mit weißer Nachtmütze erkennen, dessen Gesicht ihm bekannt vorkam. Im nächsten Augenblick fuhr die Nachtmütze durch das Fenster heraus und befahl dem Postillon mit mächtiger Stimme, Halt zu machen. Als die Pferde standen, kam der Kopf mit der Nachtmütze wieder zum Vorschein und eine bekannte Stimme rief Oliver an. Hallo, wie steht's? Was macht Fräulein Rosa? Ach, Sie sind es, Giles, schrie Oliver und eilte an den Wagenschlag. Giles wollte gerade etwas erwidern, als er durch einen jungen Mann beiseite gedrängt wurde, der in einer Ecke des Wagens saß. Hastig fragte er Oliver nach dem Stand der Dinge zu Hause. Mit einem Wort rief der junge Herr, geht es besser oder schlechter? Besser, viel besser, sagte Oliver schnell. Gott sei Dank, rief der Herr. Weißt du es auch ganz gewiss? Ganz gewiss, entgegnete Oliver. Die Wendung zum Besseren trat erst vor ein paar Stunden ein und Herr Losbern meint, alle Gefahr wäre nun vorüber. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, sprang der junge Herr aus dem Wagen und sagte zu Giles, Es ist wohl besser, Sie fahren mit der Kutsche vorab, während ich zu Fuß nachkomme. Ich muss mich erst sammeln, bevor ich Sie sehe. Sie können meiner Mutter schon immer bestellen, dass ich bald da sein werde. Verzeihung, Herr Harry, ich würde Ihnen aber sehr zu Danke verpflichtet sein, wenn Sie sich durch den Postillon anmelden ließen. Ich kann mich so nicht zeigen. Ich würde bei der Dienerschaft allen Respekt verlieren. Nun, entgegnete Harry Miley lächelnd, handeln Sie nach Gutdünken. Soll also der Postillon vorfahren und uns anmelden, und Sie gehen mit uns. Aber vertauschen Sie die Nachtmütze mit einer anderen Kopfbedeckung, damit man uns nicht für Verrückte hält. Herr Giles riss die Nachtmütze vom Kopf, steckte sie in die Tasche und setzte sich einen Hut auf, den er seinem Gepäck entnahm. Der Postillon fuhr nun weiter und die drei folgten gemächlich nach. Als sie so dahinschritten, blickte Oliver von Zeit zu Zeit den neuen Ankemmling verstohlen an. Er war ungefähr 25 Jahre alt und von mittlerer Größe. Er hatte ein hübsches, offenes Gesicht und gewinnende Manieren. Trotz dem großen Altersunterschied war die Ähnlichkeit mit Frau Miley so auffallend, dass Oliver mühelos die Verwandtschaft herausgefunden haben würde, hätte der junge Herr auch nicht von ihr als von seiner Mutter gesprochen. Diese erwartete ihn bereits mit großer Sehnsucht, als er endlich anlangte, war sie ganz gerührt und zerfloss in Tränen. Ach, Mutter, sagte der junge Mann, warum hast du mir nicht früher geschrieben? Ich hatte geschrieben, aber nach reiflicher Überlegung entschloss ich mich, den Brief zurückzuhalten, bis ich Herrn Losbarns Meinung gehört hatte. Aber warum? Warum ließest du es darauf ankommen, was beinahe eingetreten wäre, wenn Rosa, wenn diese Krankheit eine andere Wendung genommen hätte? Hättest du dir das je verzeihen können? Niemals im Leben wäre ich wieder froh geworden. Wenn es so gekommen wäre, wäre dein Glück für immer vernichtet worden und es von keiner Bedeutung gewesen, ob du einen Tag früher oder später gekommen wärst. Und wer kann sich darüber wundern, wenn es so wäre, Mutter? Aber was rede ich von wenn? Es ist so, du weißt es, Mutter, du musst es wissen. Die Herzensnot, welche ich während der beiden letzten Tage erlitten habe, ringt mir das Geständnis einer Liebe ab, die, wie du wohl weißt, nicht von gestern stammt und nicht leichtfertig und vorübergehend ist. An Rosa, dem süßen, holden Mädchen, hängt mein Herz so innig, wie nur je das Herz eines Mannes an dem eines Weibes. Ich habe keine Gedanken, keine Zukunft, keine Lebenshoffnung, außer ihr. Und wenn du mir zu diesem heiß ersehnten Ziele in den Weg trittst, so zerstörst du mein Glück für immer. Mutter, denke besser von mir und überlege noch einmal, verkenne die heiße Liebe nicht, die du so gering anzuschlagen scheinst. Harry, weil ich so hoch von edlen und gefühlvollen Herzen denke, möchte ich ihnen Enttäuschungen und Wunden ersparen. Doch wir haben jetzt genug und über genug von der Sache gesprochen. So lass Rosa entscheiden, Du wirst mir doch mit deinen überstrengen Ansichten nicht Hindernis in den Weg legen. Gewiss nicht, aber ich möchte, dass du gut überlegst. Ich habe überlegt, jahrelang, seit ich überhaupt zu denken und überlegen fähig bin. Meine Gefühle sind unverändert geblieben und werden es auch bleiben. Und warum soll ich die Qual des Aufschiebens erdulden, ohne dass es einen vernünftigen Sinn hat? Nein, Rosa muss mich anhören, ehe ich wieder abreise. Wirst du ja sagen, dass ich hier bin? Natürlich. Und ihr sagen, welche Angst ich um sie ausgestanden hätte und wie ich mich sehne, sie zu sehen? Ja, ich will es ihr sagen. Die alte Dame drückte ihrem Sohne zärtlich die Hand und eilte aus dem Zimmer. Während dieses flüchtigen Gespräches standen Herr Losburn und Oliver an der anderen Seite des Gemachs. Der Doktor begrüßte jetzt Harry durch Handschlag und erstattete ihm einen ausführlichen Bericht über die Krankheit und das Befinden der Patientin. Der Abend verging in heiterster Stimmung, denn Herr Losburn war äußerst gut gelaunt und wie ermüdet und nachdenklich Harry Miley auch anfangs sein mochte, so konnte er doch dem Humor des Doktors nicht widerstehen. Dieser gab eine Anzahl von lustigen Erlebnissen aus seiner Praxis zum Besten und Oliver glaubte, nie etwas drolligeres gehört zu haben. So musste er zur großen Freude des Doktors fortwährend lachen und dieser lachte mit. Da Lachen ansteckend wirkt, so stimmte schließlich auch Harry in das allgemeine Gelächter ein. Kurz, die Gesellschaft war so vergnügt, als sie den Umständen nach sein konnte. Es war bereits spät, als man sich trennte und zur Ruhe ging, deren sie alle nach den Aufregungen der letzten Tage so sehr bedurften. Oliver stand am nächsten Morgen viel fröhlicher auf und ging mit größerer Lust an seine gewöhnliche Beschäftigung als sonst. Er pflückte die schönsten Blumen des Feldes, um Rosa eine Freude zu machen. Nachdem Harry Miley ihn am ersten Tag mit seiner Ladung hatte heimkehren sehen, fasste der junge Mann eine solche Leidenschaft für Blumen und entwickelte einen so feinen Geschmack in der Anordnung derselben, dass er seinen jungen Freud weit hinter sich ließ. Mochte aber Oliver in dieser Hinsicht ihm Nachteil sein, so wusste er dafür die Stellen, wo die schönsten zu finden waren. Alle Morgen durchstreiften sie miteinander die Umgebung und brachten stets das Schönste, was auf den Feldern und Wiesen stand, nach Hause. Die Fenster in Rosas Zimmer wurden jetzt weit geöffnet, denn die duftige Sonnenluft tat der Patientin wohl. In einem Fenster stand jeden Morgen ein frischer Blumenstrauß und es entging Oliver nicht, dass die Welkenblumen nie weggeworfen wurden. Er bemerkte auch, dass der Doktor, wenn er in den Garten kam, stets nach dem Fenster schaute und bedeutsam mit dem Kopf ernickte. So verflossen die Tage schnell und Rosa erholte sich wieder vollständig. Auch auf Oliver lastete die Zeit nicht schwer. Obgleich die junge Dame noch immer das Zimmer nicht verlassen durfte und von Abendspaziergängen keine Rede war, ausgenommen dann und wann ganz kurze mit Frau Meili. Er verdoppelte seinen Fleiß in den Unterrichtsstunden des silberlockigen alten Herrn und war über seine schnellen Fortschritte selbst erstaunt. Da wurde er eines Tages durch einen unerwarteten Vorfall aufs Äußerste erschreckt. Das kleine Zimmer, in dem er bei seinen Schularbeiten saß, war im Erdgeschoss, nach hinten hinaus. Man hatte von ihm die Aussicht auf den Garten, aus dem ein Pferdchen nach einem eingezäunten Rasenplatz führte. An einem schönen Abend in der Dämmerung saß Oliver am Fenster, noch eifrig in einem Buch lesend. Da der Tag ziemlich schwül war, überfiel ihn plötzlich eine Müdigkeit und er schlief über dem Buch ein. Zuweilen beschleicht uns eine Art Schlummer, die zwar den Leib gefangen hält, aber der Seele die Empfindung für die Außenwelt nicht nimmt. Oliver wusste daher recht gut, dass er in seinem eigenen kleinen Zimmer war und doch schlief er. Plötzlich trat eine Umwandlung seiner Umgebung ein, die Luft wurde schwül und er glaubte mit Angst und Schrecken wieder im Hause des Juden zu sein. Dort saß der abscheuliche Alte in seiner gewohnten Ecke, zeigte auf ihn und flüsterte leise mit einem anderen Mann, der mit abgewandtem Gesicht neben ihm auf einem Stuhle Platz genommen hatte. Psst, Freundchen, glaubte er den alten Judensagen zu hören, er ist es. Gewiss und wahrhaftig, komm weg. Glaubt ihr, ich erkannte ihn nicht, schien der andere zu antworten. Wenn eine Legion von Teufeln seine Gestalt annehme und er stände mitten unter ihnen, ich würde ihn herausfinden, verscharrt ihn fünfzig Fuß tief und führt mich über sein Grab, ich würde es wissen, dass er drunten liege, wenn auch kein Merkmal oder sonst ein Zeichen es andeutete. Der Mann schien diese Worte in einem so fürchterlichen Tone des Hasses zu sagen, dass Oliver entsetzt auffuhr und erwachte. Guter Gott, was trieb ihm da auf einmal das Blut so stürmisch zum Herzen und raubte ihm Sprache und Bewegungsfreiheit? Dort, dort am Fenster, dicht vor ihm, so dicht, dass er ihn fast hätte berühren können, ehe er zurückprallte, mit durchdringenden Blicken ins Zimmer sehend und den Seinigen begegnend. Dort stand der Jude und neben ihm, blass vor Furcht oder Wut oder vielleicht beidem, der Mann mit wild verzerrtem Gesicht, mit dem er im Gasthaus des Posthalters zusammengestoßen war. Doch nur einen Augenblick, dann waren sie verschwunden. Aber er hatte sie und sie ihn erkannt. Er stand eine Sekunde wie vom Blitz getroffen da. Dann sprang er aus dem Fenster in den Garten und rief laut um Hilfe. 34. Kapitel enthält das unbefriedigende Ergebnis von Olivers Abenteuern und ein ziemlich wichtiges Gespräch zwischen Harry Miley und Rosa. Als man auf Olivers Rufen herbeieilte, fand man ihn blass und zitternd dastehen. Er zeigte nach der Wiese hinter dem Garten und konnte nur mühsam die Worte hervorbringen. Der Jude! Der Jude! Herr Childs konnte aus diesem Ausruf nicht klug werden, aber Harry Miley, dessen Auffassungsgabe schneller war und er obendrein Olivers Geschichte von seiner Mutter gehört hatte, begriff sofort. Welche Richtung hat er eingeschlagen? fragte er und nahm einen Knüppel auf, der zufällig da herumlag. »Dorthin!« erwiderte Oliver den Weg andeutend, den die Männer genommen hatten. »Ich habe sie eben erst aus den Augen verloren.« »Dann sind sie im Graben,« sagte Harry. »Folgt und haltet euch dicht an mir.« Mit diesen Worten sprang er über die Hecke und schoss wie ein Pfeil dahin, sodass die anderen Mühe hatten, nachzukommen. Aber alles Suchen war vergeblich. Nicht einmal frische Fußspuren ließen sich entdecken. »Du musst geträumt haben, Oliver,« sagte Harry ihn beiseite nehmend. »Nein, nein, nein, gewiss nicht. Ich habe ihn ganz deutlich gesehen. Sie standen so bestimmt vor mir wie sie jetzt.« »Wer war der andere?« fragten Harry und der Doktor zur gleichen Zeit. »Derselbe Mensch, der mich, wie ich ihnen erzählte, im Gasthaus des Posthalters so ausschimpfte. Er sah mir gerade in die Augen und ich könnte darauf schwören, dass er es wäre.« »Und weißt du auch ganz gewiss, dass sie diesen Weg einschlugen. So gewiss wie ich weiß, dass sie vor dem Fenster standen.« Die beiden Herren sahen Olivers ernstes Gesicht und schauten dann einander an. Sie schienen sich durch seine bestimmten Antworten überzeugen zu lassen. Aber nirgends ließen sich Spuren finden. Das Gras war lang und nur da niedergetreten, wo sie selbst gelaufen waren. »Das ist merkwürdig,« meinte Harry. Trotz der anscheinenden Erfolglosigkeit ihres Suchen setzten sie es bis zum Einbruch der Nacht fort, erst dann ließen sie, wenn auch ungern, davon ab. Nach einigen Tagen fing man an, die Geschichte zu vergessen, nachdem der Reiz des Seltsamen aus Mangel an neuer Nahrung erstorben war. Inzwischen ging es mit Rosas Genesung schnell vorwärts. Sie durfte das Zimmer verlassen, konnte ausgehen und brachte, als sie dem Familienkreise wieder zurückgegeben war, Sonne und neues Leben in alle Herzen. Eines Morgens im Wohnzimmer trat Harry ein und bat mit stockender Stimme um Erlaubnis, Rosa einige Augenblicke ungestört sprechen zu dürfen. Wenige, sehr wenige werden genügen, Rosa, was ich dir zu sagen habe, weißt du bereits. Die größten Hoffnungen meines Lebens sind dir nicht unbekannt, obgleich sie noch nie über meine Lippen gekommen sind. Rosa war bei seinem Eintreten blass geworden, was vielleicht noch eine Nachwirkung der Krankheit war. Sie nickte zustimmend, beugte sich über einige Blumen, die in ihrer Nähe standen und wartete schweigend darauf, dass er anfangen würde. Ich, ich hätte schon früher abreisen sollen. Gewiss, Harry. Die Angst, das einzige Wesen zu verlieren, das mein Ein und mein Alles ist, hat mich hierher getrieben. Bei diesen Worten perlten Tränen Rosa unter Tränen. Es gibt kein Streben, das meiner würdiger wäre, als das Ringen um mein Herz wie das deinige. Er ergriff ihre Hand und fuhr leidenschaftlich fort. Rosa, liebe Rosa, ich habe dich seit Jahren geliebt. Ich hoffte, mir Ruhm zu gewinnen und dann stolz heimzukehren und dir zu sagen, dass ich ihm nur nachjagte, um ihn mit dir zu teilen. Ich dachte dann, auf deine Hand Anspruch zu machen und damit einen längst zwischen uns schweigend geschlossenen Vertrag zu besiegeln. Die Zeit ist noch nicht gekommen, kein Ruhm geerntet, keiner meiner Jugendträume hat sich verwirklicht. Trotzdem biete ich dir mein Herz an, solange schon das deine, und setze mein Alles auf die Antwort, die meinem Antrag von dir zuteil wird. Dein Handeln war immer gut und edel, sagte Rosa. Damit du aber nicht glaubst, ich sei undankbar und gefühllos, so höre meine Antwort. Wird sie mich auffordern, dass ich mich bemühen soll, dich zu verdienen, teuerste Rosa? Nein, sie will dich bloß bitten, mich zu vergessen, das heißt nur als Gegenstand deiner Liebe, nicht aber als deine alte, dir herzlich zugetane Freundin, denn das würde mich sehr kränken. Eine Pause folgte, während der Rosa ihr Gesicht mit der einen Hand bedeckte und ihren Tränen freien Lauf ließ. Die andere Hand hielt Harry immer noch fest. Und deine Gründe, Rosa, fragte er endlich leise, deine Gründe für diese Entscheidung, darf ich sie wissen? Du hast ein Recht darauf, sie zu erfahren, erwiderte Rosa, kannst ihnen aber nichts entgegenhalten, was meinen Entschluss zu ändern vermöchte. Es ist eine Pflicht, die ich erfüllen muss, ich schulde es anderen und mir. Dir? Ja, Harry, ich bin es mir selbst schuldig. Ein Mädchen ohne Eltern und Vermögen, mit einem Flecken auf seinem Namen, darf der Welt keinen Anlass zu der Annahme geben, sie hätte aus niedrigen Beweggründen deiner ersten Leidenschaft nachgegeben und dadurch wie ein Bleigewicht deinen Aufstieg gehemmt. Ich habe gegen dich und die Deinen die Verpflichtung, es zu verhindern, dass du durch dein edles Herz getrieben deiner Laufbahn eine solche Belastung aussetzt. So, erwiderst du also, meine Liebe, rief Harry, sag nur das, Rosa, sag nur das und lindere meinen Schmerz und meine Enttäuschung. Wenn ich es hätte tun können, ohne gegen ihn, den ich liebe, ein großes Unrecht zu begehen, antwortete Rosa, so würde ich die Erklärung meiner Liebe ganz anders aufgenommen haben, fiel Harry ein, verhehle mir wenigstens das nicht, Rosa. Ja, bestätigte sie, doch fuhr sie fort und zog ihre Hand aus der Seinigen. Warum wollen wir dieses peinliche Gespräch fortsetzen, peinlich und mich doch so beseligend? Ja, zu wissen, dass ich von dir geliebt wurde, wird mir stets eine Quelle hohen Glückes sein. Leb wohl, Harry, denn so wie wir uns heute gegenüberstanden, wird es nie mehr der Fall sein und so möge dich mein Segen begleiten. Noch ein Wort, Rosa, deine Gründe, ich möchte sie aus deinem eigenen Munde hören. Die schönsten Aussichten stehen dir offen, alle Ehren sind dir erreichbar, die durch Talent und einflussreiche Verbindungen errungen werden können. Aber deine Verwandten und Gönner sind stolz und ich will mich nicht in ihre Kreise drängen, zumal sie meine Mutter verachten, die mir das Leben gab. Ich will auch nicht Unehre über den Sohn derjenigen bringen, die an mir Mutterstelle vertreten hat, mit einem Worte und dabei wandte sie sich ab, um ihre Rührung zu verbergen. Es haftet ein Makel auf meinem Namen und der soll nicht auf einen anderen übergehen. Der Fluch soll mich allein treffen. Mächtige Erinnerungsbilder tauchten vor Rosa auf, während sie dies Eingeständnis machte, aber sie brachten auch Tränen mit sich, in denen sie jedoch Erleichterung fand. Ich kann mich meiner Schwäche nicht erwehren, aber sie wird mich in meinem Entschluss nicht wankend machen, sagte Rosa und reichte ihm ihre Hand hin. Doch jetzt muss ich dich verlassen. Versprich mir eines, erwiderte Harry, gestatte mir noch ein einziges Mal, in einem Jahr oder lieber noch früher, ein letztes Mal über diese Sache mit dir zu sprechen. Willst du mich etwa dann drängen, meinen unabänderlichen Entschluss umzustoßen, sagte sie mit wehmütigem Lächeln, es würde nutzlos sein. Nein, um dich in wiederholen zu hören, falls es dir beliebt. Ich will dir meine Stellung und alles, was ich dann habe, zu Füßen legen. Und wenn du bei deiner heutigen Abweisung beharrst, so will ich mich fügen. Gut, es sei so, es ist nur ein Schmerz mehr und ich bin vielleicht dann imstande, ihn leichter zu ertragen. Sie reichte ihm noch einmal die Hand, Harry aber schloss das Mädchen in seine Arme und drückte einen Kuss auf ihre reine Stirn. Dann eilte er hinaus. Fünfunddreißigstes Kapitel Dieses Kapitel ist eine Ergänzung des Vorhergehenden und ein Schlüssel zu einem Späteren. Sie sind also entschlossen, heute mein Reisegefährte zu sein. Wie? fragte der Doktor, als er mit Harry und Oliver beim Frühstück saß. Es hätte mir sehr leid getan, Herr Doktor, wenn ich bei Ihrer und Herrn Miley's Abreise nicht zugegen gewesen wäre, erwiderte Oliver. Du bist ein guter Junge. Musst mich auch einmal besuchen, wenn ihr wieder zurück seid. Oliver, sagte Harry leise, ich muss noch ein paar Worte mit dir reden. Der Junge trat zu ihm ans Fenster, verwundert über Harrys Traurigkeit und Unruhe. Du kannst jetzt gut schreiben, sagte Harry und legte die Hand auf Olivers Arm. Ich denke doch. Ich komme vielleicht auf einige Zeit nicht wieder nach Hause und wünsche, dass du mir schreibst, so alle 14 Tage. Willst du das? fragte Herr Miley. Gern. Ich bin stolz darauf, dass ich es tun darf, sagte der Junge ganz erfreut über diesen Auftrag. Es wäre mir lieb zu erfahren, wie es meiner Mutter und Fräulein Rosa geht. Du kannst daher einen ganzen Bogen vollschreiben und mir erzählen, was ihr für Spaziergänge macht, wovon ihr sprecht und ob sie, ja, ich meine sie beide, ob sie heiter und zufrieden sind. Verstehst du? Vollkommen, antwortete Oliver. Du brauchst ihnen übrigens nichts davon zu sagen, fügte Harry schnell wie beiläufig hinzu. Es soll daher ein Geheimnis zwischen uns beiden bleiben, aber vergiss ja nicht, mir alles mitzuteilen. Ich verlasse mich darauf. Oliver fühlte sich mächtig geehrt und wichtig und versprach, seine Berichte auf das Ausführlichste abzufassen. Herr Miley sagte ihm nun unter der Versicherung seines Wohlwollens Lebewohl. Der Doktor saß bereits im Wagen, Childs hielt den geöffneten Kutschenschlag und Harry sprang in den Wagen, nachdem er noch zuvor einen Blick nach Rosas Fenster geworfen hatte. Los, rief er dem Postillon zu. Rasselnd rollte der Wagen davon und lange noch schauten die Augen einer jungen Dame ihm nach. Rosa stand nämlich hinter den weißen Vorhängen ihres Fensters verborgen und hatte von dort aus Harrys letzten Blick aufgefangen. 36. Kapitel Hier können wir einen im ehelichen Leben nicht selten sich zeigenden Gegensatz beobachten. Herr Bumble saß in seinem Wohnzimmer im Armenhause und blickte mit schwermütigen Augen in den Kamin. Es war jedoch nicht allein Herrn Bumbles melancholische Stimmung, es fehlte auch nicht an anderen Anzeichen, die bekundeten, dass eine große Veränderung in der Lage der Dinge stattgefunden haben müsse. Die schöne Uniform des Gemeindedieners mit dem dazugehörigen Dreispitz, wo waren sie hingekommen? Der Rock, den er jetzt trug, war von dem Uniformrock ach so sehr verschieden und der pompöse Dreispitz hatte einen bescheidenen runden Hut Platz machen müssen. Herr Bumble war nicht mehr Gemeindediener. Herr Bumble hatte Frau Korni geheiratet und war Armenhausvater geworden. Ein anderer Gemeindediener war zur Macht gelangt und der Dreispitz, die Uniform und der Stock waren auf ihn übergegangen. Morgen werden's zwei Monate, seufzte Herr Bumble. Ich verkaufte mich, fuhr er seine Gedanken weiter spinnend fort, für sechs Teelöffel eine Zuckerzange, einen Milchtopf, etliche alte Möbel und zwanzig Pfund in bar. Ach, ich habe mich viel zu billig fortgegeben. Billig? kreischte eine grelle Stimme in Herrn Bumbles Ohr. Du bist noch umsonst zu teuer und Gott im Himmel weiß, dass ich dich teuer genug bezahlt habe. Herr Bumble drehte sich um und sah seine Ehehälfte streng an. Diese hatte seine Seufzer nur unvollständig verstanden und ihre Bemerkungen auf gut Glück hingeworfen. Frau Bumble sagte der Ehege mal vorwurfsvoll. Nun, schrie die Dame, willst du den ganzen Tag da sitzen und schnarchen? fragte Frau Bumble. Solange wie es mir beliebt, entgegnete Herr Bumble. Und obgleich ich nicht schnarchte, werde ich es aber doch tun, auch gehen, niesen, lachen und weinen, gerade wie es mir passt, denn ich habe das Recht dazu. Das Recht höhnte sie mit unaussprechlicher Verachtung. Jawohl, Frau Bumble, der Mann hat die Kommando-Gewalt. Und was wäre denn beim Himmel das Recht der Frau? schrie die Hinterbliebene des seligen Herrn Korne. Sie muss gehorchen, donnerte Herr Bumble. Das hätte dich dein unglückseliger, seliger Mann schon lehren sollen, dann wäre er vielleicht noch am Leben. Ach, wie sehr wünschte ich, dass er es wäre. Jetzt steh auf, sagte Frau Bumble im Befehlstode, und mach, dass du mir aus den Augen kommst, wenn du nicht willst, dass ich etwas ganz Desperates tue. Herr Bumble erhob sich mit kläglicher Miene und überlegte, was dieses Desperate wohl sein möge. Dann hob er seinen Hut auf und sah nach der Tür. Willst du gehen? fragte Frau Bumble drohend. Gewiss, mein Schatz, ich gehe schon, erwiderte er seine Schritte beschleunigend. Es war nicht meine Absicht, dich, ich gehe schon, meine Liebe, du bist aber auch gar zu heftig, dass ich wirklich, Herr Bumble stürzte hastig aus dem Zimmer, ohne daran zu denken, seinen Satz zu vollenden. Und das alles in zwei Monaten, klagte Bumble vor sich her. Vor nicht mehr als zwei Monaten war ich nicht nur mein eigener Herr, sondern auch Herr über das ganze Armenhaus. Und nun? Es war zu viel. Er ging zuerst planlos Straßauf, Straßab, bis sich sein erster Kummer gelegt hatte, dadurch war er aber durstig geworden. Er kam an einer Anzahl von Wirtshäusern vorbei und blieb endlich bei einer Kneipe stehen, deren Gastzimmer mit Ausnahme eines Gastes leer war, wie er sich vorher durch einen Blick durchs Fenster überzeugt hatte. Es fing gerade tüchtig zu regnen an und dies bestimmte ihn, hier einzukehren. Er forderte ein Glas Brandwein. Der einzige Gast außer ihm war groß, von dunkler Gesichtsfarbe und hatte einen langen Mantel umgehängt. Er schien fremd zu sein und den bestaubten Kleidern nachzuschließen, von weit her zu kommen. Er sah den eintretenden Bumble von der Seite an, erwiderte jedoch dessen Begrüßung nur mit einem Kopfnicken. Bumble besaß Würde genug für zwei und so trank er seinen Schnaps schweigend. Wie es aber oft zu geschehen pflegt, wenn Menschen unter ähnlichen Umständen zusammentreffen, so kam es, dass Bumble sich gewaltig versucht fühlte, mal einen verstohlenen Blick auf den Fremden zu werfen. Er musste aber seine Augen verlegen abwenden, als er seinem Gelüste nachgab, denn er bemerkte, dass der Fremde im selben Augenblick nach ihm hinsah. Bumbles Verlegenheit wurde durch den höchst merkwürdigen Ausdruck im Auge des Fremden noch gesteigert. Denn der stechende Blick des fremden Mannes schweifte argwöhnisch und misstrauisch umher und gab seinen Minen etwas Abstoßendes. Als sie sich in dieser Weise mehrere Male angesehen hatten, brach schließlich der Fremde das Schweigen. »Ich habe sie früher schon einmal gesehen, glaube ich«, fing er an. »Sie waren damals jedoch anders gekleidet. Ich begegnete ihnen zwar nur auf der Straße, aber ich meine doch, sie wieder zu erkennen. Sie waren früher hier der Gemeindediener, nicht wahr?« »Stimmt«, erwiderte Bumble etwas überrascht. »Was sind sie jetzt?« »Armen Bevertraulichkeit des Fremden von vornherein zurückweisen. Verwalter des Armenhauses, junger Mann. Sie sind zweifellos noch ebenso auf ihren Vorteil bedacht wie sonst, fuhr der Fremde fort, indem er Herrn Bumble scharf anblickte, der bei dieser Frage verwundert die Augen erhoben hatte. Sie brauchen sich nicht zu schämen, mir offen zu antworten, denn Sie sehen, ich kenne sie genau. Ich bin der Ansicht, dass ein verheirateter Mann ebenso dazu berechtigt ist, wenn ihm die Gelegenheit geboten wird, ein Stück Geld zu verdienen, wie ein Lediger. Gemeindebeamten sind nicht so glänzend bezahlt, dass sie einen kleinen Nebenverdienst ausschlagen sollten, wenn er sich ihnen in einer schicklichen Weise bietet. Der Fremde nickte lächelnd mit dem Kopf, als wenn er sagen wollte, dass er sich in seinem Manne nicht getäuscht hätte. Dann zog er die Klingel. Hören Sie mich einmal aufmerksam an, sagte der fremde Mann, nachdem er vorher die Tür und das Fenster geschlossen hatte. Ich kam heute Abend mit der Absicht hierher, sie zu treffen. Durch einen der Zufälle, die der Teufel manchmal herbeiführt, mussten sie in dieses Zimmer treten, gerade als ich mich in Gedanken mit ihnen beschäftigte. Ich möchte eine Auskunft an ihnen haben und verlange sie, so unbedeutend sie ist, nicht umsonst. Nehmen Sie das als Anzahlung. Mit diesen Worten schob er behutsam Herrn Bumble ein paar Goldstücke über den Tisch hin, als wünsche er nicht, dass man draußen das Geld klimpern höre. Herr Bumble prüfte die Münzen auf ihre Echtheit und steckte sie vergnügt in seine Tasche, als er sich davon die nötige Überzeugung verschafft hatte. Denken Sie einmal zurück. Warten Sie. An den Winter vor zwölf Jahren. Das ist lange her, meinte Herr Bumble, aber schön, ich hab's getan. Der Schauplatz, das Armenhaus. Gut. Zeit, die Nacht, ja, und der Ort, das elende Loch, wo liederliche Frauenzimmer piepsende Kinder in die Welt setzen, die der Gemeinde zur Last fallen, während sie ihre Schande im Grabe verbergen. Das wird, denke ich, das Wöchnerinnenzimmer sein, sagte Herr Bumble, der des Fremden aufgeregter Schilderung nicht ganz zu folgen imstande war. Ja, dort wurde ein Knabe geboren. Sehr viele, bemerkte Herr Bumble. Wohl der Teufel die Höllenbrut, schrie der Fremde, ich spreche von einem, einem schmächtig aussehenden, blassgesichtigen Bengel, der zu einem Leichenbestatter in die Lehre gegeben wurde und nachher nach London entlief. Ach, sie meinen Oliver, den Oliver Twist, an den kann ich mich natürlich noch ganz gut erinnern, versetzte Herr Bumble, es war ein eigensinniger Racker. Ich brauche nichts von ihm zu hören, habe schon genug von ihm vernommen, fiel ihm der Fremde ins Wort. Es handelt sich um die alte Hexe, die seiner Mutter bei der Entbindung Beistand, wo ist sie? Sie starb, sagte Herr Bumble. Der Unbekannte sah ihn bei dieser Mitteilung scharf an. Eine Weile schien es zweifelhaft, ob ihm die Nachricht erfreulich oder unerfreulich sei. Bumble war schlau genug, um eine Gelegenheit zu wittern, aus dem Geheimnisse seiner besseren Hälfte Geld zu machen. Er eröffnete daher dem Fremden mit geheimnisvoller Miene, die Hebamme hätte sich kurz vor ihrem Tode eine andere Frau rufen lassen, die wahrscheinlich Licht in die Sache bringen könnte. Wo kann ich die Frau treffen? fragte der Fremde mit unvorsichtiger Hast. Er zeigte, dass ihn die Mitteilung stark erregte. Nur durch mich, versetzte Herr Bumble. Bringen Sie sie um neun Uhr zu mir. Ich brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, dass es im Geheimen geschehen muss. Es ist ihr Vorteil. Mit diesen Worten ging er zur Tür und bezahlte die Zeche. Bumble sah sich das Papier an, welches ihm der Fremde in die Hand gedrückt hatte und sah, dass die Adresse keinen Namen enthielt und so folgte er dem Unbekannten, um ihn danach zu fragen. Was ist los? rief der Mann und drehte sich rasch um, als der Armenhaus Vater seinen Arm berührte. Warum ich zu fragen habe? Wollen sie mir nicht ihren Namen sagen? Monks, versetzte der Mann und eilte hastig weiter. 37. Kapitel Berichtet, was sich zwischen dem Ehepaar Bumble und Monks bei ihrer nächtlichen Zusammenkunft zutrug. Es war ein schwüler, dumpfer Sommerabend. Die dunklen Wolken, welche den ganzen Tag über mit Regen gedroht hatten, ließen einige Tropfen fallen und schienen ein schweres Gewitter zu verkünden. Herr und Frau Bumble kamen die Hauptstraße hinunter und bogen in eine Seitengasse, die auf einige halb verfallene Häuser am Flussufer führte. Beide waren in schäbige Mäntel gehüllt, die nicht nur den Zweck hatten, sie gegen den Regen zu schützen, sondern auch, um sie unkenntlich zu machen. Herr Bumble trug eine Laterne, deren Licht aber noch nicht brannte und ging voraus. Die Gegend die unter dem Deckmantel eines ehrlichen Gewerbes in Wirklichkeit von Raub und Diebstahl lebten. Hart am Flusse stand ein großes Gebäude, das früher eine Fabrik gewesen zu sein schien, aber jetzt nur eine Ruine war. Vor diesem Hause machte das würdige Paar Halt, als das Rollen eines fernen Donners zum ersten Mal die Luft erschütterte und der Regen in Strömen goss. Hier herum muss es Hallo, rief eine Stimme von oben. Bumble schaute hinauf und gewahrte einen Mann, der aus einem Fenster des zweiten Stockes hinaussah. Einen Augenblick, ich komme sofort hinunter, rief die Stimme. Kommt schnell herein, haltet mich hier nicht unnötig auf, sagte Monks. Frau Bumble, die zuerst gezögert hatte, trat jetzt mutig ins Haus und Herr Bumble, der sich schämte oder fürchtete zurückzubleiben, folgte ihr auf dem Fuße. Man konnte ihm jedoch anmerken, dass ihm nicht besonders wohl zumute war. Zum Donnerwetter, warum blieben sie draußen im Regen stehen, sagte Monks, als er die Tür verschloss. Wir wollten uns nur ein bisschen abkühlen, stammelte Bumble und sah sich furchtsam um. Abkühlen? meinte Monks. Aller Regen, der je viel oder noch fallen wird, vermag dass der Mensch in seinem Inneren mit sich herum tragen kann. Mit diesen liebenswürdigen Worten und einem finsteren Blick wandte sich Monks zu Frau Bumble. Das ist die Frau, nicht wahr? fing Monks an. Ja, sagte Bumble kurz. Nachdem er dem würdigen Paar einen höhnischen Blick zugeworfen hatte, winkte er ihnen, ihm zu folgen. Als sie gerade eine steile Treppe hinaufstiegen, folgte, dass das ganze Gebäude bebte. Hört, rief er zurückschreckend, hört, als ob die Hölle losgelassen ist, ich hasse den Lärm. Er schwieg einige Augenblicke und hatte die Hände vors Gesicht geschlagen. Als er sie entfernte, schaute Herr Bumble in ein wachsbleiches, verzerrtes Gesicht. Ich bin manchmal solchen Anfällen unterworfen, sagte Monks, die Bestürzung Bumbles bemerkend. Besonders bei ist schon vorüber. Mit diesen Worten führte er sie nun eine Leiter hinauf und oben angekommen, schloss er gleich die Fensterläden des Zimmers, in dem sie Platz genommen hatten. Er ließ eine Laterne, die an der Decke an einem Strick hing, herunter und begann. Je schneller wir zur Sache kommen, desto besser ist's für uns alle. Die Frau weiß, um was es sich handelt, nicht wahr? Die Frage war an Herrn Bumble gerichtet, aber seine Frau kam ihm mit der Antwort zuvor und erklärte, dass sie vollkommen im Bilde wäre. Ist es so, wie er sagt, dass die alte Hexe ihnen auf ihrem toten Bette etwas anvertraute? In Betreff der Mutter des von ihnen benannten Knabens unterbrach ihn Frau Bumble ja. Es fragt sich also zunächst, worin ihre Mitteilung bestand, sagte Monks. Nein, das kommt erst später, bemerkte Frau Bumble trocken. Zuerst handelte sich darum, was ist die Mitteilung wert? Wer Teufel noch einmal kann das sagen, ohne zu wissen, was zur Sprache kam? Ich glaube niemand besser als sie, antwortete Frau Bumble. Hm, meinte Monks, man kann wohl Geld damit herausschlagen, wie? Was ist ihnen die Geschichte also wert? fragte Frau Bumble. Vielleicht nichts, vielleicht 20 Pfund, sagte Herr Monks, lassen Sie sie hören. Legen Sie noch 5 Pfund zu, geben Sie mir 25 Gold Stücke und Sie sollen alles erfahren, was ich weiß, eher nicht. 25 Pfund rief Monks zurück prallend aus. Ich habe so offen und deutlich wie nur möglich gesprochen. Es ist nicht einmal viel. Nicht viel für ein lumpiges Geheimnis, das vielleicht keinem Pfennig wert und schon zwölf Jahre alt ist? Solche Dinge halten sich und steigen wie gute Weine mit der Zeit oft um das Doppelte ihres Wertes, sagte Frau Bumble mit gut gespieltem Gleichmut. Wie aber, wenn ich das Geld für nichts ausgebe, sagte Monks bedenklich. Sie können es mir leicht wieder abnehmen, entgegnete Frau Bumble. Ich bin nur ein Weib, allein und ohne Schutz. Weder Alleinschatz noch unbeschützt, sagte nun Herr Bumble. Dabei zitterte seine Stimme vor Furcht. Ich bin auch noch hier Liebling. Du bist ein Idiot und tätest besser, deinen Mund zu halten, war Frau Bumbles Antwort. Da haben Sie recht, wenn er nicht leiser reden kann, sagte Monks wütend. Das ist also ihr Mann. Er holte einen Geldbeutel aus der Tasche und entnahm ihm 25 Goldstücke, die ihr Frau Bumble hinreichte. Nehmen Sie das Geld und wenn das verdammte Gewitter vorüber ist, das jetzt gerade über dem Hause losbricht, erzählen Sie Frau Bumble war ich mit ihr allein. Sie sprach von einem jungen Weibe, fuhr Frau Bumble fort, die vor einer Reihe von Jahren ein Kind zur Welt brachte, nicht nur im selben Zimmer, sondern sogar im gleichen Bette, auf dem die Alte jetzt mit dem Tode rang. Das Kind war dasselbe, das sie ihm gestern Abend nannten, erzählte die Matrone weiter und machte eine nachlässige Kopfbewegung zu ihrem Mann hin und die alte Sally bestahl das junge Weib. Als sie noch lebte, fragte Monks, nein, als sie gestorben war, antwortete Frau Bumble und ein Schauder überflog sie. Sie stahl der Toten das, was diese mit ihren letzten Atemzügen gebeten hatte, für das Kind in Verwahrung nehmen zu wollen. Sie verkaufte es, rief Monks gespannt, nicht wahr, sie verkaufte es, wo, wann, an wen, wie lange ist es schon her? Als sie mir dies mit letzter Kraftanstrengung gebeichtet hatte, fiel sie zurück und starb. Weiter hat sie nichts gesagt, rief Monks mit einer Stimme, die sich umso wütender anhörte, je mehr er sie zu dämpfen versuchte. Das ist eine Lüge, ich lasse mir nichts weismachen, sie sagte mehr, ich erwürge euch beide, wenn ich nicht herauskriege, was es war. Sie sagte weiter kein Wort, fuhr die Matrone ruhig fort, aber sie fasste krampfhaft mit der einen Hand mein Kleid und als ich nach ihrem Hinscheiden die Hand losmachen wollte, fand ich darin ein Stückchen schmutziges Papier. Was enthielt es? fragte Monks schnell sich wieder vorbeugend. Es war ein Pfandschein. Ich vermute, sie hat den Schmuck eine Zeit lang aufgehoben in der Hoffnung, ihn einst besser verwerten zu können, ihn aber dann doch verpfändet. Sie hat dem Pfandleier jedes Jahr die Zinsen bezahlt, um es sofort wieder einlösen zu können, wenn es ihr notwendig erschien. Sie starb mit dem Pfandschein in der Hand, wie ich bereits erzählte. Das Pfand wäre nach einigen Tagen verfallen und ich löste es ein. Wo ist es jetzt? fragte Monks rasch. Hier, rief Frau Bumble und warf hastig ein kleines ledernes Beutelchen auf den Tisch, als ob sie froh sei, es loszuwerden. Monks griff mit zitternden Händen danach und öffnete es. Es enthielt einen einfachen goldenen Trauring und ein Medaillon, in dem sich zwei Haarlocken befanden. Innen ist der Name Agnes eingegraben, ergänzte Frau Bumble ihre Erzählung. Für den Zunahmen hat man Raum gelassen und dann folgt ein Datum, welches in das Jahr vor der Geburt des Kindes fällt. Das habe ich herausgefunden. Und das ist alles? fragte Monks, nachdem er den Inhalt des Beutelchens festgestellt hatte. Ja, alles, antwortete die Matrone. Herr Bumble holte tief Atem, als freue er sich, dass die Geschichte zu Ende sei, ohne dass von einer Zurückgabe Ich weiß von der Sache nichts weiter, als was ich mutmaßen kann, sagte Frau Bumble nach kurzem Schweigen zu Monks und will auch nicht mehr davon wissen, das ist sicherer, aber darf ich zwei Fragen an sie richten? Das können sie, versetzte Monks überrascht, ob ich sie aber beantworten werde, ist eine andere Frage. War es das, was sie von mir zu hören erwarteten, fragte Frau Bumble? Ja, antwortete Monks und die andere Frage? Was gedenken sie zu tun? Kann es gegen mich gebraucht werden? Kann ich Schaden dadurch haben? Nie, weder gegen sie noch gegen mich, sagte Monks. Schaut her, aber tut keinen Schritt vorwärts, sonst ist euer Leben keinen Pfifferling wert. Mit diesen Worten schob er plötzlich den Tisch beiseite und öffnete vor Herrn Bumbles Füßen eine Falltür, sodass dieser eiligst ein paar Schritte zurück trat. Schauen sie da hinunter, sagte Monks und ließ die Laterne hinab. Wo würde wohl morgen früh der Leichnam des Menschen sein, den man jetzt hier hinunter wirfe? fragte Monks und ließ die Laterne in dem dunklen Schlunde hin und her schwingen. Zwölf Meilen weiter unten im Flusse und obendrein in zitternd. Monks holte nun das Beutelchen mit dem Medaillon und Trauring aus seiner Tasche und befestigte ein Bleistück von einem alten Flaschenzug daran, der zerbrochen in einer Ecke lag. Dann ließ er es hinunterfallen und man hörte ein schwaches plätschern, als es ins Wasser glitt. Alle drei blickten einander an und schienen freier zu atmen. So, sagte Monks, indem er die ausgibt, wie in den Büchern steht, Gold und Silber und daher auch diesen Plunder wird sie wohl für sich behalten. Wir haben uns nichts mehr zu sagen und können die Sitzung aufheben, aber dass sie mir reinen Mund behalten, fuhr er mit drohender Gebärde gegen Bumble fort. Wegen ihres Weibes bin ich unbesorgt. Mit einem einfachen Kopfnicken verabschiedete sich das wackere Ehepaar von ihrem geheimnisvollen Bekannten und trat in die Nacht und den Regen hinaus. Sie hatten sich kaum entfernt, als Monks einen Jungen rief, der irgendwo versteckt gewesen sein musste, ihn mit dem Licht vorangehen hieß und nach dem Gemach zurückkehrte, das er eben verlassen hatte. 38. Kapitel In dem wieder alte Bekannte erscheinen und das zeigt, wie Monks und der Jude ihre würdigen Köpfe zusammenstecken. Am Abend des folgenden Tages erwachte Herr William Sykes aus seinem Schlummer und fragte noch schlaftrunken, wie viel Uhr es sei. Die Stube, in der er lag, war keine von denen, die er vor dem Einbruch bewohnt hatte, aber sie befand sich im selben Stadtviertel und war nicht weit von seiner früheren Wohnung. Es war ein kümmerliches, kleines Gemach, das nur durch ein einziges kleines Dachfenster Licht erhielt. Auch fehlte es nicht an anderen Zeichen, dass der Ehrenmann in letzter Zeit ziemlich heruntergekommen war. Das wenige Hausgerät, der Mangel an Bequemlichkeit und sein abgemagertes Aussehen bestätigten es. Am Fenster saß mit der Ausbesserung einer dem Einbrecher gehörenden Weste beschäftigt, eine blasse, durch Entbehrungen und Nachtwachen so heruntergekommene Frauensperson, dass man in ihr nicht leicht die frühere Nancy wiedererkannt haben würde, wenn nicht ihre Stimme gewesen wäre, die den alten Klang hatte. Es hat vor kurzem sieben geschlagen, sagte das Mädchen. Wie geht es dir heute Abend, Bill? So schwach wie Wasser, erwiderte er mit einem kräftigen Fluch. Reich mir einmal die Hand, damit ich aus diesem verwünschten Bett komme. Die Krankheit hatte Sykes nicht milder gestimmt, denn als ihm das Mädchen aufhalf und ihn nach einem Stuhle geleitete, fluchte er über ihre Ungeschicklichkeit und prügelte sie. Heulst du schon wieder? fuhr Sykes sie an, lass bloß das Geplärre bleiben, scher dich zum Teufel, wenn du nichts Besseres tun kannst, verstanden? Jawohl, sagte das Mädchen, das Gesicht zur Seite wendend und zwang sich zu einem Lächeln. Was hast du nur wieder? So viele Nächte, sagte das Mädchen mit einem Anflug von weiblicher Zärtlichkeit, die ihrer Stimme eine gewisse Weichheit verlieh, so viele Nächte habe ich dich wie ein Kind geduldig gewartet und gepflegt und sehe dich heute zum ersten Male wieder bei Besinnung. Du würdest mich nicht so behandelt haben wie eben, wenn du daran gedacht hättest, nicht wahr? Bitte sag, du hättest es nicht getan. Nun ja, ich hätte es wahrscheinlich nicht getan, aber zum Donnerwetter, da fängt sie schon wieder an zu heulen. Es ist nichts, sagte Nancy und warf sich in einen Stuhl. Lass mir einen Augenblick Ruhe und es ist gleich vorüber. Was wird vorüber sein? fragte Sykes wütend. Was ist das wieder für ein Blödsinn? Steh auf und tu etwas, aber bleib mir mit deinem Weiberquatsch vom Leibe. Zu jeder anderen Zeit würde diese Aufforderung und der Ton, in dem sie gesprochen wurde, die gewünschte Wirkung gehabt haben. Aber das Mädchen war in der Tat abgespannt und ganz erschöpft, ließ den Kopf auf die Stuhllehne fallen und wurde ohnmächtig, ehe noch Herr Sykes einige passende Flüche ausstoßen konnte. Was ist los, Freundchen? fragte der Jude in die Stube treten. Da, hilf dem Mädchen gefälligst, schrie Sykes ungeduldig, steh nicht da, um zu quatschen. Mit einem Ausruf der Überraschung beeilte sich Faggin dem Mädchen Beistand zu leisten, während Herr Jack Dawkins, sonst auch der Ganef genannt, welcher nach seinem würdigen Freunde ins Zimmer getreten war, schnell ein Bündel, das er in der Hand trug, auf die Erde warf und Herrn Karl Bates, der ihm auf dem Fuße folgte, eine Flasche aus der Hand riss. In einem Augenblick entkorkte er sie mit den Zähnen und goss der Kranken einen Bringe mit dem Blasbalk etwas frische Luft unter die Nase, sagte der Ganef zu Karl Bates und sie Fägin reiben ihr die Handflächen während Bill ihr das Mieder aufmacht. Diese vereint angewandten Belebungsmittel übten bald die gewünschte Wirkung aus. Das Mädchen kam allmählich wieder zu sich, bangte nach einem Stuhl am Bett, verbarg ihr Gesicht in den Kissen und überließ es Herrn Seix die Neuankömmlinge gebührend zu empfangen. Donnerwetter, welch böser Wind hat dich hierher verschlagen, fragte er Fägin. Kein böser Wind, mein Lieber, antwortete der Jude, denn schlimme Winde blasen niemand etwas Gutes zu. Ich habe euch aber etwas Gutes mitgebracht, das euer Herz erfreuen wird. Ganef, macht doch einmal das Bündel auf und gib Bill die Kleinigkeiten, wofür wir heute morgen unser ganzes Geld ausgegeben haben. Der Ganef öffnete nun das ziemlich große Bündel, das aus einem zusammengeschlagenen alten Tischtuch bestand und händigte den Inhalt desselben Stück für Stück Carl Bates aus. Dieser legte die Gegenstände unter Lobsprüchen über ihre Vortrefflichkeit auf den Tisch. Seht, die Kaninchen pastierte Bill, köstliche, zarte Tierchen, das einem sogar ihre Knochen auf der Zunge zergehen und man sie nicht erst abzunagen braucht und hier den Tee, so stark, dass er benahe den Deckel der Teekanne in die Luft wirft und den Zucker, den herrlichsten Chester-Käse und dann, was sagt ihr nun? Hier brachte Herr Bates aus einer seiner umfangreichen Taschen eine ziemlich große, sorgfältig verkorkte Weinflasche zum reibend, das wird euch schmecken, das wird euch bekommen, Bill. Bekommen? schrie Sykes, ich hätte zehnmal umkommen können, ohne dass du für mich auch nur einen Finger krümmtest. Was soll das heißen, dass du mich über drei Wochen in dieser Patsche sitzen ließest, du falscher Hund, du? Na, hört bloß, Jungs, sagte der Jude achselzuckend, und wir kommen her, um ihm alle diese wundervollen Sachen zu bringen. Diese Sachen sind ja schön und gut, meinte Sykes etwas besänftigt, als er den Tisch überblickte. Aber was hast du zu deiner Entschuldigung anzuführen, dass du mich hier krank und ohne alle Mittel liegen ließest, als wäre ich ein Hund wie dieser da, Stillköter, brüllte er seinen Hund an, als dieser knurrte. Also womit kannst du dich ausreden, du altes Gerippe? Ich war über eine Woche von London weg, lieber Freund, in Geschäften. Und die anderen vierzehn Tage? Warum hast du dich da nicht um mich gekümmert? Ich hätte krepieren können wie eine kranke Ratte in ihrem Loch. Hätte ich das Mädchen nicht gehabt, so wäre ich wahrscheinlich verreckt. Das ist hier gerade, Bill, sagte der Jude, der begierig den letzten Satz auffasste. Wenn ihr das Mädchen nicht gehabt hättet, aber war es nicht der arme alte Fägin, der euch das Mädchen zuführte, und hättet ihr sie gehabt ohne mich? Weiß Gott, da hat er recht, meinte Nancy hastig hervortretend, lass ihn, Bill, lass ihn. Nancys Einmischung gab dem Gespräch eine andere Wendung, denn die Jungen begannen, auf einen Wink des schlauen alten Juden sie mit Schnaps zu traktieren, von dem sie jedoch nur Spaß am genoss. Fägin, der eine große Lustigkeit zur Schau trug, brachte allmählich Herrn Seix in eine bessere Laune. Er tat so, als betrachte er dessen Drohungen nur als Scherz und belachte den einen oder den anderen derben Witz des Einbrechers recht geräuschvoll. Herr Seix, der der Schnapsflasche wiederholt in reichlichem Maße zugesprochen hatte, sagte, das ist alles ganz schön und gut, aber ich muss heute noch Draht von dir haben. Ich habe nicht einen Pfennig bei mir, sagte Fägin, aber haufenweise zu Hause, entgegnete Seix, jedenfalls musst du Draht heranschaffen. Haufenweise, rief der Jude in komischem Entsetzen, ich habe nicht so viel wie, ich weiß nicht, wie viel Zaster du hast und ich wette, es ist dir selbst nicht einmal bekannt, da eine ziemliche Zeit dazu gehören würde, alle die Goldfüchse zu zählen, aber ich muss heute Abend noch Geld haben und damit basta. Schon gut, sagte der Jude mit einem Seufzer, ich werde den gerne schicken. Das lass mal, der würde vielleicht das Wiederkommen vergessen oder den Weg verlieren oder die Greifer würden ihn fassen, so dass er nicht hätte kommen können, um Ausreden ist er ja nicht verlegen. Nancy soll in deine Lasterhöhle mitgehen und den Draht holen, das ist sicherer, inzwischen werde ich noch ein bisschen pennen. Nach vielem Falschen handelte Fagin die geforderte Summe von fünf Pfund auf drei Pfund vier Schilling und sechs Pents herunter, wobei er wiederholt feierlich beteuerte, dass ihm nur noch 18 Pents zum Leben übrig blieben. Herr Seix meinte mürrisch, das wäre auch genug, worauf Nancy sich zum Fortgehen fertig machte. Fagin nahm nun Abschied von seinem ehrenwerten Freunde und trat von Nancy und den beiden Jungen begleitet den Rückweg an, während sich Seix aufs Bett warf. Als sie in der Wohnung des Juden ankamen, fanden sie dort Tobi Crackett und Herrn Chittling eifrig beim 15. Spiel Kribbage, das der letzte natürlich mit seinem 15. und letzten Sixpence Stück verlor, zur großen Erheiterung seiner jungen Freunde. Er hat mich ausgeplündert, rief Tom. Aber ich kann ja hingehen und mir wieder neues Geld verschaffen, sobald ich Lust habe. Stimmt's, Fagin? Sicher kannst du's, versetzte der Jude, und je eher du es tust, desto besser ist's. Sieh zu, dass du deinen Verlust schnell wieder gut machst und vertrödle keine Zeit. Die beiden Jungen nahmen ihre Hüte, nickten Nancy zu und verließen das Zimmer. Sie machten sich unterwegs über Herrn Chittling lustig. Nun will ich ihnen das Geld holen, Nancy. Psst, unterbrach er sich und verbarg hastig den Schlüssel in seiner Brusttasche. Wer mag das sein, horch! Den Zeigefinger an die Lippen legend, ging der Jude mit der Kerze an die Tür und erreichte sie gleichzeitig der rasch ins Zimmer trat und dicht vor dem Mädchen stand, ehe er es bemerkte. Es war Monks. Eine von meinen Schülerinnen, erklärte Fegin, als er sah, dass Monks beim Anblick des fremden Gesichts zurückfuhr. Bleiben Sie ruhig sitzen, Nancy. Diese rückte näher an den Tisch und blickte mit gleichgültiger Miene nach Monks hin, dann wandte sie die Augen ab. Als sich Monks aber zu dem Juden umdrehte, schielte sie beobachtend zu ihm hin, dass ein Dritter kaum geglaubt hätte, dass diese beiden Blicke von derselben Person wären. Neuigkeiten? fragte der Jude. Große. Und? Und? Gute? fragte Fegin mit langsamer Stimme, als fürchtete er den anderen durch große zur Schau getragene Zuversicht zu reizen. Jedenfalls keine schlechten, versetzte Monks lächelnd. Diesmal war ich fix genug, doch ich möchte mit euch allein sprechen. Das Mädchen rückte noch näher an den Tisch heran und tat so, als ob sie den Wink nicht verstand. Fegin, der wohl fürchtete, sie möge von dem Geld sprechen, wenn er sie hinausgehen ließ, zeigte nach oben und ging mit Monks aus dem Zimmer. Nur nicht wieder in das verfluchte Loch, wo wir neulich waren, hörte Nancy Antwort, die sie nicht mehr vernehmen konnte. Aus dem Knarren der Dielen schloss sie, dass er seinen würdigen Freund nach dem zweiten Stocke hinauf geführt hatte. Kaum waren die Fußtritte der beiden verhallt, als das Mädchen seine Schuhe auszog, aus dem Zimmer eilte und mit unglaublicher Geschwindigkeit geräuschlos die Treppe hinaufflog, oben verlor sie sich im Dunkel. Das Zimmer blieb über eine Viertelstunde leer. Dann kam Nancy mit gespensterhaften Schritten wieder zurück und gleich darauf hörte man auch die beiden Männer herunterkommen. Monks verließ sogleich das Haus und der Jude holte das Geld. Als er zurückkam, rückte sich das Mädchen gerade ihren Hut zurecht, als ob sie sich zum Gehen vorbereitete. Donnerwetter Nancy, rief Feigen erschrocken, als er das Licht auf den Tisch setzte. Wie blass sie aussehen. Blass, sagte das Mädchen in fest ansehend, ganz furchtbar, was ist denn los? Nichts, aber die dumpfe Luft hier im Zimmer ist angreifend, gebt schon das Geld, damit ich fort kann. Feigen zählte ihr das Geld in die Hand, worauf sie sich mit einem einfachen Gute Nacht trennten. Als sie auf der Straße war, setzte sie sich auf eine Türschwelle nieder und schien ganz erschöpft zu sein, als ob sie unfähig wäre, ihren Weg fortzusetzen. Plötzlich erhob sie sich aber und lief in entgegengesetzter Richtung von Sykes Wohnung davon. Endlich hielt sie atemlos inne, um neu Luft zu schöpfen. Mit einmal schien ihr die Besinnung zu kommen, dass sie unfähig war, das, was sie vorhatte, auszuführen. Sie brach in Tränen aus und rang die Hände. Möglich, dass die Tränen ihr Erleichterung verschafften oder dass sie die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage erkannte. Genug. Sie kehrte wieder um und eilte, um die verlorene Zeit wieder einzubringen mit großer Hass nach Sykes Wohnung. Herr Sykes bemerkte ihre Aufregung nicht und fragte bloß, ob sie das Geld hätte. Auf ihre bejahende Antwort setzte er den unterbrochenen Schlaf fort. Es war ein Glück für Nancy, dass das Geld Herrn Sykes in den Stand setzte, sich am anderen Tage ganz mit Essen und Trinken zu beschäftigen. Das hatte eine so wohltätige Wirkung auf seine Stimmung, dass er weder Lust noch Neigung spürte, sich um ihr Benehmen zu bekümmern. Sein luxäugiger Freund Fegin würde aber wahrscheinlich ihre Unrast auf den ersten Blick entdeckt haben und auf die Vermutung gekommen seien, dass ihr Aufgeregt Sein auf irgendeinen gefährlichen Schritt hindeutete, zu dessen Ausführung sie sich erst nach einem inneren harten Kampf entschließen konnte. Freilich, Herr Seix hatte nicht diesen scharfen Blick, wie denn auch einem so rauen Burschen zartere Gefühlsäußerungen nicht leicht auffallen konnten. Je näher der Abend heranrückte, desto mehr wuchs die Unruhe des Mädchens. Als sie am Bette des Einbrechers saß und wartete, dass er sich in den Schlaf trinken möge, lag eine so ungewöhnliche Blässe auf ihren Wangen und in ihren Augen blitzte ein solches Feuer, dass es selbst Zeix auffallen musste. Dieser, durch das Fieber geschwächt, trank den Schnaps mit heißem Wasser vermischt, damit er weniger aufregend wirkte. Er hatte Nancy gerade sein Glas gereicht, damit sie es zum dritten oder vierten Male wieder fülle, als er des Mädchens blässige warte. Zum Henker schrie er und richtete sich im Bette auf. Du siehst ja aus wie eine wandelnde Leiche. Was ist dir? Was mir ist, sagte das Mädchen, nichts. Es gibt, murmelte Zeix vor sich hin und richtete seinen Blick fest auf sie. Es gibt auf der ganzen Welt kein treueres und zuverlässigeres Mädel, sonst hätte ich ihr schon vor drei Monaten den Hals abgeschnitten. Sie hat das Fieber, das ist alles. Nachdem er sich so selbst beruhigt hatte, leerte Zeix das Glas und verlangte unter dem üblichen Gefluche seine Arznei. Das Mädchen sprang schnell auf und goss ihm den Rücken zukehrend die Medizin in eine Tasse, die er sogleich austrank. Nun sagte der Räuber, komm setz dich zu mir, zeig mir aber dein gewöhnliches Gesicht, wenn du nicht willst, dass ich es dir in einer Weise verändere, die dir das Wiedererkennen schwer macht. Nancy gehorchte und Zeix der ihre Hand fest umklammerte, legte sich auf die Kissen zurück und heftete den Blick auf sie. Nachdem er sich einige Male unruhig hin und her gewälzt hatte, fielen ihm schließlich die Augen zu und seine Hand öffnete sich, der Arm fiel schlaff von seiner Seite nieder und der Einbrecher lag wie in tiefer Betäubung da. Der Schlaftrunk hat endlich gewirkt, murmelte sie, doch vielleicht ist es jetzt schon zu spät. Sie nahm rasch ihren Hut und Schal, sah sich aber alle Augenblicke ängstlich um, als ob sie trotz des Schlaftrunks jede Sekunde den Druck von Seix schwerer Hand zu fühlen fürchte. Dann beugte sie sich langsam über den Schläfer und küßte seine Lippen, worauf sie schnell das Zimmer verließ und aus dem Hause schlüpfte. Es war elf Uhr abends, als sie sich dem Orte ihrer Bestimmung näherte. Dieser war ein Haus in einer ruhigen aber schönen Straße unweit des Heidparks. Mit einem raschen Entschluss trat sie in den Hausflur. Die Pförtnerstube war leer. Sie blickte unsicher umher und ging auf die Treppe zu. Nun, junge Frau, rief ein adrett gekleidetes Dienstmädchen aus einer Tür ihr zu. Zu wem wollen sie denn? Zu einer Dame, die in diesem Hause wohnt, antwortete Nancy. Zu einer Dame? fragte das Mädchen und musterte Nancy unverschämt von oben bis unten. Bitte zu welcher Dame? Zu Fräulein Miley. Das Dienstmädchen forderte nun einen Diener auf, Nancy die nötige Auskunft zu geben, worauf sich dieser das Gesuch vortragen ließ. Wen soll ich melden? fragte er. Der Name tut nichts zur Sache. Und was ist ihr Anliegen? fuhr der Bediente fort. Das kommt auch nicht in Betracht. Ich muss die Dame selbst sprechen. Da wird nichts draus. Damit schob er sie zur Haustür. Scheren sie sich weg. Man kann mich nur mit Gewalt hinausbringen und dazu dürften wohl zwei wie sie nötig sein, schrie Nancy laut. Ist denn keiner hier, sagte sie sich umblickend, der für ein armes Mädchen eine einfache Botschaft ausrichten will. Das machte auf einen gutmütigen Koch, der mit der anderen Dienerschaft im Auftritte zusah, Eindruck und er legte sich ins Mittel. Fangt mit mir an, was ihr wollt, sagte Nancy zu den Männern, aber tut zuerst, um was ich euch bat, um Gottes Willen, richtet meine Botschaft an die junge Dame aus. Der gutmütige Koch unterstützte ihre Bitte und erreichte damit, dass der zuerst erschienene Diener die Meldung übernahm. Also was soll ich der Herrschaft sagen, fragte er mit einem Fuß auf der Treppe, dass ein junges Mädchen dringend um eine Unterredung mit Fräulein Miley unter vier Augen bittet. Die Dame wird nach meinen ersten Worten schon urteilen können, ob sie mich weiter anhören will oder mich hinauswerfen lassen muss. Ich meine, das ist ein starkes Stück, sagte einer der Diener. Richten Sie das aus, versetzte Nancy bestimmt, und lassen Sie mich die Antwort wissen. Der Diener eilte die Treppe hinauf, Nancy stand Sie möge hinaufgehen. Nancy folgte mit zitternden Knien dem Diener in ein kleines, durch eine Hängelampe erleuchtetes Zimmer. Hier verschwand er und sie blieb allein. 39. Kapitel Eine denkwürdige Zusammenkunft, die gewissermaßen die Fortsetzung des vorigen Kapitels ist. Nancy hatte ihr Leben lang auf den Straßen der Hauptstadt und in den scheußlichsten Lasterhöhlen zugebracht, aber trotzdem hatte sie sich einen Rest von der Natur des Weibes bewahrt, als sie hinter der Tür leichte sich nähernde Schritte vernahm. Nancy erhob die Augen so weit, um gewarnt zu können, dass die Gestalt, jetzt ins Zimmer trat, die eines zarten und schönen Mädchens war. Dann schlug sie die Augen wieder nieder und sprach. Es hält schwer, sie zu Gesicht zu bekommen, Fräulein, wäre ich empfindlich gewesen und wieder fortgegangen, wie es wohl die meisten getan hätten, so würden sie wohl eines Tages Grund gehabt haben, es zu bereuen. Es tut mir leid, wenn man sie unhöflich behandelt hat, sagte Rosa, doch denken sie nicht mehr daran und sagen sie mir, warum sie mich zu sprechen wünschen. Ich bin Fräulein Miley. Der freundliche Ton dieser Antwort, die liebliche Stimme und das sanfte Benehmen, in dem keine Spur von Hochmut oder Verachtung war, überraschten Nancy derart, dass sie in Tränen ausbrach. Ach, Fräulein, Fräulein, sagte Nancy, indem sie die Hände leidenschaftlich rang, gebe es mehr ihresgleichen. Setzen sie sich, sprach Rosa, sie bringen mich in Verlegenheit. Sind sie arm oder unglücklich, so will ich ihnen gerne helfen, soweit es in meiner Macht steht, glauben sie mir, bitte setzen sie sich. Lassen sie mich nur stehen, Fräulein, sagte Nancy immer noch Tränen vergießend, und sprechen sie nicht in solchen gütigen Ton zu mir, bis sie mich besser kennen. Doch es ist spät, ist die Tür verschlossen? Ja, erwiderte Rosa einige Schritte zurücktretend. Warum? Weil ich im Begriff bin, antwortete Nancy, mein Leben und das Leben anderer in ihre Hände zu legen. Ich bin das Mädchen, das den kleinen Oliver an jenem Abend, als er das Haus in Pentenville verließ, zu Faggin, dem alten Juden zurückschleppte. Sie? rief Rosa erstaunt. Ja, ich, mein Fräulein, sagte Nancy. Ich bin die schlechte Person, von der sie gehört haben, die unter Dieben lebt und soweit ihre Erinnerung reicht, keine bessere Heimat gekannt hat, als die Straßen von London und die keine freundlicheren Worte hörte, als wie sie der Auswurf der Menschheit von sich geben kann. Gott ist mein Zeuge, so ist's. Ja, schrecken sie nur von mir zurück, Fräulein. Ich bin zwar jünger, als sie nach meinem Äußeren wohl glauben mögen, allein ich bin daran gewöhnt. Die ärmsten Weiber wenden sich ab, wenn ich ihnen auf der Straße begegne. Das ist ja schrecklich, rief Rosa unwillkürlich, einen weiteren Schritt zurückweichend. Gott, wie ich sie beklage, sagte Rosa mit zitternder Stimme, ihre Worte schneiden mir ins Herz. Gott lohne ihnen ihre Güte, ach, wie würden sie mich erst bedauern, wenn sie wüssten, was ich manchmal bin. Aber ich habe mich von denen fortgestohlen, die mich ohne Erbarmen mordeten, wenn sie erführen, dass ich hier gewesen bin, um ihnen mitzuteilen, was ich gehört habe. Kennen sie einen Mann namens Monks? Rosa verneinte. Aber er kennt sie und weiß, dass sie es mir, zu ihnen vorzudringen. Der Name ist mir vollkommen fremd. Dann ist er angenommen, wie ich früher schon vermutete. Vor einiger Zeit, kurz nachdem Oliver in der Nacht des Einbruchs in ihr Haus geschickt wurde, belauschte ich eine Unterredung, die dieser Mensch im Finstern mit dem alten Juden Fagin hatte. Ich erfuhr, Monks der Mann, nachdem ich sie vorhin fragte, also dass Monks Oliver zufällig an dem Tage, als wir ihn verloren mit zwei von unseren Jungs gesehen hatte. Er erkannte ihn augenblicklich als das Kind, auf das er es abgesehen hatte. Weshalb konnte ich nicht herauskriegen? Es wurde eine Vereinbarung getroffen, dass Fagin eine gewisse Summe kriegen sollte, wenn Oliver wieder zurückgebracht würde. Wenn es dem Juden gelingen sollte, Oliver zum Diebe abzurichten, was Monks zu irgendeinem Zwecke wünschte, sollte er noch mehr erhalten. Zu welchem Zwecke wohl? In der Hoffnung, das zu erfahren, trat ich etwas näher und der gewahrte Monks meinen Schatten an der Wand. Nur wenige außer mir wären damals wohl im Stande gewesen, einer Entdeckung zu entgehen. Mir gelang es jedoch, und ich sah bis gestern Abend nichts mehr von ihm. Und was geschah? Ich will es Ihnen sagen, Fräulein, gestern Abend kam er also wieder. Sie gingen wieder die Treppe hinauf und ich horchte wieder an der Tür, aber so, dass mich mein Schatten nicht verraten konnte. Die ersten Worte, die ich Monks sagen hörte, waren »So liegen denn die einzigen Beweise, durch die sich Oliver hätte legitimieren können, auf dem Boden des Flusses. Und die alte Hexe, die sie von der Mutter erhielt, modert in ihrem Sarge. Sie lachten und freuten sich, dass der Streich so gut gelungen war. Monks, der immer aufgeregter wurde, sprach noch weiter über Oliver und sagte, obwohl ihm das Geld des jungen Teufels jetzt sicher sei, hätte er doch lieber den anderen Weg eingeschlagen. Ein Hauptspaß wäre es gewesen, das prahlerische Testament des Vaters, dadurch Lügen zu strafen, dass man den Jungen durch alle Gefängnisse der Stadt hetzte und ihn dann wegen irgendeines Kapitalverbrechens aufknüpfte. Das zu bewerkstelligen hätte Fegin ein leichtes sein müssen und er hätte ihn zuvor noch ordentlich ausnützen können. Was bedeutet das alles? Es ist die reine Wahrheit, obgleich sie von meinen Lippen kommt. Dann sagte Monks unter Verwünschungen, an die meine Ohren gewöhnt, die aber den ihrigen fremd sind, er würde seinen Hass durch Ermordung Olivers befriedigen, wenn er es tun könnte, ohne seinen Hals zu gefährden. Er würde aber dem Jungen sein ganzes Leben über auflauern und versuchen, ihm durch Enthüllung seiner Herkunft und durch das Erzählen seiner Geschichte auf jede Weise zu schaden. Kurz und gut Fegin sagte er, so sehr du auch Jude bist, du hast noch nie solche Fallstricke gelegt, rief Rosa die Hände zusammenschlagend. Dies waren seine Worte, erwiderte Nancy und sah sich wieder unruhig um. Sie hatte es die ganze Zeit über getan, denn der Gedanke an Sykes regte sie etwas auf. Und noch mehr, als er von ihnen und der anderen Dame sprach, sagte er, Gott und der Teufel scheine gegen ihn im Bunde zu sein, dass Oliver gerade in ihre Hände kommen musste. Aber dass sie nicht wüssten, wer ihr zweibeiniger Schoßhund sei, denn sie würden tausende und hunderttausende Pfund geben, falls sie sie hätten, wenn sie es erführen. Sie wollen mich doch nicht glauben machen, sagte Rosa erblassend, dass er das ihm ernst sagte. Wenn je ein Mensch im Ernst gesprochen hat, so tat er es. Er pflegt nicht zu scherzen, wenn der Hass in ihm wach wird, ich kenne viele, die noch schlimmere Dinge tun, aber ich wollte sie alle lieber ein dutzend Mal davon sprechen hören, als diesen Monks nur ein einziges Mal. Es ist schon spät und zu Hause darf man nicht ahnen, dass ich hier gewesen bin, ich muss eilen, um wieder heimzukommen. Aber was kann ich tun, fragte Rosa, was kann ich mit ihren Mitteilungen ohne sie anfangen? Sie wollen wieder zurück? Warum wollen sie wieder zu diesen Leuten, die sie in so schrecklichen Farben gezeichnet haben? Wenn sie ihre Aussage in Gegenwart eines Herrn wiederholen wollen, den ich sofort aus dem nächsten Zimmer rufen kann, so können wir sie an einem sicheren Orte unterbringen. Ich wünsche zurückzukehren, entgegnete Nancy. Ja, ich muss zurückkehren, weil... Doch wie kann ich über solche Dinge mit einer so unschuldigen Dame wie sie sprechen, weil unter den Menschen, von denen ich ihnen erzählte, einer ist, und zwar einer der fürchterlichsten, den ich nicht verlassen kann, nicht einmal, wenn ich von meinem gegenwärtigen Leben erlöst wurde. Sie haben sich schon früher Olivers angenommen. Sie sind unter großer Gefahr hierher gekommen, um mir mitzuteilen, was sie gehört haben. Ihr ganzes Benehmen ist mir Bürger für die Wahrheit ihrer Worte, und dann ihre augenscheinliche Zerknirschung, alles das gibt mir die Überzeugung, dass sie noch gerettet werden können. Ach, fuhr Rosa tief ernst fort und faltete die Hände, während ihr die Tränen über die Backen liefen. Verschließen Sie ihr Ohr nicht den Bitten einer Angehörigen ihres eigenen Geschlechts, der Ersten, die vielleicht jemals mitleidend und mitfühlend zu ihnen gesprochen hat. Hören sie auf mich und lassen sie sich durch mich zu einem besseren Leben retten. Fräulein rief Nancy und sank auf die Knie teures süßes Fräulein sie sind die erste die mich mit solchen Worten beglückt würde ich sie vor Jahren vernommen haben so hätten sie mich wohl einem Leben voll Sünde entreißen können jetzt ist es zu spät Reue und Buße kommen nie zu spät doch es ist zu spät schrie Nancy im höchsten Seelenschmerz ich kann von ihm jetzt nicht fort unmöglich kann ich ihn dem Tode verfallen lassen wieso sollte das sein nichts könnte ihn retten wenn ich anderen erzählte was ich ihnen beichtete und dadurch die Verhaftung der in der Sache verwickelten herbeiführte so wäre sein Tod gewiss er ist der verwegenste von allen gewesen und hat schreckliche Dinge begangen ist es möglich dass sie einen solchen Menschen wegen auf jede Hoffnung für Rettung verzichten das ist doch Wahnsinn ich weiß nicht was es ist ich weiß nur dass es so ist und nicht nur bei mir allein sondern auch bei hundert anderen die ebenso schlecht und verkommen sind wie ich ich muss zurück vielleicht ist es die Strafe Gottes für das viele Böse was ich getan habe es zieht mich zu ihm hin trotz aller Leiden und Misshandlungen die ich zu durch seine Hand sterben soll was ist da nur zu tun ich sollte sie nicht sofort lassen sie müssen es freuen und ich weiß sie werden es sie werden mich nicht zurück halten weil ich ihrer Güte vertraute und ihnen wie ich eigentlich hätte tun sollen keinem Versprechen abverlangte was kann mir dann aber ihre Erzählung nutzen man muss doch diesem Geheimnis auf den Grund gehen wie können wir denn sonst Oliver helfen dem zu nützen ihnen doch so viel am Herzen liegt sie kennen vielleicht irgendeinen ihnen wohlwollenden herrn dem sie das geheimnis anvertrauen können und der ihnen mit rat und tat zur seite stehen will sagte Nancy aber wo wo kann ich sie wiedersehen wenn es nötig sein sollte ich will nicht wissen wo diese schrecklichen menschen hausen aber wo wird man sie zu einer bestimmten Zeit wieder treffen können etwa auf einem spaziergange wollen sie mir versprechen dass mein geheimnis bei ihnen aufs strengste bewahrt wird und dass sie allein oder nur mit dem herrn dem sie ihr vertrauen geschenkt haben kommen wollen und dass ich in keiner weise beobachtet oder verfolgt werde fragte Nancy ich verspreche es ihnen feierlichst antwortete Rosa so will ich wenn ich am leben bleibe jeden Sonntag zwischen elf und zwölf Uhr nachts auf der Londoner Brücke auf und ab gehen bleiben sie noch einen Augenblick bat Rosa als Nancy rasch zur Tür ging denken sie noch einmal über ihre Lage nach und erwägen sie welche günstige Gelegenheit ihnen geboten wird sie hoffnungsvoll zu ändern sie haben einen Anspruch auf meinen Dank nicht nur als Überbringering so wichtiger Nachrichten Sie werden aber doch etwas Geld von mir annehmen sagte Rosa nach einer Pause dass sie bis zu der Zeit wenigstens wo wir uns wiedersehen ohne Schande leben können keinem Pfennig erwiderte Nancy und hob die Hand abwehrend Gott segne sie mein liebes Fräulein und er möge ihnen so viel Glück spenden als ich Schande auf mein Haupt geladen habe mit diesen Worten und laut schluchzend verließ die Unglückliche das Zimmer aufs höchste ergriffen sang Rosa Meili auf einen Stuhl und versuchte ihre wirren Gedanken zu sammeln die Unterredung erschien ihr mehr ein flüchtiger Traum zu sein als Wirklichkeit 40. Kapitel enthält neue Entdeckungen und zeigt dass Überraschungen gleich Unglücksfällen selten allein kommen Rosas Lage war in der Tat eine ungemein schwierige denn während sie glühend wünschte das Geheimnis zu lüften das Olivers Geschichte umgab durfte sie das Vertrauen nicht missbrauchen welches ihr das unglückliche Geschöpf geschenkt hatte Nancy's Benehmen und ihre Worte hatten Rosas Herz gerührt und zu der Liebe für ihren jungen Schützling gesellte sich der kaum weniger heiße Wunsch die Verlorene einem besseren Leben wieder zu gewinnen Die Damen hatten die Absicht nur drei Tage in London zu bleiben und dann auf einige Wochen nach einem Seebad abzureisen Heute war der erste Tag um Was konnte man in den nächsten 48 Stunden erreichen und wie konnte sie einen Aufschub der Reise erlangen ohne Verdacht zu erregen Rosa brachte eine schlaflose Nacht zu da sie nicht wusste wie sie handeln sollte und zu keinem Entschluss kommen konnte Als sie am anderen Morgen aufs Neue mit sich zu Rate gegangen war beschloss sie in ihrer Verzweiflung doch Harry Miley in ihr Geheimnis einzuweihen Es ist ihm vielleicht schmerzlich wieder zurückzukommen dachte sie aber wie schmerzlich wird es erst für mich sein vielleicht kommt er aber gar nicht und macht die Sache schriftlich Sie hatte die Feder wohl 50 Mal ergriffen und ebenso oft wieder weggelegt wie sie ihren Brief anfangen sollte als Oliver der mit Herrn Giles als Leibwächter in der Stadt spazieren gegangen war in großer Aufregung ins Zimmer stürzte Warum siehst du so verstört aus fragte Rosa ihm entgegengehend Ich weiß nicht warum mir ist die Kehle wie zugeschnürt antwortete der Junge Lieber Gott denken zu dürfen dass ich ihn doch noch sehen soll und ihnen nun beweisen kann wie ich in allem die Wahrheit gesprochen habe Ich zweifelte nie dass du uns etwas anderes als die Wahrheit sagtest liebes Kind aber was ist von wem sprichst du Ich habe den Herrn wieder gesehen antwortete Oliver ganz aufgeregt so dass er kaum die Worte herausbringen konnte den Herrn der so gut zu mir war Herrn Brownlow von dem wir so oft gesprochen haben Wo Er stieg aus einer Kutsche und ging in ein Haus erwiderte ihn gesprochen Ich konnte nicht mit ihm reden denn er sah mich nicht ich zitterte so dass ich nicht im stande war auf ihn zu zu eilen Aber Giles hatte sich erkundigt ob er dort wohne und man bejahte es Sehen Sie hier Damit holte er ein Stück Papier aus der Tasche Hier wohnt er Ich will so gleich hingehen Ach wie werde ich mich freuen wenn ich ihn wieder sehe und seine Stimme höre Rosa nahm das Papier und las Cravenstraße Strand Sie entschloss sich sofort diese Entdeckung auszunutzen Schnell sagte sie Lass eine Droschke kommen und mach dich fertig um mich zu begleiten Ich will sofort mit dir Herrn Brownlow besuchen und nur noch vorher der Tante sagen dass wir auf eine Stunde ausgehen wollen Ich werde ebenso rasch angezogen fünf Minuten um waren befanden sie sich auf dem Wege nach der Cravenstraße als sie dort angekommen waren ließ Rosa Oliver im Wagen unter dem Vorwande dass sie den alten Herrn erst auf seinen Besuch vorbereiten wolle sie schickte durch den Diener Herrn Brownlow ihre Karte mit der Bitte ihn in einer wichtigen Angelegenheit sprechen zu dürfen der Bediente kehrte bald mit der Nachricht zurück dass sie erwartet würde und führte Fräulein Mailey in ein Zimmer des Oberstocks wo ihr ein ältlicher Herr mit gutmütigen Gesichtszügen im grünen Anzug zuerst ins Auge fiel neben ihm saß ein anderer alter Herr der nicht besonders freundlich aussah und die Hände über dem Knauf eines dicken Stockes verschlungen hielt worauf er sein Kinn gelegt hatte ach sagte der Herr im grünen Anzug und sprang schnell auf ich bitte um verzeihung gnädiges Fräulein ich glaubte es wäre irgendeine zudringliche Person die bitte entschuldigen Sie mich aber nehmen Sie doch Platz Sie sind Herr Brownlow nicht wahr fragte Rosa und warnte ihren Blick von dem anderen Herrn ab und dem Sprecher zu der bin ich antwortete der Herr und hier mein Freund Herr Grimwig Grimwig wollen Sie uns auf ein paar Minuten allein lassen Ich glaube nicht fiel Rosa ein dass es nötig ist den Herrn zu bemühen wenn ich recht berichtet bin so ist ihm die Angelegenheit nicht unbekannt die mich zu ihnen führt Herr Brownlow stimmte durch ein Kopfnicken zu und Herr Grimwig der eine sehr steife Verneigung gemacht und sich erhoben hatte machte eine zweite ebenso steife Verbeugung und nahm wieder Platz Ich glaube dass ich sie mit meinen Mitteilungen sehr überraschen werde sagte Rosa in einiger Verlegenheit Sie haben einmal einem mir sehr teuren jungen Freunde viel Güte und Wohlwollen erwiesen und ich bin deshalb davon überzeugt dass es sie freuen wird wieder von ihm zu hören So sagte Herr Brownlow Sie kennen ihn als Oliver Twist versetzte Rosa Diese Worte waren kaum ihr als Grimwig der so getan hatte als lese er in einem auf dem Tisch liegenden großen Buch dasselbe mit großem Geräusch zuschlug sich im Stuhl zurücklehnte und Rosa ganz erstaunt und mit großen starren Augen ansah Dann schnellte er sich mit einer krampfhaften Anstrengung in seine vorherige Stellung wieder zurück als ob er sich schäme so viel Überraschung gezeigt zu haben Er schaute gerade vor sich hin und ließ ein langes und tiefes Pfeifen vernehmen das jedoch nicht in der Luft sondern in den innersten Winkeln seines Magens zu ersterben schien Herr Brownlow war nicht weniger erstaunt doch gab sich seine Überraschung nicht in der gleichen seltsamen Art kund Er rückte mit seinem Stuhle Fräulein Miley näher und sprach Tun Sie mir den Gefallen gnädiges Fräulein die Güte und das Wohlwollen von denen sie sprachen und von denen außer ihnen niemand etwas weiß mal ganz aus dem Spiele zu lassen Wenn es ihnen aber möglich ist etwas anzuführen das geeignet ist die ungünstige Meinung die ich über den Jungen mir bilden musste zu ändern so bitte ich fragen welche Nachrichten sie von dem armen Kinde haben erlauben sie mir voraus zu schicken dass ich alle mir zu Gebote stehenden Mittel erschöpfte ihn ausfindig zu machen auch meine erste Ansicht von Oliver betrogen und auf Anraten seiner früheren Diebesgenossen bestohlen worden zu sein hat seit meiner Auslandreise einen beträchtlichen Stoß erlitten Rosa die inzwischen Zeit gehabt hatte ihre Gedanken zu sammeln berichtete nun in kurzen Worten was sich mit Oliver zugetragen hatte seit er Herrn Brownlows Haus verließ nur für die Mitteilungen Nances behielt sie sich eine Unterredung unter vier Augen vor sie schloss mit der Versicherung sein einziger Kummer seit mehreren Monaten sei nur immer gewesen dass er seinen ehemaligen Freund und Wohltäter nirgends habe finden können Gottlob rief der alte Herr diese Nachricht macht mich über die Maßen glücklich sie haben mir aber noch nicht gesagt wo er sich gegenwärtig befindet verzeihen sie wenn ich es ihnen zum Vorwurf mache ihn nicht gleich mitgebracht zu haben er wartet im Wagen vor der Haustür sagte Rosa vor meiner Haustür rief der alte Herr und rannte aus dem Zimmer die Treppe hinunter und an den Wagen gleich darauf trat Es ist noch jemand da den wir nicht vergessen dürfen sprach Herr Brownlow den Klingelzug ergreifend Ich lasse Frau Bedwin bitten rief er dem eintretenden Diener zu Die betagte Hausdame kam sogleich und einen knicks machend harrte sie der Befehle Mein Gott Sie werden alle Tage blinder sagte Herr Brownlow ärgerlich Das stimmt erwiderte die gute Alte Ich habe aber nie gehört dass die Augen mit dem Alter besser werden Das hätte ich ihnen auch sagen können entgegnete Herr Brownlow aber setzen sie ihre Brille auf und sehen sie zu ob sie nicht selbst herauskriegen weshalb ich sie rufen ließ Die alte Frau fing an in ihrer Tasche nach der Brille zu suchen aber Oliver vermochte diese neue Geduldsprobe nicht zu bestehen sondern eilte dem Drange seines Herzens folgend in ihre Arme Gott sei mir gnädig rief die alte Frau ihn zärtlich umarmend es ist mein lieber guter Junge meine liebe alte Pflegemutter rief Oliver Ich sagte ja immer dass er wieder kommen würde und wie gut er aussieht und so fein angezogen wo bist du denn die ganze lange Zeit gewesen ach es ist noch dasselbe sanfte Gesicht nur nicht so bleich dasselbe sanfte Auge nur nicht so traurig ach ich weiß alles noch ganz genau so redete sie endlos weiter und lachte und weinte zur gleichen Zeit indem sie Oliver mal in Armlänge von sich hielt um zu sehen wie groß er geworden sei dann ihn wieder an sich zog und ihm zärtlich die Haare streichelte Herr Brownlow überließ die beiden ihren Gefühlen und führte Rosa in ein anderes Zimmer wo selbst ihm diese zu seiner größten Überraschung ihre Unterredung mit Nancy erzählte Rosa setzte ihm auch ihre Gründe auseinander warum sie sich nicht gleich Herrn Loss Byrne ihrem Freunde anvertraut hätte was der alte Herr billigte er erklärte sich bereit mit dem würdigen Doktor die Sache angelegentlich zu besprechen um dies bald ausführen zu können wurde abgemacht Herr Brownlow solle abends 8 Uhr bei ihnen vorsprechen damit man Frau Meili inzwischen mit allen Vorgängen bekannt machen könne nachdem man diese Verabredung getroffen hatte kehrten Rosa und das Maß von des guten Doktors Zorn keineswegs überschätzt denn kaum waren ihm Nenses Mitteilungen erzählt worden als er sich in eine Flut von Drohungen und Verwünschungen erging ja zum Donnerwetter was sollen wir denn tun tobte der hitzige Doktor wir sollen wohl diesem Spitzbubengesindel Männern sowohl als Weibern eine Dankadresse überreichen und sie bitten 100 Pfund oder mehr anzunehmen als ein bescheidenes Zeichen unserer Achtung und unserer Erkenntlichkeit für die Güte und Liebe die sie Oliver erwiesen haben das gerade nicht sagte Herr Brownlow lachend aber wir müssen herauskriegen wer Olivers Eltern gewesen sind und ihm zu seinem Erbe zu verhelfen das ihm so schändlich geraubt wurde Angenommen fuhr Herr Brownlow fort von dem Mädchen kann ja ohnehin keine Rede sein angenommen es wäre möglich alle anderen Halunken dem Gerichte zu überliefern was könnte wohl Gutes dabei herauskommen dass aller Wahrscheinlichkeit einige davon gehängt und die übrigen ins Zuchthaus kommen würden erwiderte der Doktor schön sagte Herr Brownlow lächelnd dahin wird es mit ihnen sowieso kommen wenn ihre Zeit abgelaufen ist greifen wir ihnen vor so begehen wir meines Erachtens einen Don Quixote Streich der im geradem Widerspruch zu unserem oder doch Olivers Interesse steht was so ziemlich ein und dasselbe ist wieso fragte der Doktor es ist doch klar dass es schwierig genug sein wird diesem Geheimnis auf den Grund zu kommen wenn wir diesen Manx nicht zu einem Geständnis bringen können das ist nur durch eine Kriegslist möglich indem wir ihn abfangen wenn er nicht von seinen Kumpanen umgeben ist denn lassen wir ihn auch festnehmen was haben wir für Beweise gegen ihn so so viel wir wissen oder aus den Tatsachen schließen nehmen und fragen ob es uns den Monks zeigen will wenn wir ihn versichern dass er nur mit uns und nicht mit dem Gericht zu tun haben soll will oder kann es das nicht so müssen wir von ihm eine Beschreibung seiner Person und seines Aufenthaltsortes herauszubekommen versuchen damit wir den Burschen fassen können man kann es erst Sonntag widersprechen und heute ist Dienstag ich rate daher vor der Hand uns ganz ruhig zu verhalten und auch Oliver von der Angelegenheit nichts wissen zu lassen obgleich Herr Lossberg zu dem Vorschlag fünf volle Tage zu warten ein schäles Gesicht machte so musste er doch zugeben augenblicklich keinen besseren Rat zu wissen Rosa und Frau Miley waren ganz auf Seiten des Herrn Brownlow und so fand dessen Vorschlag einstimmige Billigung es wäre mir lieb sagte letzterer meinen Freund Grimwig ins Vertrauen zu ziehen er ist zwar ein schnurriger Kauz besitzt aber einen scharfen Verstand und könnte uns von erheblichem Nutzen sein er war Rechtsanwalt und gab seine Laufbahn aus Unmut darüber auf dass ihm in 20 Jahren nur zwei Klagesachen übertragen worden waren sie mögen aber selbst urteilen ob dies eine Empfehlung ist oder nicht ich habe nichts dagegen wenn sie ihren Freund zuziehen wollen vorausgesetzt dass ich mich auch mit dem meinigen beraten darf versetzte der Doktor darüber muss abgestimmt werden entgegnete Herr Brownlow wer ist es der Sohn dieser Dame und Fräulein Rosas langjähriger Freund antwortete der Doktor mit einer Kopfwendung zu den beiden Damen Rosa wurde feuerrot im Gesicht aber sie machte keine Einwendungen weil sie wohl erkannte sie würde in einer hoffnungslosen Minderheit bleiben und so wurden Harry Miley und Herr Grimwig in den Ausschuss aufgenommen wir bleiben natürlich so lange in der Stadt sagte Frau Miley als noch die geringste Aussicht vorhanden ist die Nachforschungen mit Erfolg weiter zu betreiben ich werde bei einer Sache die uns allen so nahe geht weder Mühe noch Kosten sparen und gern hier bleiben selbst wenn es ein Jahr dauern sollte um sie zu einem guten Ende zu bringen gut versetzte Herr Brownlow und da ich in ihren Gesichtern lese dass sie gern wissen möchten wie es kam damals nicht da gewesen zu sein um Olivers Angaben zu bestätigen so bitte ich sie mir deshalb keine Fragen vorzulegen zur gegebenen Zeit werde ich durch Erzählung meiner eigenen Geschichte alle heute unausgesprochenen Fragen beantworten sie dürfen überzeugt sein dass ich für meine Forderung Gründe habe ich will nämlich keine Hoffnungen erwecken die vielleicht nie in Erfüllung gehen und nur die zahlreichen Schwierigkeiten vermehren würden doch man hat zum Abendessen gerufen und der arme Oliver welcher ganz allein im nächsten Zimmer sitzt denkt vielleicht wir sind seiner überdrüssig geworden und hätten uns hier verschworen ihn wieder in die Welt hinauszustoßen mit diesen Worten bot der alte Herr Frau Miley den Arm und führte sie in das Speisezimmer während Herr Losbern Rosa geleitete die Beratung hatte damit ein Ende ein und vierzigstes Kapitel ein alter bekannter Olivers der entschiedene Spuren von Genie blicken lässt wird eine öffentliche Persönlichkeit in der Hauptstadt in derselben Nacht in der Nancy ihre Botschaft bei Fräulein Rosa Miley ausgerichtet hatte wanderten auf der großen nach dem Norden führenden Straße zwei Personen nach London Die eine davon gehörte dem männlichen Geschlechte an und war eine jener knöchernen Gestalten mit langen Gliedern und schlotternden Knien deren Alter sich nur schwer erraten lässt Die andere ein Frauenzimmer war jung aber von starkem und kräftigem Bau was ihr allerdings auch zustatten kam da sie die Last eines mächtigen Bündels auf dem Ihr Begleiter war nicht sonderlich mit Gepäck beschwert denn er trug weiter nichts als ein zusammengeknotetes Taschentuch mit ein paar kümmerlichen Habseligkeiten drin an einem Stock über den Schultern So zogen sie den staubigen Weg dahin bis sie an das Tor von Highgate kamen Hier blieb der schnellere Wanderer stehen und rief seiner Gefährtin ungeduldig zu So komm doch Du bist so langsam Charlotte kaum zum Aushalten Du hast gut reden trag du einmal diese schwere Last sagte das Frauenzimmer atemlos schwer ach rede doch nicht wozu hab ich dich denn entgegnete er und warf sein kleines Bündel auf die andere Schulter nun willst du schon wieder ausruhen wenn man bei dir nicht die Geduld verliert dann weiß ich nicht wo man sie verlieren sollte ist es noch weit fragte sie und setzte sich auf eine Bank ganz in Schweiß gebadet noch weit wir sind so gut wie da sagte der langbeinige bursche und zeigte mit der hand gerade aus siehst du jene lichter das ist London die sind wenigstens noch zwei gute meilen entfernt sagte das weib verzweifelt was macht es ob es zwei oder zwanzig sind erwiderte Noah Claypool steh jetzt auf dann geht es schneller durch allerhand schmutzige straßen schleppte der jüngling nun Charlotte und blieb endlich vor dem elendsten gasthaus stehen das ihm bis jetzt zu gesicht gekommen war hier beschloss er zu übernachten gib mir jetzt das bündel sagte Noah und rede nur wenn du gefragt wirst wie heißt das wirtshaus drei drei was krüppel las Charlotte drei krüppel wiederholte Noah immer dicht bei mir und nun los nach diesen worten stieß er die knarrende tür auf und sie traten ein in der gaststube war nur ein juden jüngling der mit beiden ellbogen sich auf den schanktisch stützte und in einer schmutzigen zeitung las er starrte Noah an und dieser ihn sind dies die drei krüppel fragte Noah das ist der name des hauses erwiderte der nase ein herr den wir draußen trafen hat uns hierher empfohlen wir möchten hier übernachten ich weiß nicht ob es gehen wird aber ich will fragen sagte barney denn dieser war der dienstbare geist geben sie uns etwas kaltes fleisch und einen schluck bier barney führte sie in ein kleines hinterzimmer und brachte das verlangte als barney wieder an den schanktisch zurückkehrte trat fagin ein um nach einem seiner jungen freunde zu fragen pst machte barney es sind fremde im kleinen zimmer fremde wiederholte der alte leise ja komisches volk meinte barney sie kommen aus der provinz und ich müsste mich sehr täuschen wenn sie nicht etwas für euch wären fagin hörte diese mitteilung auf einen stuhl um das paar durchs fenster zu beobachten er sah wie her claypole dem fleisch und bier tüchtig zusprach und an charlotte nur homöopathische gaben verteilte aha flüsterte fagin sich zu barney wendend die mine des jünglings gefällt mir den können wir gebrauchen er versteht es mit dem mädel richtig umzugehen ein herrlicher abend aber etwas zu kalt für diese jahreszeit sagte fagin sich die hände reiben vom lande wie ich sehe woran sehen sie das fragte noah wir haben in london nicht so viel staub wie sie mitschleppen erwiderte der jude und zeigte auf ihre schuhe sie sind ein schlauer kerl sagte noah hör nur was er sagt charlotte ja freundchen hier in london muss man gerissen sein meinte der jude er sagte das in einem vertraulichen flüsterton und bot noah in der liebenswürdigsten weise sein glas mit schnaps an das barney gerade brachte das ist ein guter stoff bemerkte her claypole und schnalzte wohlbehaglich mit den lippen aber teuer sagte fagin wer ihn immer trinken will muss immer etwas leeren eine schublade eine tasche ein haus eine postkutsche oder eine bank ich bin in derselben branche und sie gefallen mir deshalb in welcher branche fragte noah aufatmend nun derartige geschäftchen zu machen wie sie alle hier im hause treiben dasselbe gewerbe sie sind hier in die richtige schmiede gekommen und so sicher wie man es nur sein kann ich habe einen freund der ihren lieblingswunsch befriedigen kann und ihnen gern den richtigen weg zeigen wird zu dem geschäftszweig der ihnen am meisten zusagt wie er ihnen auch in allen anderen branchen unterricht zu erteilen vermag sie sprechen als ob es ihr ernst wäre was hätte ich davon wenn ich hier scherzen wollte sagte der jude achselzuckend doch ich möchte gern einige worte mit ihnen allein draußen sprechen das ist nicht nötig die mühe können wir uns sparen sie kann das Gepäck hinauftragen Charlotte bring die bündel hinauf diesen mit viel majestät gegebenen befehl noas führte das mädchen eilfertig aus nun wie denken sie darüber fragte der jude wenn ihnen mein freund gefällt gibt es dann etwas besseres als sich ihm anzuschließen es kommt darauf an ob sein geschäft gut geht erwiderte noa und zwinkerte mit einem auge großartig geht's und er beschäftigt eine masse leute sprach der jude sie finden dort die beste gesellschaft der branche alle aus der stadt fragte herr claypole kein provinzler darunter und er würde sie selbst auf meine empfehlung hin nicht annehmen wenn es ihm nicht augenblicklich an gehilfen fehlte muss ich dann wohl mit diesem da raus rücken fragte noa auf seine hosentasche klopfend lässt sich unmöglich anders machen sagte feggin bestimmt aber 20 pfund sind eine masse geld nicht wenn es eine banknote ist die sie nicht loswerden können man wird sich wohl nummer und datum gemerkt und sie bei der bank gesperrt haben sie hat keinen großen wert für ihn denn er wird sie auswärts anbringen müssen und sicher viel daran verlieren wann kann ich ihren freund sehen morgen früh wo hier und der Lohn ein Herren Leben kost wohnung tabak und schnaps frei und die hälfte von allem was sie und die junge frau erobern es ist zweifelhaft ob Herr Noah Claypole trotz seiner Habsucht dieses lockende Angebot angenommen hätte wenn er völlig frei hätte handeln können da er aber befürchtete in der Gewalt fägens zu sein der ihn hätte den Gerichten übergeben können so sagte er schließlich dass ihm der Vorschlag annehmbar das übertragen wird denn charlotte kann dafür desto mehr arbeiten wie wäre es mit aus boldovern mein freund braucht jemand der dazu talent hat würde ich ganz gerne tun meinte Noah nun gut sagte Noah als charlotte wieder zurückgekehrt war also um welche zeit morgen ist ihnen zehn uh recht fragte der jude und als Herr Claypole bejahte fuhr er fort welchen Namen soll ich meinem freunde nennen bolter antwortete Noah der sich auf eine solche frage vorbereitet hatte herr morris bolter und frau bolter frau bolter ich empfehle mich ihnen ergebenst sagte feggin und verbeugte sich mit grotesker höflichkeit ich hoffe sie bald näher kennenzulernen hörst du was der herr sagt charlotte brüllte sie her claypole an ja lieber nur erwiderte frau bolter ihre hand feggin hinreichend Noah ist ein schmeichel name erklärte herr morris bolter alias claypole dem juden sie verstehen mich vollkommen antwortete herr feggin der damit diesmal die wahrheit sprach gute nacht gute nacht 42 kapitel in dem gezeigt wird wie der gannef in die patsche kommt und die zeit kommt da nancy ihr rosa gegebenes versprechen halten soll sie wird verhindert sie sind also selbst der gute freund gewesen fragte herr claypole sonst bolter als er am nächsten vormittag das haus des juden betrat wohin er bestellt worden war ich schafskopf hätte es mir gestern schon denken können jeder mann ist sein eigener freund mein lieber versetzte feggin mit bezeichnendem grinsen er kann keinen besseren finden mit ausnahmen erwiderte morris bolter im tone eines welterfahrenen mannes manche menschen sind ihre eigenen größten feinde wissen sie glauben sie das ja nicht sagte feggin ist ein mensch sein eigener feind so nur deshalb weil er zu sehr sein eigener freund ist und nicht weil er andere mehr in sein herz geschlossen hat das wäre gegen die menschennatur so schlau und erfahren auch Nancy in allen verstellungskünsten war so konnte sie doch die zerrissenheit ihrer Seele nicht ganz verbergen die ihr gewagter Schritt erzeugt hatte sie dachte daran dass beide sowohl der verschmitzte Jude als auch der rohe Seix sie ohne Argwohn in Pläne eingeweiht hatten die allen anderen Diebesgenossen unbekannt waren aber trotz der Schändlichkeit dieser Pläne der Verworfenheit ihrer Urheber und ihrer Erbitterung gegen den Juden der sie immer tiefer in Verderben und Elend geführt hatte fühlte sie doch manchmal sogar für ihn eine weiche Regung sie hätte ihn nur ungern den unerbitterlichen Händen überantwortet denen er so lange entgangen war und doch am Ende anheim fallen musste so sehr er auch ein solches Schicksal verdient haben mochte Es war Sonntagabend die Uhr der nächsten Kirche verkündete die Stunde Sykes und der Jude unterbrachen ihre Unterhaltung um die Schläge zu zählen Nancy horchte gleichfalls gespannt elf eine Stunde vor Mitternacht sagte Sykes indem er das Fenster öffnete und hinaussah als er wieder zu seinem Stuhl ging meinte er eine herrliche Nacht fürs Geschäft es ist rabenschwarz draußen schade Bill dass wir sie nicht ausnutzen können versetzte der Jude daran dachte ich auch gerade entgegnete Sykes mürrisch es ist jammerschade ich wäre heute gerade in Stimmung der Jude seufzte und schüttelte betrübt den Kopf wir müssen die verlorene Zeit wieder einbringen wenn wir etwas gutes ausbaldowert haben sagte Sykes Fagin zupfte Sykes am Ärmel und zeigte auf Nancy die sich während der Unterhaltung der beiden Ehrenmänner den Hut und im Begriff war das Zimmer zu verlassen hallo Nancy rief Sykes donnerwetter wohin willst du denn zu so später Stunde nicht weit was ist das für eine Antwort wohin gehst du ich sage nicht weit und ich sage wohin schrie Sykes barsch hörst du ich weiß selbst nicht wohin dann weiß ich es sagte Sykes mehr aus Widerspruchsgeist als weil er etwas gegen Nances Ausgang einzuwenden hatte du gehst nirgends wohin setz dich ich fühle mich nicht wohl ich muss an die frische Luft habe es dir vorhin schon gesagt steck den Kopf zum Fenster hinaus das ist ebenso gut schrie Sykes das das genügt das ich muss mir Bewegung machen daraus wird 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 brummte Sykes der bei diesen Worten aufstand die Tür abschloss den Schlüssel herauszog und dem Mädchen den Hut vom Kopf riss den er auf einen alten Schrank warf so sagte der Einbrecher willst du jetzt hier bleiben oder nicht ich gehe auch ohne Hut sagte Nancy blass werdend was soll das heißen Bill du weißt wohl nicht was du tust ob ich es weiß zum Donnerwetter schrie Sykes und drehte sich nach Fegin um sie ist verrückt geworden sonst würde sie sich nicht trauen so mit mir zu reden da wirst mich noch zur Verzweiflung bringen murmelte Nancy dumpf mit Gewalt ihre Wut unterdrückend lass mich sofort gehen sofort nein brüllte Sykes sagt ihr es ihm dass er mich gehen lässt Fegin es ist besser für ihn hört ihr schrie das Mädchen und stampfte mit dem Fuß auf ich höre dich ganz gut sagte Sykes seinen Stuhl umdrehend um Nancy scharf ansehen zu können wenn ich dich noch eine halbe Sekunde länger höre so wird dir der Hund deine kreischende Stimme aus dem Halse reißen verlass dich darauf was fällt dir ein du dummes Frauenzimmer lass mich gehen sagte Nancy bittend und setzte sich auf den Fußboden dicht bei der Tür bitte lass mich gehen du weißt nicht was du tust nur eine einzige Stunde bitte lass mich ich lass mich hängen schrie der Einbrecher sie rau am Arm packend wenn das Mädchen nicht toll geworden ist steh auf nicht er als bis du mich gehen lässt nicht er kreischte Nancy Sykes fasste sie bei den Händen und schleppte die sich heftig sträubende in ein anstoßendes kleines Gemach er drückte sie auf einen Stuhl nieder Nancy vom Kampfe ab Donner Wetter sagte der Verbrecher als er wieder zu Fegin zurückgekehrt war sich den Schweiß von der Stirn wischend ein ganz verrücktes Mädel in der Tat Bill erwiderte der Jude nachdenklich was mag ihr wohl in die Krone gestiegen sein dass sie durchaus heute Nacht ausgehen wollte fragte Sykes du musst sie besser kennen als ich was meinst du wohl Weibereigensinn und Halsstarrigkeit glaube ich sagte Fegin und zuckte mit den Achseln Nancy trat jetzt ins Zimmer und nahm ihren alten Platz wieder ein ihre Augen waren vom Weinen ganz rot und geschwollen Fegin nahm nun seinen Hut und bat es möchte ihm jemand die Treppe hinunter leuchten gute Nacht Bill tu das Nancy sagte Sykes da nimm die Funzel Nancy folgte dem Alten mit der Kerze die Treppe hinunter als sie unten im Hausflur waren legte er den Finger an die Lippen und flüsterte Nancy zu was war los liebes Kind was meint ihr flüsterte sie zurück lassen wir es für heute reden wir ein andermal darüber sie haben einen Freund an mir Nancy einen treuen zuverlässigen Freund seien sie nicht ängstlich ich habe ihn in der Hand wenn sie sich an ihm riechen wollen der sie wie einen Hund behandelt ja noch schlechter denn seinen Hund streichelt er doch manchmal so kommen sie zu mir ihn kennen sie erst seit kurzer Zeit mich aber von alters her nennt sie euch kenne ich allerdings sagte sie ohne die geringste Bewegung zu zeigen gute Nacht sie fuhr zurück als Fägen ihr die Hand bot sagte er aber nochmals mit ruhiger Stimme gute Nacht und schloss die Tür der Jude ging sinnent heim er war nicht gerade durch den letzten Vorfall auf den Gedanken gekommen dass Nancy der roheit des verbrechers müde eine neigung zu einem neuen freunde gefasst hätte er schien aber seine Ansicht zu bestätigen ihr verändertes Wesen der Umstand dass sie oft allein das Haus verließ ihre Gleichgültigkeit gegen die Interessen der Bande und ihr heftiges Verlangen gerade zu einer bestimmten Stunde heute ausgehen zu wollen alles trug dazu bei ihn in seiner Meinung zu bestärken der Gegenstand ihrer neuen Herzens Freundschaft war keiner von seinem Anhang er musste mit einer Gehilfin wie Nancy eine wertvolle Erwerbung sein die man sich ohne Verzug sichern müsste ein Gehirn wie das seinige ist fruchtbar in Plänen wenn er sie mit Spionen umstellte und auf diesem Wege den Gegenstand ihre neuen Leidenschaft entdeckte und dann drohte Sykes alles zu verraten konnte er nicht da ihrer Willfährigkeit gewiss sein so mach ich's sagte Fagin fast laut sie darf mir dann nichts abschlagen wenn ihr das Leben lieb ist die Mittel zum Zweck stehen mir zur Verfügung ich kriege sie alle beide Nancy sowohl als Sykes er sah sich mit einem finsteren Blick um und ballte die Faust nach der Richtung wo Sykes Wohnung lag 43. Kapitel Noah Claypool wird von Fagin in geheimer Mission verwandt der alte Jude stand am nächsten Tage zeitig auf und erwartete ungeduldig das neue Mitglied seiner Bande endlich kam es und fiel sofort gierig über das Frühstück her Bolter sagte Fagin sich entsetzend ja was soll's antwortete Noah verlangen sie nur nichts von mir ehe ich gegessen habe das ist ein großer Fehler hier es wird einem nie ordentlich Zeit zum essen gelassen na beim essen kann man doch auch sprechen nicht wahr meinte Fagin die Gefräßigkeit seines jungen Freundes aus dem Grund seines Herzens verwünschend ja das ist richtig das Essen rutscht sogar besser wenn man dabei plaudert erwiderte Noah und säbelte sich ein mächtiges Stück Brot ab wo ist übrigens Charlotte ausgegangen sagte der Jude ich habe sie mit dem anderen Mädel fortgeschickt weil ich mit ihr allein sein wollte so versetzte Noah hättet ihr ja nur aufgetragen vorher noch die Brotschnitte zu rösten schießt los ich werde mich nicht stören lassen du musst für mich eine Sache ausführen bei der große Vorsicht nötig ist meinte Bolter es ist gar keine Gefahr damit verbunden nicht die geringste es handelt sich nur darum ein Frauenzimmer zu beobachten ist ein altes nein ein junges nun das verstehe ich ziemlich gut meinte Bolter das war schon immer meine Lieblings Beschäftigung als was verdiene ich dabei fragte Noah neugierig wenn du es gut machst ein Pfund ein Pfund ich habe noch nie so viel für eine Arbeit gegeben die mir eigentlich nichts einbringt wer ist sie eine der unsrigen so so sagte Noah die Nase rümpfend sie hat einige neue Bekanntschaften angeknüpft und ich muss wissen was das für Menschen sind natürlich natürlich wo ist sie wo muss ich hier auflauern wann soll ich gehen das wirst du von mir noch zur Zeit erfahren bei Gelegenheit zeige ich sie dir du hast weiter nichts zu tun als dich bereit zu halten alles andere überlasse mir sechs Nächte gingen um in denen Herr Bolter vergeblich in seinem Fuhrmannsanzug sich bereit hielt in der siebenten Nacht kehrte Fägin früher nach Hause zurück freuden strahlend es war Sonntag Noah sprang ohne ein Wort zu sagen auf sie schlichen aus dem Hause eilten durch ein Labyrinth von Straßen und langten endlich bei einem Wirtshause an das Noah als die drei Krüppel wieder erkannte es war elf Uhr und die Tür geschlossen auf ein leises Pfeifen Fägins öffnete sie sich langsam sie traten geräuschlos ein und die Tür tat sich wieder hinter ihnen zu Fägin und wagten kaum zu flüstern sondern gaben Noah nur durch Zeichen zu verstehen dass er durch das bekannte kleine Fenster die Person im anstoßenden Zimmer sich ansehen solle ist das das Frauenzimmer fragte er ganz leise der Jude nickte bejahlend ich kann das Gesicht nicht gut sehen das Mädchen sieht zu Boden und das Licht steht hinter ihr einen Augenblick flüsterte Fägin und machte Bani ein eine Minute später trat er in das benachbarte Gemach brachte den Leuchter unter dem Vorwand das Licht zu putzen in die richtige Stellung und sprach Nancy an dadurch war sie gezwungen den Kopf hoch zu heben jetzt kann ich sie sehen sagte Bolter deutlich fragte Fägin so dass ich sie unter tausenden herauskennen würde Nancy ging jetzt fort und Bani hielt hinter ihr die Haustür offen nun los Noah wechselte mit Fägin einen Blick und huschte durch die offene Tür hinaus links flüsterte Barney halten sie sich links auf der anderen Straßenseite Noah sah das Mädchen schon in einiger Entfernung er eilte ihr nach sie blickte sich zwei oder dreimal ängstlich um und blieb auch einmal stehen um zwei Männer vorbeizulassen die hinter ihr her kamen je weiter sie ging desto mutiger schien sie zu werden denn ihr Schritt klang immer fester Noah hielt sich in angemessener Entfernung aber ließ sie nicht aus den Augen die Turmuhren schlugen drei Viertel zwölf als an der Londoner Brücke zwei Gestalten auftauchten die eine davon ein rasch vorwärts eilendes Mädchen sah sich wiederholt aufmerksam um als suche sie jemand die andere Gestalt ein Mann der im dunkelsten Schatten den er finden konnte dem Mädchen nachschlich und sofort stillstand wenn sie halt machte und heimlich wieder folgte wenn sie weiter ging mitten auf der Brücke blieb sie längere Zeit stehen Mitternacht war inzwischen herangekommen als eine junge Dame von einem grauhaarigen Herrn begleitet in der Uferstraße aus einer Droschke stieg den Kutscher entlohnte und auf die Brücke zuging sobald die beiden dort angelangt waren eilte ihnen das Mädchen rasch entgegen als sie sich trafen kam an ihnen ein Mann in Fuhrmannstracht so dicht vorbei dass er Nanzys Kleider streifte nicht hier sagte diese zu der jungen Dame hastig ich fürchte mich hier mit ihnen zu sprechen wir wollen dort die Treppe hinunter gehen warum führen sie uns aber auch an solchen Ort sagte der Herr in einem etwas freundlicheren Ton warum wollten sie mich nicht lieber da oben sprechen lassen wo es doch hell ist und Menschen in der Nähe nun bringen sie uns nach diesem finsteren Loche ich sagte ihnen schon vorhin versetzte Nancy dass ich mich fürchtete dort mit ihnen zu reden ich weiß nicht wie es kommt aber es ist mir so bange und ich zittere derart dass ich nicht auf den Füßen stehen kann vor was sind sie denn bange fragte der Herr im tone des mitleids ich weiß es selbst nicht den ganzen Tag haben mich furchtbare Gedanken von Tod und Hölle gequält Einbildung sagte der Herr tröstend reden sie freundlich mit ihr sagte die junge Dame zu ihrem Begleiter die Arme scheint es zu bedürfen man ließ Nancy sich etwas beruhigen dann fragte sie der Herr sie waren vorigen Sonntag nicht hier ich konnte nicht kommen ich wurde mit Gewalt zurückgehalten von wem von Bill von dem ich Fräulein Meili schon neulich erzählte man wird doch keinen Verdacht gegen sie hegen dass sie mit uns verkehren nein erwiderte Nancy den Kopf schüttelnd es ist aber für mich nicht leicht von ihm weg zu kommen ohne dass er weiß wohin ich gehe ich hätte auch das erste mal die Dame nicht besuchen können wenn ich ihm nicht einen Schlaftrunk beigebracht hätte gut sagte der Herr nun hören sie mich einmal an ich bin ganz ohr erwiderte Nancy diese junge Dame hat mir und einigen Freunden denen man vollkommen vertrauen kann haben ob man sich unbedingt auf sie verlassen könne jetzt glaube ich dass man es kann zum beweis dafür verrate ich ihnen unseren Plan nämlich dass wir entschlossen sind dem manne den sie monks nennen durch einschüchterung das geheimnis zu entreißen wenn wenn uns das nicht gelingen sollte so müssen sie uns den juden in die Hände spielen Fägin rief das Mädchen aus und prallte unwillkürlich zurück ja dieser Mensch muss uns ausgeliefert werden das tue ich nicht das werde ich nie tun solch ein Teufel er auch ist und trotzdem er noch schlimmer als ein Teufel zu mir war aber das mache ich nicht sie wollen nicht fragte der Herr der das erwartet hatte niemals und warum nicht aus dem Grunde den das Fräulin kennt mag er immerhin ein schlechtes Leben geführt haben das meinige ist auch kein gutes gewesen ich will keine verraten die mich auch hätten verraten können dann sagte der Herr liebhaft anscheinend mit dem erreichten zufrieden dann liefern sie uns diesen Monks in die Hände wenn er aber die anderen verrät ich verspreche ihnen für den Fall dass er uns reinen Wein einschenkt dass wir die Sache auf sich beruhen lassen wollen in Olivers kleiner Geschichte gibt es vielleicht Punkte die man nicht gern in die Öffentlichkeit bringt haben wir nur erst die Wahrheit herausgebracht so liegt uns an der Bestrafung der Schuldigen nichts wenn sie aber nichts aus Monks herausbringen können fragte Nancy dann soll ohne ihre Einwilligung der Jude nicht im Gerichte überliefert werden ich hoffe jedoch diese von ihnen zu bekommen da ich ihnen Gründe angeben kann die sie überzeugen werden habe ich dafür das Wort der Dame ja sagte Rosa ich verspreche es ihnen feierlich Monks wird also nie erfahren woher sie Kunde kriegten fragte Nancy nach kurzer Pause nie antwortete der Herr wir gehen dann in einer Weise vor dass er es nicht einmal vermuten kann ich bin eine Lügnerin gewesen und habe von Kindheit an unter Lügnern gelebt entgegnete das Mädchen nach abermaligem kurzen Schweigen aber ich will ihren Worten glauben beide versicherten ihr dass sie das getrost könne worauf nennt sie mit so leiser Stimme dass es dem Horcher oft schwer wurde ihre Worte zu verstehen die Lage des Wirtshauses zu den drei Krüppeln zu beschreiben begann der Herr schien sich einiges von ihren Mitteilungen aufzuschreiben als sie noch gesagt hatte zu welchen Stunden Monks gewöhnlich dort einzukehren pflegte hielt sie inne um sich das Er ist groß und kräftig gebaut aber nicht dick und hat einen schlürfenden Gang bei dem er beständig bald über die eine und dann über die andere Achsel schielt Vergessen Sie Bisse entstellt denn er leidet an Krampfanfällen wobei er sich häufig schrecklich in die Hände beißt warum stutzen sie unterbrach sich Nancy plötzlich innehaltend der Herr erwiderte hastig dass er sich dessen nicht bewusst sei und bat sie fortzufahren einen Teil dieser Angaben habe ich aus den Gästen des genannten Wirtshauses heraus gelockt denn ich selbst sah ihn nur zweimal und dann war er stets in einen großen Mantel gehüllt das ist wohl alles was ich ihnen von Monk sagen kann doch halt an seinem Halse so hoch dass man noch etwas davon über seinem Kragen sehen kann wenn er den Kopf etwas dreht ist ein breites rotes Brandmal rief der Herr wie sie kennen ihn rosa entfuhr ein Ausruf höchsten Erstaunens und alle drei schwiegen plötzlich der lauscher konnte sie ganz deutlich atmen hören ich glaube es unterbrach der Herr das schweigen wenigstens ihre beschreibung nach wir werden ja sehen es gibt leute die sich auffallend ähneln vielleicht ist es doch nicht der nämliche der horcher hört ihn aber flüstern er muss es sein laut fuhr er wieder fort sie haben uns einen großen Dienst geleistet fräulein und nichts erwiderte Nancy bitte reden sie nicht so sagte der Herr in so gütigem tone dass davon das härteste herz hätte gerührt werden müssen überlegen sie erst mal und sprechen sie dann sie können mir nicht helfen entgegnete Nancy und fing zu weinen an für mich gibt es keine rettung mehr lassen sie uns scheiden man könnte mich sehen oder beobachten gehen sie gehen sie bitte wenn ich ihnen so wünsche ich dafür nur dass sie mich jetzt allein meines Weges ziehen lassen es ist alles vergeblich seufzte der herr wir gefährden sie vielleicht wenn wir noch bleiben und haben sie wohl schon länger aufgehalten als sie erwartet hatte ja so ist sagte Nancy was kann wohl das Ende dieser armen sein rief Rosa aus das Ende wiederholte das Mädchen blicken sie hinunter in das dunkle Wasser Fräulein wie oft liest man von meines gleichen die sich in die Flut hinunter stürzen und kein lebendes Wesen zurücklassen das sich um sie bangt oder beweint es können Jahre darüber hingehen oder auch nur Monate aber schließlich wird das mein Ende sein um Gottes willen reden sie nicht so schluchzte Rosa der Herr wandte sich ab man vernahm sich entfernende Schritte und die Stimmen schwiegen Maunlo erschienen bald nachher auf der Brücke der Horcher blieb noch einige Minuten regungslos auf seinem Posten und kroch dann aus seinem Versteck hervor nachdem er sich vorher überzeugt hatte dass er wieder allein sei auf dem oberen Treppen Absatz schaute sich Noah Claypool noch einmal vorsichtig um und rannte dann so schnell wie seine Beine konnten dem Hause des Juden zu es war ungefähr zwei Stunden vor Tagesanbruch als der Jude wachend in seiner Höhle mit bleichem Gesicht und blutrot unter laufenen Augen dasaß dass er nicht einem Menschen sondern eher einem aus dem Grabe gestiegenen Gespenste glich er kauerte in eine alte zerrissene Bettdecke gehüllt an einem kalten Herd und richtete seinen Blick auf ein dem erlöschen nahes Licht das neben ihm auf dem Tische stand auf einer Matratze am Boden lag ausgestreckt Noah Kleepol in tiefem Schlafe der alte Mann ließ zerstreut seinen Blick zwischen ihm und der Kerze schweifen deren überhängender doch den heißen Talg auf das Tischtuch träufeln ließ die Gedanken des Juden waren mit anderen Dingen beschäftigt der Verdruss über die Vereitelung seines Planes der Hass gegen gegen die Aufrichtigkeit ihrer Weigerung ihn auszuliefern die Wut sich an Seix nicht rächen zu können die Furcht vor der Entdeckung und dem Galgen alles dies ging ihm durch den Kopf und brütete in seinem Hirn neue Pläne schwärzester Bosheit aus er saß regungslos da und kümmerte sich nicht im geringsten um das Entschwinden der Zeit endlich murmelte er als er Schritte auf der Straße hörte endlich die klingel ertönte leise er schlicht zur haustür und kehrte bald mit einem vermummten manne zurück der einen packen unter dem arme trug es war seix da sagte er das bündel auf den tisch werfend verwerte es so gut du kannst es hat mir Mühe genug gemacht es zu kriegen ich wollte schon vor drei Stunden hier sein ich habe schulnäherrückend was euch stark aufregen wird so sagte der verbrecher mit ungläubiger miene rede aber mach schnell sonst denkt nancy mir ist ein unglück zugestoßen ein unglück zugestoßen rief fegin sie hat euch selber eins zugedacht seix blickte dem juden betroffen ins gesicht und da er darin nichts lesen konnte fasste er den juden am rock kragen und schüttelte ihn tüchtig mit derber faust heraus mit der sprache oder ich drück dir die kehle zu mach das maul auf und rede du alter schurke du denkt euch der junge der hier liegt begann fegin seix drehte sich nach dem schlafenden nur um und ließ den juden los und sagte weiter nehmt einmal an fuhr fegin fort dieser bursche plauderte aus verpfiff uns alle suchte zu diesem zweck zuerst die rechten leute und trefe mit ihnen dann auf der straße zusammen um ihnen beschreibungen von uns und unseren schlupfwinkeln zu geben die augen des juden blitzten vor wut wenn er dies täte was dann was dann sagte seix mit einem schrecklichen fluche den schädel würde ich ihm in so viele stücke zertreten als er haare auf dem kopfe hat fegin sah den räuber fest an und bückte sich dann über den jüngling um ihn aus dem schlafe zu rütteln seix sah neugierig zu erzähle es noch einmal dass der es auch hört sprach fegin auf seix deutend was soll ich erzählen fragte Noah sich regelnd die Geschichte von Nancy erwiderte der Jude seix handgelenk fest umklammernd als wollte er verhindern dass er das haus verließe Brücke ja wo sie mit zwei Personen zusammentraf ja einem Herrn und einer Dame zu der sie früher schon aus freien Stücken gegangen war der Herr forderte sie auf alle ihre Genossen anzugeben besonders aber Monks was sie tat und ihn zu beschreiben was sie tat und zu verraten in welchem Gasthause wir verkehrten was sie tat und zu welcher Zeit man unsere Leute da treffen könne was sie tat sie beichtete alles ohne durch eine Drohung dazu gezwungen zu sein nicht wahr das tat sie das tat sie rief der Jude halb verrückt vor Wut stimmt genauso verhält sich die Sache sagte Noah sich den Kopf kratzend und was sprach man vom letzten Sonntag fragte der Jude vom letzten Sonntag fragte Noah sich besinnend na das habe ich ihnen doch schon alles erzählt man fragte sie sagte Noah dem es jetzt so dämmern schien wer seig sein möchte warum sie letzten Sonntag nicht wie verabredet gekommen sei sie erwiderte darauf sie hätte nicht können sag ihm warum sie nicht hätte können weil sie mit Gewalt zurückgehalten worden sei von Bill dem Manne von dem sie der jungen Dame schon früher erzählt hätte was sagte sie weiter von ihm schrie Fegin nun sie sagte es sei schwer von ihm fortzukommen ohne dass er wisse wohin sie gehe sie hätte ihm daher das erste mal als sie die Dame besuchte einen schlaftrunk gegeben ich musste lachen als ich sie so reden hörte tot und Teufel brüllte Seix den Juden zurückstoßend lass mich los er schleuderte den alten von sich und rannte aus dem Zimmer Bill Bill rief der Jude ihm nacheilend auf ein Wort nur ein Wort es wäre zu diesen Worten nicht gekommen wenn der Verbrecher imstande gewesen wäre die Haustür zu öffnen an der er vergebens unter mächtigem Fluche seine Wut ausließ als Fegin keuchend anlangte lass mich hinaus tobte Seix lass mich hinaus sage ich dir will nichts mehr hören nur ein Wort sagte der Jude und legte die Hand aufs Tür Schloss ihr werdet doch nicht was ihr werdet doch nicht keine Gewalttat begehen Bill der Tag brach an und es war hell genug dass die Männer ihre Gesichter erkennen konnten sie wechselten einen einzigen Blick in beide Augen glühte ein Feuer das sich nicht missdeuten ließ ich meine fuhr der Jude fort er erkannte dass Verstellung nutzlos sei ich meine der eigenen Sicherheit wegen kein Blut vergießen seid schlau Bill und nicht zu gewalttätig Sykes gab keine Antwort sondern stürzte sofort aus dem Hause sobald Fagin geöffnet hatte ohne anzuhalten mit zusammengebissenen Zähnen stürmte der Räuber nach seiner Wohnung er öffnete sie sachte mit dem Schlüssel und ging in sein Zimmer hinauf dessen Tür er hinter sich zweimal abschloss nun schob er die Vorhänge des Bettes zurück auf demselben lag halb angekleidet Nancy er rüttelte sie aus dem Schlafe und sie fuhr mit erschrockenem Gesicht auf erheb dich sagte Sykes ach du bist Bill sprach das Mädchen erfreut über sein Kommen ja war die Erwiderung steh auf es brannte ein Licht aber der Räuber riss es aus dem Leuchter und warf es in den Kamin Nancy erhob sich und gewahrte dass der Morgen graute sie wollte zum Fenster um die Vorhänge zurückzuziehen lass das fuhr sie Sykes an und hielt sie mit der Hand zurück für das was ich vorhabe ist's hell genug Bill sagte das Mädchen ängstlich was schaust du mich so an er sah sie eine Weile mit weit aufgerissenen Augen und korchender Brust an dann packte er sie an die Kehle schleppte sie in die Mitte des Zimmers und mit einem Blick nach der Tür legte er seine schwere Hand auf ihren Mund Bill Bill keuchte das Mädchen in Todesangst ich will nicht schreien oder weinen nicht ein einziges Mal hör mich an sprich mit mir sag mir was ich getan habe du weißt es selbst am besten du weiblicher Satan man hat dich heute Nacht belauscht und jedes deiner Worte gehört dann um Himmels Willen schone mein Leben wie ich deines schonte rief Nancy sich fest an ihn klammernd Bill lieber Bill du kannst mich doch nicht töten wollen bedenkt was ich heute Nacht alles deinetwegen aufgegeben habe komm wieder zu Sinnen und erspare dir dies Verbrechen ich lass dich nicht los und du kannst mich nicht abschütteln Bill Bill um Gottes Willen komm zu dir ehe du mein Blut vergießt ich bin dir treu gewesen bei meiner sündigen Seele ich war dir treu der Einbrecher kämpfte vergebens um seine Arme freizukriegen die Nancy mit der Kraft der Verzweiflung fest umklammert hielt Bill rief das Mädchen indem sie sich bemühte ihren Kopf an seine Brust zu legen der alte Herr und die liebe Dame sprachen von einem fernen Lande wo ich meine Tage in Frieden beschließen könnte lass mich noch einmal zu ihnen gehen und sie bitten dir dieselbe Wohltat zu erweisen dann wollen wir beide diesen schrecklichen Ort verlassen und weit von hier ein neues Leben beginnen und uns niemals wiedersehen sie sagten mir Reue komme nie zu spät ich fühle es jetzt aber wir müssen Zeit haben nur ein wenig Zeit Sykes hatte einen Arm freigekriegt und ergriff seine Pistole doch mitten in seiner Wut kam ihm der Gedanke dass der Mord zugleich entdeckt werden würde wenn er Feuer gebe so schlug er nennt sie aus Leibeskräften mit dem Kolben zweimal auf das zu ihm emporgehobene das seine fast berührende Gesicht sie wankte und fiel fast blind von dem Blut das aus einer tiefen Stirnwunde ihr Gesicht überströmte mit aller Gewalt erhob sie sich mühsam auf die Knie und zog aus ihrem Busen ein weißes Taschentuch es war rosas hielt es mit gefalteten Händen so hoch gen Himmel als es ihre entschwindenden Kräfte erlaubten und stammelte ein Gebet um Gnade und Erbarmen zu ihrem Schöpfer es war ein grässlicher Anblick der Mörder wankte zurück bis zur Wand und ergriff einen schweren Knüppel er bedeckte mit einer Hand sein Gesicht und schlug die kniende nieder von allen Verbrechen die in jener Nacht in dem großen London begangen wurden war dieses das Größte die Sonne ging über die menschenreiche Stadt in voller Pracht auf und schien auch in das Zimmer wo das ermordete Mädchen lag Sykes versuchte das Eindringen des Lichtes zu verhindern aber vergebens der Mörder rührte sich nicht Furcht hatte alle seine Glieder gelähmt noch ein Stöhnen war ihrem Munde entwichen und ihre Hand hatte noch einmal gezuckt aber immer wieder und wieder hatte er auf sie eingeschlagen schließlich warf er eine zerrissene Decke über sie aber es war ihm so als ob sie die Augen auf ihn richtete deshalb nahm er die Decke wieder fort und da lag die Leiche weiter nichts als Blut und zerfetztes Fleisch er machte Licht zündete im Kamin ein Feuer an und verbrannte den Knüppel dann wusch er sich und reinigte seine Kleider aber es waren Flecken da die nicht weggehen wollten er schnitt sie deshalb heraus und verbrannte sie wie war das Zimmer mit Blut bespritzt sogar die Füße des Hundes waren blutig nachdem er mit allem fertig war ging er den Hund mit sich fortziehend aus dem Zimmer und verschloss die Tür eine Minute später hatte er das Haus verlassen er ging auf die andere Straßenseite und schaute nach dem Fenster hinauf um sich zu überzeugen dass von außen nichts zu sehen wäre der Vorhang den Nancy wegziehen wollte um das Licht einzulassen das sie nie wieder sehen sollte war noch vorgezogen er wandte den Kopf rasch ab und fühlte sich erleichtert das Zimmer verlassen zu haben 47. Kapitel Manks und Herr Brownlow treffen endlich zusammen ihre Unterhaltung und die Nachricht die sie unterbricht es war bereits dunkel als Herr Brownlow vor seinem Hause aus einer Drosch gekletterte und leise an die Tür klopfte sobald die Haustür geöffnet war entstiegen dem Wagen zwei Männer mit einem dritten in ihrer Mitte und gingen schleunigst in das Haus dieser dritte war Manks ohne ein Wort zu sprechen klommen sie Herr Brownlow an der Spitze die Treppe hinauf nach einem kleinen Hinterzimmer vor dessen Tür machte Manks der nur widerstrebend mitgegangen war Halt die beiden stämmigen Männer blickten den alten Herrn fragend an wenn er irgendwelche Schwierigkeiten macht so schleppen sie ihn auf die Straße rufen nach der Polizei und beschuldigen ihn in meinem Namen eines schweren Verbrechens wie können sie sich erkühnen so etwas von mir zu sagen fragte Manks auf wessen Veranlassung bin ich von diesen Halunken aufgegriffen und hierher geschleppt worden fragte Manks die Männer dabei verächtlich ansehend auf meine Verantwortung hin wenn sie sich wegen Freiheitsberaubung hätten beklagen wollen unterwegs hätten sie genügend Gelegenheit dazu gehabt sie hielten es aber für richtig ruhig zu sein ich wiederhole wollen sie dass ich sie bei der Staatsanwaltschaft anzeige und sie einer Strafe zuführe deren Schwere ich wohl ahnen aber nicht verhindern kann so wissen sie was sie zu tun haben wünschen sie aber Nachsicht und die Vergebung derjenigen die sie so schwer geschädigt haben so setzen sie sich ohne Widerrede auf diesen Stuhl er wartet auf sie schon zwei Tage gibt es fragte Monks stotternd gibt es keinen Mittelweg nein keinen Monks setzte sich schließen sie von außen die Tür sprach Herr Brownlow zu den beiden Männern und wenn ich klingle kommen sie herein das ist eine nette Behandlung von dem ältesten Freunde meines Vaters gerade weil ich ihres Vaters ältester Freund war junger Mann weil die Hoffnungen einer glücklichen Jugendzeit sich an ihn und das holde Wesen von seinem Blute knüpften das zu früh zu Gott zurückkehrte und mich einsam und verlassen hier zurückließ weil er noch ein Knabe mit mir an dem Sterbebette seiner einzigen Schwester kniete und zwar an dem Tage der sie zu meiner Frau gemacht hätte wenn es der Wille Gottes gewesen wäre weil von jener Zeit an mein wundes Herz bis zu seinem Ende an ihm hing weil schöne Rückerinnerungen noch immer in meinem Herzen leben und selbst ihr Anblick mir ihn wieder ins Gedächtnis zurückruft das sind die Gründe die mich veranlassen sie mit Nachsicht und Milde zu behandeln obgleich sie erröten müssen Eduard lief fort wie unwürdig sie des Namens sind den sie tragen was hat der Name mit der Sache zu tun fragte Monks verstockt was kümmert mich der Name ihnen ist er nichts er war aber der Name des von mir geliebten Wesens und mir teuer ich bin froh dass sie einen anderen angenommen haben wirklich sehr froh das ist alles recht schön sagte Monks trotzig nach einer ziemlich langen Pause aber was wollen sie eigentlich von mir sie haben einen Bruder dessen leise ausgesprochener Name fast allein schon ausreichte um sie zu veranlassen mich hierher zu begleiten ich habe keinen Bruder sie wissen dass ich der einzige Sohn meines Vaters bin hören sie was ich weiß und sie vielleicht nicht wissen es wird sie interessieren es ist mir bekannt dass sie der einzige und unnatürliche Sprössling des unseligen Ehebundes sind zu dem Familien stolz und schmutzigster Ehrgeiz seiner Verwandten ihren Vater gezwungen haben als er fast noch ein Knabe war es ist mir gleichgültig wie starke Ausdrücke sie gebrauchen unterbrach ihn Manx mit höhnischem Lachen sie kennen die Tatsache und das genügt aber ich kenne auch das Elend und die Qual dieser unpassenden Verbindung ich weiß wie schwer die Unglücklichen die Ketten trugen und sie durch die Welt schleppten ich weiß wie der Gleichgültigkeit Abneigung der Abneigung Hass und dem Hasse Abscheu folgte bis sie zuletzt das Band zerrissen ihrer Mutter gelang es die Vergangenheit bald zu vergessen aber an ihres Vaters Herzen fraß sie noch jahrelang Nun sie haben sich getrennt versetzte Manx doch was hat das auf sich zur Zeit ihrer Trennung hatte ihre Mutter während des lustigen Lebens auf dem Festland ihren um zehn Jahre jüngeren Gatten ganz vergessen der mit zerstörten Hoffnungen in der Heimat blieb und neue Freunde fand diesen Umstand wenigstens kennen sie nein antwortete Manx die Augen abwendend und mit dem Fuß auf die Erde stampfend wie ein Mann der entschlossen ist alles abzuleugnen ihr Benehmen wie ihre Handlungen beweisen mir dass sie es nie vergessen und nie aufgehört haben mit Bitterkeit daran zu denken ich spreche von der Zeit vor 15 Jahren wo sie erst elf Jahre und ihr Vater 31 Jahre alt war ich muss wiederholen dass er beinahe noch ein Knabe war als sein Vater ihm befahl sich zu verheiraten muss ich auf Dinge zurückkommen die einen Schatten auf das Andenken ihres Erzeugers werfen oder wollen sie es mir ersparen und die Wahrheit enthüllen ich habe nichts zu enthüllen versetzte Manx verwirrt reden sie nur ruhig weiter nun denn fuhr Herr Brownlow fort zu ihres Vaters neuen Freunden gehörte ein im Ruhestand lebender Seeoffizier dessen Frau ein halbes Jahr zuvor gestorben war von seinen vielen Kindern waren ihm nur zwei Töchter geblieben die eine ein schönes Mädchen von 19 die andere noch ein Kind von drei Jahren was geht mich das an fragte Manx sie wohnten sprach Herr Brownlow weiter ohne auf die Unterbrechung zu achten in einem Landesteil den ihr Vater auf seinen Reisen häufig besucht und wo er auch später dauernden Aufenthalt genommen hatte die Bekanntschaft ging schnell in Vertraulichkeit und Freundschaft über ihr Vater war begabt wie wenige Männer er hatte seiner Schwester Herz und Äußeres je mehr der alte Offizier ihn kennenlernte desto inniger liebte er ihn ich wünschte es hätte dabei sein Bewenden gehabt aber seine Tochter tat dasselbe der alte Herr hielt inne Monx biss sich in die Lippen und schlug die Augen nieder Herr Brownlow bemerkte das und fuhr weiter fort am Ende des ersten Jahres war er verlobt feierlich verlobt mit jener Tochter ihr Vater der Gegenstand der ersten wahren glühenden und einzigen Liebe eines arglosen unerfahrenen Mädchens ihre Erzählung wird lang bemerkte Monx unruhig auf seinem Stuhl hin und her rückend es ist eine wahrheitsgetreue Erzählung von Kummer Prüfungen und Leiden junger Mann versetzte der alte Herr und derartige Geschichten sind gewöhnlich lang während die von ungetrübten Glück gar kurz zu sein pflegen Endlich starb einer der reichsten Verwandten und hinterließ ihm sein großes Vermögen Ihr Vater musste schleunigst nach Rom reisen wo jener Verwandte gestorben war ohne vorher seine eigenen Angelegenheiten ordnen zu können als er dort ankam wurde er von einer tödlichen Krankheit befallen worauf ihre Mutter als sie in Paris davon Kenntnis erhielt zusammen mit ihnen ihrem Vater nachreiste er starb den Tag nach ihrer Ankunft in Rom ohne Testament sodass sein ganzes Vermögen ihnen und ihr zufiel Monx hörte bei diesem Teil der Geschichte atemlos zu Ehe er abreiste sagte Herr Brownlow langsam kam er zu mir da er auf seinem Wege nach Rom London berühren musste Hiervon habe ich nie gehört unterbrach ihn Monx anscheinend unangenehm überrascht Er kam zu mir und übergab mir unter anderem ein von ihm selbst gemaltes Bildnis jenes armen Mädchens das er zwar ungern zurückließ aber auf seiner eiligen Reise nicht mitnehmen konnte er war durch Kummer und Gewissensbisse zu einem Schatten abgezehrt und sprach in unzusammenhängender Weise von Schande und Verderben die sein Werk wären er vertraute mir seine Absicht an sein ganzes Vermögen zu barem Gelde zu machen auch wenn es mit Verlust geschehe er gedachte ihre Mutter und sie durch einen Teil des ihm durch die Erbschaft zugefallenen Vermögens abzufinden und wollte Selbst gegen mich seinen alten Jugendfreund war er mit weiteren Bekenntnissen zurückhaltend Er versprach mir alles brieflich mitzuteilen und mich dann noch einmal zu besuchen Ach es war damals schon sein letzter Besuch Ich erhielt keinen Brief und sah ihn nie wieder Ich ging als alles vorüber war nach dem Schauplatz seiner sündigen Liebe wie die Welt es nennen würde fest entschlossen wenn sich meine Befürchtungen bewahrheiten sollten dem verirrten Mädchen Schutz und eine Heimat anzubieten Die Familie hatte jedoch die Gegend eine Woche vorher nach Regelung ihrer Angelegenheiten bei Nacht und Nebel verlassen Warum und wohin konnte mir niemand sagen Monks atmete sichtlich auf und konnte ein triumphierendes Lächeln nicht unterdrücken Als ihr Bruder sagte der alte Herr und rückte seinen Stuhl näher an Monks heran Als ihr Bruder ein elendes vernachlässigtes in Lumpen gehülltes Kind mir durch eine mächtigere Hand als es der Zufall ist in den Weg geführt wurde und durch mich einem Leben der Schande und des Lasters entrissen werden sollte Was schrie Monks auf Durch mich wiederholte Herr Brownlow Ich sagte Warum nicht fragte Monks hastig weil sie es selbst sehr gut wissen Ich das Leugnen nützt ihnen nichts Ich werde ihnen beweisen dass ich noch mehr weiß Sie können mir nichts beweisen stotterte Monks Ich fordere sie auf es zu tun Wir werden sehen sagte der alte Herr mit einem prüfenden Blick Ich verlor den Knaben und vermochte ihn trotz aller Anstrengungen nicht wiederzufinden Als ich das letzte Mal von ihnen hörte hieß es Sie wären auf ihrer Besitzung in Westindien Dorthin hatten sie sich zurückgezogen um den Folgen ihres verbrecherischen Lebens in London zu entgehen Ich reiste ihnen nach Aber sie hatten ihren Zufluchtsort schon vor Monaten verlassen Man glaubte sie wären in London Aber niemand konnte mir etwas Näheres mitteilen Ich kehrte zurück Ihre Geschäftsfreunde wussten auch ihre Adresse nicht Sie sagten sie kämen ebenso unregelmäßig wie früher Manchmal alle Tage dann wieder monatelang nicht Man glaubte dass sie wieder in den zweideutigen Kreisen verkehrten wo sie sich schon als nicht zu bändigender Knabe ihre Freunde suchten Ich durchwanderte die Straßen bei Tag und bei Nacht doch waren meine Mühen bis vor zwei Stunden vergeblich Und nun da sie mich gefunden haben was weiter fragte Monks dreist und stand auf Betrug und Raub sind starke Worte und gerechtfertigt wie sie glauben durch die eingebildete Ähnlichkeit eines jungen Landstreichers mit der elenden Kleckserei eines längst Verstorbenen Sie wissen nicht einmal ob der Umgang dieses Pärchens ein Kind zur Folge hatte selbst das wissen sie nicht Ich wusste es nicht sagte Herr Brownlock gleichfalls aufstehend aber ich habe in den letzten 14 Tagen alles erfahren Sie haben einen Bruder Sie wissen es und kennen ihn Es war ein Testament vorhanden Ihre Mutter vernichtete es und hinterließ ihnen nach ihrem Tode das Geheimnis nebst dem dadurch erzielten Gewinn Es enthielt einen Hinweis auf ein Kind der wahrscheinlichen Folge dieser traurigen Verbindung Das Kind wurde geboren und kam ihnen zufällig in die Quere wobei seine Ähnlichkeit mit ihrem Vater zuerst ihren Verdacht erregte Sie begaben sich nach seinem Geburtsorte Dort befanden sich Beweise Lang unterdrückte Beweise seiner Geburt und Herkunft Sie vernichteten sie und erzählten es ihrem Mitschuldigen dem Juden mit den Worten Der einzige Beweis der den Jungen legitimieren könnte liegt auf dem Grunde des Flusses und die alte Hexe die ihn von der Mutter empfing modert in ihrem Sarge Unwürdiger Sohn Feigling Lügner Du Genosse von Dieben und Mördern Eduard Liefort Du willst mir noch Trotz bieten Nein 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 schrie der Feigling überwältigt von der wuchtigen Anklage Jedes Wort das zwischen dir und diesem nichtswürdigen Schurken gewechselt wurde ist mir bekannt Schatten an der Wand haben dein Geflüster aufgefangen und es mir hinter bracht Der Anblick des verfolgten Kindes hat selbst auf das Laster Eindruck gemacht und die Mut und die Eigenschaften der Tugend verliehen Ein Mord ist begangen für den du moralisch mitverantwortlich bist Nein Nein fiel Monks ein Ich wusste nichts davon Ich war im Begriff Erkundigungen über die Mordtat einzuziehen als sie mich wegführten Den Anlass zur Tat kannte ich nicht und glaubte sie sei die Folge eines gewöhnlichen Streites gewesen Sie war die Folge einer teilweise Enthüllung ihrer Geheimnisse Wollen sie diese nun ganz offenbaren Ja Ja ich will Und ihre Angaben mit ihrer Unterschrift beglaubigen und sie verzeugen wiederholen Auch das verspreche ich Und ruhig hier bleiben bis ein solches Dokument aufgesetzt ist und mit mir sich an den Ort begeben gültig gemacht wird Wenn sie darauf bestehen will ich auch das tun antwortete Monks Sie müssen noch mehr tun fuhr Herr Brown Luford Sie müssen dem unschuldigen Kind Schaden Ersatz leisten Wenn er auch die Frucht einer sündigen Liebe ist so bleibt er doch ihr Bruder Sie haben die hierauf bezüglichen Paragrafen des Testaments nicht vergessen Bringen sie dieselben soweit sie ihren Bruder betreffen zur Ausführung und gehen sie dann wohin es ihnen beliebt Sie dürfen ihm in dieser Welt nicht wieder begegnen Während Monks mit finsterem Blick im Zimmer auf und ab ging und über diesen Vorschlag und die Möglichkeit ihm auszuweichen nach sah wurde die Tür hastig aufgeschlossen und Herr Losbern trat aufgeregt ins Zimmer Der Mann wird bald ergriffen werden man wird ihn heute Nacht noch Ja ja antwortete der Doktor man hat seinen Hund um einen seiner Schlupfwinkel herum schleichen sehen und man nimmt an dass der Verbrecher diesen unter dem Schutz der Nacht aufsuchen wird allen Teilen sind Detektive aufgestellt eine Belohnung von 100 Pfund ist vom Staatsanwalt für seine Festnahme ausgesetzt ich lege noch 50 Pfund zu und will es selbst an Ort und Stelle verkünden rief Herr Brownlow wo ist Herr Miley Harry als er sie mit ihrem Freund hier wohlbehalten in der Troschke sah schwang er sich aufs Pferd und schloss sich den Verfolgern des Mörders an und was ist mit dem Juden fragte Brownlow weiter als ich das letzte Mal von ihm hörte war er noch nicht festgenommen doch ist man seiner sicher haben sie ihren Entschluss gefasst fragte Herr Brownlow Manks leise ja antwortete dieser aber sie sie werden mich doch nicht bloß stellen nein bleiben sie jetzt hier bis ich wieder zurück komme das ist ihre einzige Rettung die beiden alten Herren verließen das Zimmer dessen Tür wieder von außen verschlossen wurde was haben sie erreicht fragte der Doktor flüsternd alles was ich erhoffen konnte und mehr schreiben sie unseren Freunden dass die Zusammenkunft übermorgen Abend um sieben Uhr stattfinden soll wir werden aber ein paar Stunden früher da sein doch mir kocht das Blut in den Adern das arme ermordete Mädchen zu rächen wohin muss ich gehen wenn sie sofort auf das Polizeiamt gehen werden sie noch zeitig genug dort sein entgegnete Losburn die beiden Herren verabschiedeten sich nun hastig und in ziemlicher Aufregung 48. Kapitel Verfolgung und Flucht Einer der schmutzigsten Winkel Londons ist Southwalk an der Thamse gelegen Die Häuser stehen hier auf versinkenden Fundamenten und ihre Wände sind mit Kot beschmiert die Fenster zerbrochen die Stuben eng und schmutzig überall Dreck Unrat und abstoßende Armut Die Häuser sind ohne Eigentümer und werden nur von denen bewohnt die gewichtige Gründe haben sich zu verbergen oder ganz verarmt sind In einem oberen Gemach eines dieser Häuser saßen drei Männer in düsterem Schweigen Der eine davon war Tobi Crackett der andere Herr Chittling und der dritte ein Kerl von etwa 50 Jahren dessen Gesicht eine furchtbare Narbe aufwies wohl die Folge einer Schlägerei Er war ein entlaufener Sträfling namens Kecks Ich wollte sagte Tobi zu Herrn Chittling Du hättest eine andere als die zwei anderen zu warm wurden und wärst nicht hierher gekommen Ja du Dussel warum tatest du es nicht fragte Kecks Ich glaubte ihr würdet erfreut sein mich zu sehen versetzte Herr Chittling mit melancholischer Miene Sieh an sagte Tobi ironisch Nach einer kleinen Pause fragte Herr Chittling wann man Faggin festgenommen hätte Gerade zur Essenszeit Nachmittags zwei Uhr Karl Beetz und ich entwischten durch den Waschhaus Schornstein aber Bolter der sich im leeren Wasserfass mit dem Kopf nach unten versteckt hatte wurde bei seinen langen Hammelbeinen gefasst und mitgenommen und Betsy Die arme Bett sagte Chittling mit trübseligem Gesicht Sie ging um sich die Leiche anzusehen fing bei ihrem Anblick zu toben an und wollte mit dem Kopf gegen die Wand Man musste sie in eine Zwangsjacke stecken und nach dem Krankenhaus Er wandert bis zum Dunkelwerden umher wird also bald hier sein Die Leute in den drei Krüppeln sind auch alle verhaftet Ich sah als ich dort vorbeiging eine Menge Kriminalpolizisten im Gastzimmer Das ist schlimm Wird wohl noch mancher dran glauben müssen bemerkte Tobi sich auf die Lippen beißend Es ist gerade Schwurgerichts Periode sagte Kex und wenn Bolter als Kronzeuge gegen Fegin auftritt was er aller Wahrscheinlichkeit nach tun wird so kann man dem Juden am Freitag sein Urteil sprechen Drei Tage drauf baumelt er hol mich der Teufel wenn es nicht stimmt Ihr hättet nur sehen sollen wie das Volk tobte fuhr Schittling fort Die Polizisten kämpften wie die Teufel sonst hätte die Menge den Juden in Stücke zerrissen Sie hatten ihn schon in den Händen aber die Polizei befreite ihn rasch wieder er war ganz mit Blut und Dreck bedeckt und hängte sich an die Kriminalbeamten als wenn sie seine besten Freunde wären die Leute hatten ihn mit den Füßen getreten und die Weiber drohten ihm das Herz aus dem Leibe zu reißen ich kann die Greifer noch sehen wie sie in dem Getränge der Menge kaum aufrecht zu stehen vermochten und ihn so zwischen sich hinschleppten entsetzt saßen die Männer eine Weile schweigend da da hörten sie plötzlich auf der Treppe ein trappeln und gleich darauf sprang Sykes Hund ins Zimmer von seinem Herrn war jedoch nichts zu sehen was bedeutet das sagte Tobi er wird doch nicht hierher kommen wollen ich hoffe nicht wenn das seine Absicht wäre so würde er mit dem Hunde gekommen sein meinte Keks und gab dem Hund Wasser er keiner nannte den Mörder bei seinem Namen er wird sich doch nichts angetan haben was meint ihr fragte Chittling Tobi schüttelte den Kopf wenn das wäre sprach Keks so würde uns der Hund an die Stelle führen wollen wo er liegt nein ich denke mir er ist ins Ausland geflüchtet und hat den Hund zurückgelassen sonst wäre das Tier nicht so ruhig der Hund kroch unter einen Stuhl kauerte sich zusammen und begann zu schlafen da es dunkel geworden war so wurde der Fensterladen geschlossen und eine Kerze angezündet die schrecklichen Ereignisse der zwei letzten Tage hatten auf sie einen mächtigen Eindruck gemacht und die Unsicherheit ihrer eigenen Lage machte sie ängstlich bei jedem Laut fuhren sie auf und sprachen nur im Flüstertone sie hatten schon eine Weile ganz stumm dagesessen als sich plötzlich ein lautes Klopfen an der Haustür vernehmen ließ der Hund war im Augenblick wach und lief winselnd an die Tür wir müssen ihn herein lassen sagte Cracket nach dem Kerzenleuchter greifend lässt sich's nicht anders machen fragte Keks mit heiserer Stimme nein wir müssen ihm öffnen Cracket ging hinunter und kam mit einem vermummten Mann zurück es war Sykes er hatte tiefliegende Augen im erdfallen Gesicht eingefallene Backen und atmete kurz und schwer er griff nach einem Stuhl und setzte sich alle schwiegen endlich fragte Sykes mit hohler Stimme wie kam der Hund hierher allein vor drei Stunden die Abendzeitungen schreiben Faggin sei verhaftet ist es wahr oder gelogen wahr es folgte abermals eine Pause geht zum Teufel alle miteinander schrie Sykes und fuhr sich mit der Hand über die Stirn habt ihr mir nichts zu sagen sie wurden unruhig aber keiner sprach wer klopft da Cracket meinte es wäre nichts zu befürchten er ging um zu öffnen und kam bald mit Carl Bates wieder Sykes saß gerade der Tür gegenüber sodass er dem eintretenden Jungen sofort ins Auge fallen musste Tobi sagte Carl zurück prallend als Sykes ihn anschaute warum habt ihr mir das nicht vorher gesagt der Mörder wollte den Jungen für sich günstig stimmen und streckte ihm die Hand entgegen komm ihr nicht zu nahe schrie der Junge und wich wieder einige Schritte zurück scheussal ungeheuer ich habe keine Angst vor ihm ich verrate ihn wenn man ihn hier sucht das tu ich ich sage es frei heraus und mag er mich kalt machen falls er den Mut dazu hat wenn ich hier bin verrate ich den Unmenschen Hilfe Mörder Hilfe Mörder schlagt ihn nieder mit diesen Worten stürzte sich der Junge allein auf den großen kräftigen Mann und brachte ihn durch die überraschende Schnelle und Heftigkeit des Angriffs zu Fall der Junge wälzte sich mit dem Mörder auf dem Boden herum und schrie laut um Hilfe doch war der Kampf zu ungleich um lange zu wehren Sykes hatte Bates unter sich gebracht und setzte ihm das Knie auf die Kehle als Cracket ihn zurückriss und bestürzt nach dem Fenster zeigte man sah unten auf der Straße lichter schimmern und hörte laute Stimmen von der nächsten Brücke erscholl der Klang zahlloser Fußtritte unter der Menge die über die Brücke quoll schien sich auch ein Reiter zu befinden denn der Schall von Huftritten ertönte auf dem holprigen Pflaster der Tumult wurde immer größer schließlich wurde an die Haustür geklopft Hilfe schrie Karl Bates mit gellender Stimme der Mörder ist hier schlag die Tür ein im Namen des Königs wurde von draußen gerufen und gleich darauf erhob sich neuer Lärm schlag die Tür ein brüllte der Junge man macht euch doch nicht auf kommt herauf ins Zimmer wo Licht ist brecht die Tür auf wuchtige Schläge donnerten gegen die Tür und die Fenster Läden des Erdgeschosses und ein lautes Hurra gab den Halunken im Hause zum ersten Mal einen richtigen Begriff von der Anzahl der Verfolger wo kann ich den schreienden Teufelsbraten einsperren schrie Seix wütend und warf den zappelnden Jungen in eine kleine Kammer die Tobi Der Teufel soll euch holen brüllte der Verbrecher aus dem Fenster zur Menge hinab strengt euch an so viel ihr wollt ich pfeife drauf ihr kriegt mich doch nicht Ein Wutgeschrei der Volksmasse war die Antwort Einige riefen man solle Feuer an das Haus legen andere schrien den Polizisten zu den Mörder doch tot zu schießen Ich kam an als es Flutzeit war sagte der Mörder nachdem er das Fenster wieder geschlossen hatte gebt mir ein Seil ein langes Seil ich werde mich hinten in den Gaben hinunter lassen und entwischen sie sind ja alle vorn schnell ein Seil oder ich begehe noch drei Morde und hänge mich dann auf Tobi wies nach einer Ecke wo Stricke lagen und Seig suchte sich hastig den längsten und stärksten heraus er ging damit nach dem Dach alle Fenster an der Hinterseite des Hauses waren zugemauert mit Ausnahme eines Loches in der Kammer wo Karl Bates eingesperrt war es war aber zu klein als dass er hätte durchkriechen können durch diese Öffnung rief jedoch der Junge unaufhörlich den Außenstehenden zu auch die Rückseite des Gebäudes zu bewachen als der Mörder aus dem Dach Fenster stieg wurde es sogleich bemerkt er kroch über die Ziegel und beugte sich über den Dachrand das Wasser war infolge der Eppe abgelaufen und der Graben ein Schlammbett die Menge sah lautlos und gespannt zu was der Mörder nun wohl beginnen würde als sie gewahrte dass er sich in der Flucht verrechnet hatte erhob sie ein mächtiges Triumph Geschrei gegen das alle früheren nur ein Flüstern waren ich verspreche fünfzig von demjenigen der den Mörder lebend ergreift rief ein alter Herr auf der Brücke ich bleibe hier stehen um die Summe sofort auszuzahlen neues Gebrüll Sykes beschloss jetzt den letzten Rettungsversuch zu wagen und sich in den Graben hinunter zu lassen selbst auf die Gefahr hin im Schlamme zu ersticken er schlang das eine Ende des Seiles fest um den Schornstein der Zähne ihm nur eine starke Laufschlinge er konnte sich mit dem Strick fast bis auf Mannes Länge vom Boden hinunter lassen und hielt sein Messer bereit um ihn rechtzeitig durchzuschneiden und sich fallen zu lassen er hatte sich eben die Schlinge über den Kopf geworfen und war im Begriff mit den Armen gleichfalls durchzuschlüpfen als der alte Herr die Leute darauf aufmerksam machte dass der Verbrecher sich vom Dache hinunterlassen wolle Im selben Augenblick sah sich Sykes um stieß einen Schrei des Entsetzens aus und schlug die Hände über dem Kopf zusammen Er verlor das Gleichgewicht und fiel über den Rand des Daches Die Schlinge am Halse sauste er 35 Fuß hinab Ein plötzlicher Ruck ein krampfartiges Zucken der Glieder und da hing er entzählt das Messer in der erstarrten Hand Der alte Schornstein hatte der Erschütterung standgehalten Sykes Hund lief heulend auf dem Dach hin und her und nahm endlich einen Ansatz um auf die Schultern des toten Mannes zu springen Er verfehlte jedoch sein Ziel fiel in den Graben indem er sich überkugelte Mit dem Kopf auf einen Stein schlagend verspritzte er sein Gehirn 49. Kapitel enthüllt verschiedene Geheimnisse und enthält einen Heiratsantrag ohne ein Wort von Ausstattung und Nadelgeld Zwei Tage nach den im letzten Kapitel erzählten Ereignissen befand sich Oliver nachmittags um drei Uhr in einem Reisewagen der rasch dem Geburtsorte des Knaben zurollte Frau Miley Rosa Frau Bedwin und der gute Doktor waren bei ihm Herr Brownlow folgte in einer Postkutsche noch von jemand begleitet dessen Namen nicht erwähnt wurde sie sprachen unterwegs wenig Herr Brownlow hatte den beiden Damen und Oliver die Geständnisse die er Monks abgerungen hatte vorsichtig mitgeteilt jeder hing nun seinen Gedanken nach als sie sich der Stadt näherten und endlich durch ihre engen Straßen fuhren war der Junge ganz außer sich da stand Saw Berries Haus gerade noch so wie früher er gewahrte Gemfields Karren vor einem Wirtshause das Armenhaus das Gefängnis seiner Kinder Jahre mit den düsteren Fenstern nach der Straße hinaus und dem selben dürren Pförtner am Eingang es war ihm als wenn er die Stadt erst gestern verlassen hätte und sein neues Leben nur ein glücklicher Traum gewesen wäre als die Uhr neun schlug traten die Herren Losbern und Grimwig ins Zimmer denen Herr Brownlow und ein Mann folgte bei dessen Anblick Oliver laut aufschrie es war derselbe Mann den er damals im Hofe des Gasthauses getroffen und dann an Fagins Seite vor dem Fenster seines kleinen Studierzimmers hatte stehen sehen Monks warf einen hasserfüllten Blick auf den Jungen und setzte sich unweit der Tür Herr Brownlow hatte einige Papiere in der Hand und trat an den Tisch Los sagte der Angeredete mit abgewandtem Gesicht Machen Sie schnell ich habe genug getan halten Sie mich hier nicht unnötig auf Dieses Kind fuhr Herr Brownlow fort und zog Oliver an sich ist der Halbbruder der illegitime Sohn ihres Vaters meines teuren Freundes Edwin Leiford und der unglücklichen Agnes Fleming der die Geburt des Knaben das Leben kostete Ja sagte Monks Oliver zornig anblickend dessen Herz hörbar klopfte Es ist ihr Bastard Er wurde in dieser Stadt geboren fragte Herr Brownlow In dem Armen Hause dieser Stadt war die mürrische Antwort Sie haben die Geschichte doch in den Papieren dort aufgeschrieben Sie muss auch hier zur Sprache kommen Also hören Sie begann Monks als sein Vater in Rom erkrankte begab sich seine Frau meine Mutter von der er lange getrennt gelebt hatte von Paris aus mit meiner Wenigkeit zu ihm so viel ich weiß um sich sein Vermögen zu sichern denn sie hegte keine besondere Liebe für ihn wie auch er nicht für sie Er Er wusste nichts von unserer Anwesenheit Und Und der Brief fragte Herr Brownlow Der Brief Ein ganzer Bogen voll reuiger Selbstanklagen und Bitten dass Gott ihr helfen möge Er sagte darin dem Mädchen dass ein Geheimnis das sich eines Tages aufklären werde ihn verhindert hätte sich mit ihr zu vermählen Sie hätte ihm hingebend vertraut bis sie das verloren was er ihr nicht mehr zurückgeben könnte Sie hatte damals nur noch einige Monate beabsichtigte um ihre Schande zu verdecken wenn er am Leben bliebe Er bat sie wenn er sterben müsste weder seinem Andenken zu fluchen noch zu glauben dass seine Sünde an ihr oder seinem Kind heimgesucht werden würde da die ganze Schuld seine wäre Er erinnerte sie an den Tag an dem er ihr das Medaillon den Ring schenkte in dem ihr Taufname mit einer Lücke eingegraben war die er eines Tages mit seinem Familiennamen auszufüllen gehofft hätte er flehte sie an seine kleinen Geschenke an ihrem Herzen zu tragen das Testament sagte Herr Brownlow während Oliver still vor sich hin weinte war in dem selben Geiste abgefasst wie der Brief er sprach von dem Elend das sein Weib über ihn gebracht hatte und von dem störrischen Charakter der Bosheit und den frühzeitigen lasterhaften Neigungen seines einzigen Sohnes dem gelehrt worden war den Vater zu hassen er vermachte ihrer Mutter und ihnen Jahresrenten von je 800 Pfund sein Gesamtvermögen teilte er in zwei gleiche Teile und bestimmte den einen für Agnes Fleming und den anderen für sein und ihr Kind wenn es Leben zur Welt kommen und heranwachsen sollte für den Fall dass es ein Mädchen wäre sollte ihm die Erbschaft ohne weiteres zufallen wäre es jedoch ein Junge so hafte die Bedingung daran dass er während seiner Minderjährigkeit seinen Namen durch keine entehrende oder schlechte Tat befleckt habe die das Einschreiten des Gerichts zur Folge gehabt hätte wie er ausführte machte er diese Klausel um dadurch sein Vertrauen zu der Mutter zu bekunden dass das Kind der Erbe ihres schönen Herzens und ihres edlen Charakters werden würde sollte diese Erwartung trügen so waren sie zum Erben bestimmt denn nur wenn beide Kinder einander gleich wären aber auch nur dann wollte er ihren früheren Anspruch auf sein Vermögen anerkennen obgleich sie keinen auf sein Herz zu machen und ihn von früher Jugend an durch Kälte und Abneigung zurückgestoßen hätten Meine Mutter nahm nun Monks wieder das Wort tat was jede Mutter getan hätte sie verbrannte das Testament der Brief gelangte nie an seine Adresse aber sie bewahrte ihn und noch andere Schriftstücke für den Fall auf dass man versuchen würde den Fehltritt abzuleugnen sie berichtete dem Vater des Mädchens die Wahrheit mit Übertreibungen die ihr der Hass eingab ich liebe sie jetzt darum diese Nachricht bewog den alten Flemming sich mit seinen Kindern in einen Winkel von Wales zurück zu ziehen wobei er zugleich seinen Namen änderte damit seine Freunde ihn nicht entdeckten er wurde einige Zeit darauf tot in seinem Bette gefunden die Tochter hatte einige Wochen zuvor heimlich sein Haus verlassen er suchte sie in jedem Dorf und jeder Stadt der Umgebung in der Nacht als er mit zu überleben brach das Herz des alten Mannes nach einem kurzen Schweigen fuhr Herr Brownlow in der Erzählung fort nach Jahren kam die Mutter dieses Menschen dieses Eduard Lee fort zu mir er hatte sie verlassen als er 18 Jahre alt war und ihr Geld und Juwelen gestohlen das Gestohlene verspielt Fälschungen begangen und war dann nach London geflüchtet wo er in Verbrecherkreisen verkehrte sie sie an einer unheilbaren Krankheit dahin und wünschte ihn vor ihrem Tode noch einmal zu sehen man forschte lange vergeblich nach ihm endlich aber fand man ihn sie fuhren dann beide nach Frankreich zurück nach einem langen kranken lager starb sie dort auf ihrem toten bette vermachte sie mir mit diesen Geheimnissen ihren tödlichen Hass gegen alle die in die Angelegenheit verwickelt waren sie wollte nicht glauben dass das Mädchen sich selbst und dem Kinde ein Leid angetan hätte sie war vielmehr der festen Überzeugung dass ein Knabe geboren und am Leben wäre ich schwur ihr wenn der Junge je meinen Weg kreuzen würde ihn mit unversöhnlicher Feindschaft zu verfolgen und ihn den prahlerischen Redensarten des beleidigenden Testaments zum Trotz an den Galgen zu bringen sie hatte recht er kam ihr endlich in den Weg der Anfang ließ sich gut an und wenn dieses verdammte Frauenzimmer nicht geschwatzt hätte wäre dem guten Anfang auch ein dementsprechender Schluss gefolgt und was wurde aus dem Medaillon und dem Ring fragte Herr Brown Lou Monks ich kaufte sie dem Manne und der Frau ab die sie der Werterin gestohlen hatten sie wissen was daraus wurde sagte Herr Brownlow gab Grimwig einen Wink der darauf plötzlich verschwand aber bald wieder zurückkehrte Frau Bumble ins Zimmer schob und deren widerstrebenden Eheherrn nach sich zerrte Kennen sie diesen Mann Nein antwortete Frau Bumble ohne Zögern aber sie vielleicht Herr Bumble habe ihn nie in meinem Leben gesehen auch nichts verkauft Nein entgegnete Frau Bumble Sie auch nie ein gewisses goldenes Medaillon und einen Ring gehabt Allerdings nicht Hat man uns bloß deshalb hierher geholt um uns derart törichte Fragen beantworten zu lassen Herr Brownlow winkte Herrn Grimwig abermals zu und dieser verschwand wieder und gleich darauf mit zwei gichtbrüchigen alten Weibern zurückzukehren Sie haben zwar in der Nacht als die alte Sally starb die Tür verschlossen sagte die eine und hob ihre vertrocknete Hand hoch aber sie konnten weder unsere Ohren noch die Ritzen in der Wand verstopfen Nein 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 fügte die andere kopf wackelnd hinzu wir hörten wie die sterbende versuchte ihnen zu sagen was sie getan und sahen auch wie sie ein Papier aus ihrer Hand nahmen und am anderen Tage ins Leihhaus gingen haben sie vielleicht Lust den Pfand Leier selbst zu sehen fragte Herr Grimwig und ging zur Tür nein sagte Frau Bumble ja ich verkaufte ihm das Medaillon und den Ring und der ganze Plunder liegt an einem Orte wo sie ihn nie wieder finden können und was weiter nichts weiter antwortete Herr Brownlow als dass wir dafür sorgen werden dass man euch aus euren Beamten Stellungen als unzuverlässig entfernt ihr könnt gehen nach diesen Worten stülpte Herr Bumble seinen Hut auf den Kopf steckte die Hände in die Taschen und folgte seinem trauten Weib mein liebes Fräulein sagte Herr Brownlow sich zu Rosa wendend geben sie mir einmal ihre Hand zittern sie nicht sie brauchen sich vor den paar Worten nicht zu fürchten die noch zu sagen bleiben kennen sie diese junge Dame ja erwiderte Monks ich habe sie nie gesehen sagte Rosa leise aber ich sie oft versetzte Monks der Vater der unglücklichen Agnes hatte zwei Töchter was war das Schicksal der zweiten des Kindes fragte Herr Brownlow das Mädchen wurde als der Vater an einem fremden Ort unter einem angenommenen Namen starb von armen Leuten als eigenes Kind aufgezogen der Hass findet jedoch oft den Weg wo die Liebe fehlgeht denn meine Mutter entdeckte es nach Jahresfrist die Leute waren sehr arm und fingen an wenigstens der Mann ihrer Menschenfreundlichkeit müde zu werden meine Mutter ließ es deshalb da und machte ihnen ein kleines Geldgeschenk womit sie jedoch keine großen Sprünge machen konnten sie versprach auch weitere Unterstützung die zu schicken sie jedoch nicht im Sinne hatte sie hielt jedoch die Armut der Leute nicht für ausreichend um das Kind recht unglücklich zu machen deshalb erzählte sie den Pflegeeltern noch die Geschichte von der eher vergessenen Schwester und bat sie auf das Kind recht Acht zu haben es wäre doch ein uneheliches aus schlechter Familie an dem man sicher wenig Gutes erleben würde die Umstände schienen dem Recht zu geben und die Leute glaubten alles das Mädchen wurde daher übel genug behandelt sodass selbst wir damit zufrieden sein konnten da wollte es der Zufall aus Mitleid zu sich nahm der Teufel war gegen uns im Bunde denn trotz aller unserer Bemühungen blieb es bei der Dame und war glücklich ich verlor es vor drei Jahren aus den Augen und sah es erst vor einigen Monaten wieder sehen sie es jetzt ja an ihrem arm du bleibst mein liebes Kind nicht für alle Schätze der Welt würde ich dich hergeben rief Frau Miley ach ich werde sie nie Tante nennen rief Oliver seinen Arm um ihren Nacken schlingend Schwester meine liebe Schwester meine Herzensrosa ein leises Pochen an die Tür kündigte an dass jemand draußen sei Oliver öffnete und ließ Harry Miley ein während er selbst hinausschlüpfte ich weiß alles sagte Harry sich an der Seite des holten Mädchens niederlassend ich weiß alles teuerste Rosa ich bin nicht aus Zufall hier ich habe alles gestern schon gewusst erredst du wohl dass ich komme um dich an dein Versprechen zu erinnern halt sagte Rosa du weißt wirklich alles alles du gabst mir die erlaubnis innerhalb eines jahres auf den Gegenstand unseres letzten Gesprächs wieder zurück zu kommen was willst du damit sagen stammelte das Mädchen nur dass ich dich nach unserem letzten Abschied mit dem festen Entschluss verließ alle eingebildeten Schranken zwischen mir und dir niederzureißen da meine Welt nicht die deinige sein konnte so wollte ich deine zu der meinigen machen der Geburtsdünkel sollte nicht über dich die Nase rümpfen deshalb habe ich ihm für immer lebewohl gesagt die Gönner und die hochgestellten Verwandten blicken mich jetzt kaum an aber es gibt lächelnde Auen und rauschende Bäume in Englands schönster Provinz und bei einer Dorfkirche der meinigen Rosa der meinigen steht ein kleines Landhaus auf das du mich stolzer machen kannst als mich alle Aussichten auf eine glänzende Laufbahn gemacht hätten das ist jetzt mein Rang und meine Stellung in der Welt und ich lege sie dir hier zu Füßen Fünfzigstes Kapitel Fegins letzte Stunden Der Schwurgerichtssaal war brechend voll alle Augen waren auf den Juden gerichtet dieser stand mit der Hand am Ohre den Kopf vorgestreckt in der Anklagebank um kein Wort des Staatsanwalts zu verlieren als dieser die Anklage dem Gerichtshof vortrug bisweilen sah Fegin scharf zu den Geschworenen hinüber um den Eindruck auch nur des geringsten zu seinen Gunsten sprechenden Wortes zu erspähen dann blickte er mit stummer bitte auf seinen Verteidiger doch etwas für ihn vorzubringen wenn der Ankläger streng mit ihm ins Gericht ging ein kleines Geräusch im Gerichtssaal brachte ihn wieder zu sich und als er sich umsah sah er die Geschworenen zu einer Beratung zusammentreten ein Blick in den Zuhörerraum zeigte ihm dass sich die Leute auf die Zehenspitzen stellten um sein Gesicht zu sehen aber auch nicht in einem Antlitz nicht einmal unter den Weibern konnte er die leiseste Spur von Mitleid oder von einem anderen Gefühl lesen als den Wunsch ihn verurteilt zu sehen die Geschworenen kehrten zurück es trat Totenstille ein keine Bewegung Stocken des Atems schuldig das Gebäude erbebte von Beifallsrufen die sich verschiedene Male wiederholten es war das Freudengeschrei des Volkes draußen womit es die Nachricht begrüßte dass der Jude am Montag sterben werde man führte ihn durch einen gepflasterten Gang in das Innere des Gefängnis Gebäudes hier wurde er untersucht ob er nicht vielleicht Mittel bei sich träge dem Gesetze vorzugreifen dann brachte man ihn in eine der für die zum Tode verurteilten bestimmten Zellen und ließ ihn allein er setzte sich der Tür gegenüber auf eine steinerne Bank die als Stuhl und Bett dienen musste heftete seine blutunterlaufenen Augen auf den Boden und wollte seine Gedanken sammeln nach einer Weile begann er sich einiger zusammenhängender Bruchstücke von dem was der Richter gesprochen zu entsinnen er brachte sie in die richtige Ordnung und suchte das Fehlende zu ergänzen In kurzer Zeit stand das Ganze fast so wie er es angehört hatte vor ihm Aufgehängt zu werden am Halse bis er tot wäre lautete der Schluss Aufgehängt zu werden am Halse bis er tot wäre Endlich erschienen zwei Männer von denen der eine ein Licht brachte das er in einen eisernen in der Mauer befindlichen Leuchter steckte während der andere eine Matratze hereinschleppte um die Nacht darauf zu schlafen denn der Gefangene sollte fortan nicht mehr allein gelassen werden Vom frühen Abend bis um Mitternacht erschienen unaufhörlich Leute am Gefängnistor und fragten mit besorgtem Gesicht ob ein Aufschub der Hinrichtung verfügt sei Auf die verneinende Antwort des Pförtners teilten sie die willkommene Botschaft den auf der Straße wartenden mit Nach und nach verliefen sich die Massen und um Mitternacht lag der Platz im Dunkeln um diese Zeit erschien Herr Brownlow mit Oliver am Gefängnistor und wies eine vom Sheriff ausgestellte Erlaubniskarte vor den Gefangenen besuchen zu dürfen sie wurden unverzüglich eingelassen will der junge Herr da auch mit fragte der Schließer es ist kein Anblick für Kinder allerdings nicht lieber Freund aber was ich mit dem Verbrecher abzumachen habe hat Bezug auf den Knaben er hat ihn als erfolgreichen Spitzbuben gekannt und ich halte es für ganz gut wenn er ihn auch jetzt sieht mag es ihm immerhin peinlich sein diese Worte wurden so leise gesprochen dass sie Oliver nicht hören konnte der Schließer berührte seinen Hut und blickte neugierig nach dem Jungen hin dann öffnete er eine Tür und führte sie durch dunkle Gänge nach der armen Sünderzelle der Jude saß auf seiner Steinbank und wiegte sich mit einem Gesicht das mehr dem eines eingesperrten Tieres als dem eines Menschen ähnlich sah hin und her sein Geist beschäftigte sich augenscheinlich mit seinem früheren Leben denn er murmelte ohne sich durch den Eintritt der beiden stören zu lassen unaufhörlich vor sich hin Fägin sagte Jude mit schreckenerregender Stimme schlagt alle tot was haben sie für ein recht mich abzumurksen jetzt erst bemerkte er Oliver und Herrn Brownlow und fragte nach dem hintersten Winkel seiner Bank zurückweichend was sie hier wollten ihr seid im Besitz einiger Papiere sagte Herr Brownlow näher tretend die euch ein gewisser Monks zur Aufbewahrung übergeben hat alles gelogen schrie Fägin ich habe keine um Gottes Willen sprecht nicht so am Rande des Grabes sondern sagt wo sie sind ihr wisst Seix ist tot und Monks hat gestanden es ist für euch keine Hoffnung mehr vorhanden daraus einen Gewinn zu erzielen also wo sind die Papiere Oliver rief der Jude ihm winkend komm her ich will es dir sagen ohne Furcht ging der Junge zu ihm und Fägin flüsterte ihm ihn an sich ziehend ins Ohr sie sind in einem Leinenbeutel in einem Loch des Schornsteins oben in der Vorderstube haben sie noch etwas zu fragen erkundigte sich der Schließer bei Herrn Brownlow dieser verneinte man öffnete die Zellentür und die gefangenen Wächter befreiten Oliver aus Faggins Griff Oliver wurde bei diesem schrecklichen Auftritt fast ohnmächtig und es dauerte eine Stunde ehe er sich so weit erholt hatte dass sie den Heimweg antreten konnten der Tag brach an und es wimmelte auf dem Platz bereits von Menschen 51. und letztes Kapitel es waren noch keine drei Monate ins Land gegangen als Rosa Flemings und Harry Miley's Ehebund in der Dorfkirche geschlossen wurde die fortan der Schauplatz der Tätigkeit des jungen Geistlichen sein sollte an demselben Tage zogen sie in ihr neues Heim Frau Miley die sich für den Rest ihrer Tage an dem Glück ihrer Kinder erfreuen wollte schlug ihren Wohnsitz bei dem jungen Paare auf Monks und seine Mutter hatten den größten Teil des Leifortschen Vermögens verwirtschaftet es blieben noch für ihn und Oliver je 3000 Pfund übrig dem letzten Willen des Vaters zufolge hätte Oliver Anspruch auf das Ganze gehabt Herr Brownlow aber hatte diese Teilung vorgeschlagen um dem älteren Sohn in den Stand zu setzen ein neues Leben zu beginnen und Oliver hatte gern zugestimmt Monks behielt seinen angenommenen Namen bei und wanderte nach Amerika aus hier brachte er in kurzer Zeit sein Geld durch und beging verschiedene Betrügereien die ihn ins Gefängnis führten indem er auch bald starb ebenso fern von der Heimat starben die noch übrig gebliebenen Mitglieder der Bande seines gehängten Freundes Faggin Herr Brownlow nahm Oliver an Kindesstadt an und bezog mit ihm und Frau Bedwin eine Wohnung die nur zehn Minuten vom meilischen Pfarrhaus entfernt lag er erfüllte damit einen Herzenswunsch des Jungen bald nach der Vermählung des jungen Paares kehrte der würdige Doktor nach Jersey zurück er fühlte sich aber dort nicht mehr glücklich da seine alten Freunde doch alle fortgezogen waren er übertrug daher seine Praxis seinem Assistenten und kaufte sich ganz in der Nähe des Dorfes wo Harry Miley Pfarrer war ebenfalls ein kleines Häuschen er legte sich nun auf Ackerbau und Viehzucht und wurde bald von den Nachbarn als Autorität darin anerkannt mit Grimwick hatte er eine herzliche Freundschaft geschlossen dieser besuchte daher den Doktor häufig Herr Noah Claypole wurde begnadigt da er gegen den Juden als Kronzeuge aufgetreten war das Diebesgewerbe hielt er nach seinen Erfahrungen nicht für ganz sicher und wandte sich daher einem anderen Berufe zu nämlich dem eines Denunzianten Herr und Frau Bambel verloren ihre Stellen versanken allmählich in das größte Elend und kamen zuletzt als Arme in dieselbe Anstalt in der sie einst geherrscht hatten Was Herrn Giles und Briddles anbelangt so versehen sie noch immer ihre alten Posten nur ist ersterer Karl und der junge Briddles grau geworden Herr Karl Bates war durch das Entsetzen das ihm Sykes Verbrechen eingeflößt hatte auf den Gedanken gekommen dass ein anständiges Leben am Ende doch das Beste wäre Er wandte deshalb dem Schauplatz seiner Vergangenheit den Rücken und nahm sich vor einen ehrlichen Beruf zu ergreifen Es kam ihm zwar anfangs hart an aber nachdem er bei einem Bauern und einem Fuhrmann seine Lehrjahre bestand hat er sich auf den Viehhandel gelegt und ist einer der gewarmtesten und lustigsten jungen Viehhändler von ganz North Hampshire geworden An dem Altar der alten Dorfkirche befindet sich eine weiße Marmortafel auf der nur das einzige Wort Agnes sie bezeichnet keinen Sarg der darunter liegt doch wenn die Geister der Toten auf die Erde zurückkehren um Stellen zu besuchen die durch die Liebe geheiligt sind die über das Grab hinaus reichen die Liebe derjenigen die sie im Leben kannten so glaube ich dass der Geist der armen Dulderin oft diese feierliche Stätte umschwebt trotzdem die Stätte in einer Kirche ist und sie selbst schwach war und e die